Der Zweite Weltkrieg In Farbe wird der Schrecken des Entsetzen, Blut und Mut der Menschen gezeigt. Erst jetzt, mehr als 60 Jahre nach Kriegsende, können wir diese Bilder verstehen. Damals waren die Militärs besorgt, wie die Öffentlichkeit auf diese Farbaufnahmen reagieren würde. Die brutalen Bilder, die sie sehen werden, zeigen ihnen nur ein wenig davon, was die Soldaten durchmachen mussten. Im Herbst 1941 hatte Deutschland fast ganz Europa erobert und stand kurz vor den Touren Moskaus. Während gleichzeitig die Japaner Asien eroberten, erforderte es den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten, um das Gleichgewicht der Kräfte von den Achsenmächten auf die Alliierten zu verschieben. April 1942 im Pazifik. Vier Monate nach dem Überfall auf Pearl Harbor. Hier sehen Sie in nie gezeigten Farbbildern eine geheime Marine-Sondereinheit auf dem Weg nach Japan. An Deck des Flugzeugträgers Hornet befinden sich 16 B-52-Bomber. Ebenfalls an Bord der Hornet befindet sich auch Admiral Bull Holsey, der Kommandeur der Sondereinheit. Plötzlich, noch vor dem beabsichtigten Startgebiet der Bomber, wird die US-Flotte von einem japanischen Fischerboot entdeckt. Holsey und Doolittle entscheiden sofort, dass Doolidles schwere Bomber abheben sollten. Nach dem Abwurf ihrer Bomben auf Japan wenden sich die Crews nach Westen, wo sie gezwungen sind, aufgrund des verflühten Starts, entweder Not zu landen oder auszusteigen. Von den 80 Männern, die an diesem Einsatz teilgenommen haben, kehren 71, darunter auch Doolidle, wieder zurück. Der alliierte Kampfgeist wuchs enorm, dadurch, dass bei diesem Einsatz kaum Materialschäden auftraten. Doch auch die Japaner wurden dadurch angespornt, ihre Verteidigungsmaßnahmen weiter auszubauen und gleichzeitig zu versuchen, die Insel Midway zu besetzen. Juni 1942. Midway war die letzte Bastion der US-Forces im Zentralpazifik. Falls es den Japanern gelänge, Midway einzunehmen, wäre das für sie ein Sprungbrett zur Invasion Pearl Harbors. Doch dem Marine-Geheimdienst war es gelungen, den Funkcode der Japaner zu entschlüsseln. Sie fanden heraus, dass der Feind zwischen dem 4. und 6. Juni Midway angreifen wollte. Diese bemerkenswerten Aufnahmen wurden von einer Filmcrew des Hollywood-Regisseurs John Ford gemacht. Es wurden Suchflugzeuge in alle Richtungen ausgesandt, um die japanische Angriffsflotte zu lokalisieren, die sich auf dem Weg nach Midway befand. Am 3. Juni war ihnen das Glück hold. Sie entdeckten die japanischen Kräfte, bestehend aus sieben Flugzeugträgern, elf Schlachtschiffen, 21 Kreuzern und mehr als 400 Flugzeugen auf dem Weg nach Midway. Die amerikanischen Kräfte waren nur ein Viertel so stark, es war wie David gegen Goliath. Doch David hatte Goliaths Code entschlüsselt. Das Überraschungsmoment lag auf Seiten der Amerikaner. Am Morgen des 4. Juni starteten diese auf Midway stationierten B-17 Flying Fortresses, um die japanische Invasionsflotte anzugreifen. Leider waren sie nicht sehr erfolgreich und mehrere kehrten nicht wieder zurück. In dem Bewusstsein, dass die Flotte der aufgehenden Sonne unterwegs war, konnten die Männer auf Midway nichts weiter tun, als auf den unvermeidlichen Angriff zu warten. Jeder tat das auf seine Weise. Als das Radar anfliegende japanische Jäger erfasste, marschierten die US Marines zu ihren Gefechtspositionen. 108 japanische Flugzeuge befanden sich auf dem Weg nach Midway. Dieses historische Firmendokument zeigt die heftige Abwehrschlacht und wurde von einem Kameramann des Navy Signalschorps unter der Regie des legendären John Ford gedreht. Doch das hier ist kein Hollywood-Film. Hier kämpfen und sterben Menschen direkt vor ihren Augen. Viele der hier startenden Marineflugzeuge sind von den angreifenden Japanern abgeschossen worden. Trotz einer vom Marinekommando angelegten Nebelwand fuhren die Japaner fort, die Insel anzugreifen. Das ist noch nicht so. Das ist bei einer der nächsten Kiffin-Notchins. Jetzt wird sie verletzt. Der erste Gedanke der Marines war es, aus den brennenden Hangars die Munition zu retten und sich dann erst um die Flugzeuge zu kümmern. Der japanische Angriff verursachte zwar schwere Schäden auf Midway, doch es gelang nicht, das Flugfeld zu zerstören. Die Stars und Stripes wehten immer noch. Bei ihrem ersten Angriff waren die Japaner gescheitert, doch sie waren entschlossen, nicht aufzugeben. Würden die Amerikaner ihnen dazu Gelegenheit bieten? Am 3. Juni konnte zwar die japanische Invasionsflotte geortet werden, doch erst am Morgen des 4. Juni konnte deren Position genau bestimmt werden. Aufgrund dieser Information liefen die US-Flugzeugträger Hornet, Enterprise und Yorktown sofort mit ihren Staffeln, bestehend aus Torpedo-Bombern und Tieffliegern aus, um die vier Flugzeugträger der japanischen Flotte anzugreifen. 150 amerikanische Flugzeuge erhoben sich in die Luft. Die Japaner waren sich der tödlichen Bedrohung durch die US-Flugzeugträger bewusst und begannen mit hektischen Vorbereitungen auf einen Gegenangriff. Die ersten Wellen der US-Jäger trafen die Japaner dabei an, wie sie gerade ihre Flugzeuge von Bomben auf Torpedos umrüsteten, um die US-Schiffe auf See angreifen zu können. Als die ersten amerikanischen Torpedo-Flugzeuge von japanischen Jägern abgeschossen wurden, schien es zuerst, als ob die kaiserliche Marine den Sieg davon tragen könnte. Doch dann erschien eine verspringte Gruppe von amerikanischen Tieffliegern am Himmel. In den kommenden fünf Minuten zerstörten sie drei von vier japanischen Flugzeugträgern. Das waren fünf Minuten, die das Kräftegleichgewicht im Pazifik veränderten. Vom verbliebenen japanischen Flugzeugträger starteten 28 Flugzeuge, um die Schwesterschiffe zu rächen. Sie trafen auf die USS Yorktown. Die japanischen Flugzeuge mussten durch heftiges Abwehrfeuer fliegen, doch es gelang ihnen, Amerikas bekanntesten Flugzeugträger tödlich zu treffen. Die Schlacht war noch nicht vorüber. Kurz zuvor waren von der Yorktown noch Flugzeuge gestartet, die auf den verbliebenen japanischen Flugzeugträger trafen und ihn auf den Grund des Meeres schickten. Nun konnten die Amerikaner nach Hause fliegen. Diese Piloten hatten den Verlauf des Krieges im Pazifik verändert und Japan eine katastrophale Niederlage beigebracht. Das Kaiserreich hatte vier Flugzeugträger, 322 Flugzeuge und 3.500 Mann verloren, darunter ihre besten Piloten. Japan war zum ersten Mal nach 300 Jahren besiegt worden. Doch dieser große Sieg hatte einen furchtbaren Preis gefordert. Der Flugzeugträger Yorktown und mehr als 140 Flugzeuge waren zerstört worden. Glücklicherweise wurden in den darauf folgenden Tagen viele amerikanische Flieger, die auf See notgelandet waren, durch Schiffe der Midway Task Force gerettet. Diese Männer hatten ihr Leben dafür eingesetzt, den japanischen Aggressor aufzuhalten. Ein japanischer Regierungssprecher sagte, Midway war die Rache der Amerikaner für Pearl Harbor. Der Verlust seiner Flugzeugträger bei Amerikas erste große Offensive zu Land in pazifischen Gefilden, bei Guadalcanal, wog für Japan schwer. Diese Farbauaufnahmen wurden im August 1942 von US Marines auf Guadalcanal gedreht. General Alexander Vandergrift sagte, die Marines sind hier, um sicherzustellen, dass die Insel eingenommen wird. An Land zu kommen war leicht, da sich die Japaner ins Innere der Insel zurückzogen. Bis zum 8. August hatten die Amerikaner die Kontrolle über eine Start- und Landebahn. Doch die gesamte Insel einzunehmen, erwies sich als schwere Aufgabe für die Marines. Sie mussten sowohl mit verzweifelt kämpfenden Japanern als auch mit den feuchten tropischen Temperaturen im Dschungel fertig werden. Beide Seiten wurden mit Truppen und Material versorgt und versuchten, das Kräftegleichgewicht zu ihren Gunsten zu verschieben. Was diese Farbauaufnahmen, die das einzige bekannte Filmdokument sind, nicht zeigen, sind die intensiven Kampfhandlungen zu Land und zur See, die noch weitere sechs Monate andauern sollten. Die Japaner zogen sich schließlich im Januar 1943 von der Insel zurück. Für die Alliierten war es die erste große erfolgreiche Offensive des Zweiten Weltkrieges. Kurz darauf wird es auf der anderen Seite der Welt zu einer weiteren kommen, im Wüstensand Nordafrikas. Die Welt kennt Nordafrika als Land der Pyramiden, Wüsten, Hitze und antike Geschichte. Während des Zweiten Weltkrieges machte die Schlacht um Nordafrika moderne Geschichte. Haben diese antiken Ruinen die deutsche Armee zu ihren Verteidigungsanlagen inspiriert? Im November 1942 führte der amerikanische General Dwight D. Eisenhower eine alliierte Invasion an der Westküste von Nordafrika an. Mit fortschreitendem Erfolg war Rommel bald eingekesselt zwischen Eisenhowers Armee im Westen und der britischen im Osten. Diese unbesungenen Helden benutzten Kameras statt Gewehre, um diese Bilder einzufangen, die die wahre Grausamkeit des Krieges illustrieren. Die Deutschen standen mit dem Rücken zur Wand. Doch Rommel war noch nicht so weit. Seine Armee hatte es sich zwischen einem alten französischen Fonds und einer Gebirgskette bequem gemacht. Dadurch zwang er die Alliierten, sich jeden einzelnen Zentimeter zu erobern. Und das taten sie, wie dieses unglaubliche Filmdokument von dieser Schlacht, die zwischen beiden Seiten tobte, beweist. Doch der Ausgang der Schlacht war nicht länger zu bezweifeln. Die Alliierten bekamen laufend frische, ausgeruhte Männer für ihr Nordafrika-Kur. Im April 1943 wurde Rommel nach Deutschland zurückberufen. Der zurückbleibenden Armee wurde befohlen, so lange auszuhalten, wie es nur irgend geht. Nachdem sie bis zu den Hafenstädten Bisertha und Tunis zurückgedrängt wurden, blieb den Deutschen nichts anderes übrig, als sich nach Europa zurückzuziehen. Mittlerweile wurde den Alliierten auf der anderen Seite der Welt im Pazifik klar, was für zähe Kämpfer die Japaner waren, auf einem winzigen Inselatoll namens Tarawa. Am 20. November 1943 begann der erste Offensivschlag gegen die Japaner. Das Hauptziel war Beshiu, eine Insel im Südwesten des Tarawa-Atolls. Dieser Konflikt wurde bekannt als die Schlacht von Tarawa. Tarawa liegt mitten unter den Gilbert-Inseln und besaß eine bedeutende Start- und Landebahn, die die Alliierten unbedingt einnehmen wollten. Diese historische Schlacht wurde um ein Stück Land geschlagen, das kaum halb so groß war wie New Yorks Central Park. Diese 19.000 Marines der 2. Division bereiten sich auf eine Schlacht gegen den am schwersten verteidigten Fleck der Erde vor. Der japanische Kommandeur hatte geprahlt, eine Million Männer könnten Tarawa nicht in 100 Jahren einnehmen. Der US-Admiral hielt mit einem ersten Bombardement vor der Invasion dagegen und sagte, wir werden Beshiu nicht neutralisieren, wir werden es nicht zerstören, wir werden es von der Erde vertilgen. Beide Männer werden am Ende an ihren Aussagen gemessen werden. Die Japaner hatten 20 Monate mit der Vorbereitung auf diese Schlacht verbracht, indem sie ein riesiges Netzwerk von Verteidigungspositionen errichteten. Unglücklicherweise hatten die Alliierten Planer es versäumt, auf die Gezeiten zu achten. Die Landungsfahrzeuge fuhren bei Ebbe los und liefen auf. Die Marines waren gezwungen, auf die Flut zu warten, während sie von den japanischen Gefechtsstellungen beschossen wurden. Gefechtsstellungen, von denen zu diesem Zeitpunkt angenommen wurde, dass sie bereits ausradiert worden waren. 4.500 japanische Elite-Soldaten hielten aus ihren Schützengräben die alliierte Invasion in Schach. Die Marines konnten sich nicht bewegen und die Verstärkungstruppen hatten Schwierigkeiten, zu den Landezonen vorzudringen. Schon bald waren die Strandabschnitte so von Toten und Verwundeten bedeckt, dass die Alliiertenpanzer nicht an Land kommen konnten, ohne über Leichen fahren zu müssen. Als die Nacht hereinbrach, hielten die Marines gerade eine Zehntelmeile des Strandes. Diese Zehntelmeile kostete die Marines ein Drittel ihrer 5000 Männer. Und der nächste Tag versprach, genauso verlustreich zu werden. Das Leben jedes Marines hing von seinem Willen ab, es auch zu riskieren. Diese Männer standen auf und kämpften gegen einen Kugelhagel. Es war kein leichter Weg, die Japaner aus ihren Stellungen zu verjagen. Es ging nur mit Granaten, TNT und Flammenwerfern. Am Ende des zweiten Tages war es den Marines gelungen, die Verteidigungslinien der Insel in der Mitte zu durchbrechen. Ein alliierter Sieg war nicht mehr zu bezweifeln, doch mussten noch viele Gefechtsstände ausgeschaltet werden, bevor die Insel als sicher betrachtet werden konnte. Die Japaner fochten buchstäblich bis zum letzten Mann. Die Opferzahlen unter den Marines erhöhten sich stetig. Die Japaner versuchten sogar vom Wasser aus alliierte Landungsfahrzeuge einzunehmen und dann mit deren Maschinengewehren die Marines an Land zu beschießen. Dieses Filmdokument, das sie heute sehen können, wurde von Marine- und Navy-Signalchor Kameraleuten aufgenommen, die sich in Lebensgefahr begaben, um diese Schlacht dokumentieren zu können. Sie drehten bis zum vierten Tag, als die japanischen Gefechtsstände schließlich ausgeschaltet werden konnten. Diese jungen Männer haben die nicht beneidenswerte Aufgabe, den Toten die Erkennungsmarken abzunehmen, die während der 76-stündigen Hölle von Tarawa gefallen waren. Mehr als tausend Marines waren in der dreitägigen Schlacht gefallen, weitere 2200 verwundet worden. Das Opfer dieser jungen Männer trug dazu bei, nicht nur einen bedeutenden Flugplatz im Pazifik einzunehmen, sondern auch den militärischen Planern eine wichtige Lektion zu erteilen. Diese Lektion rettete viele tausende weitere Leben während des Krieges im Pazifik, als die Alliierten sich Schritt für Schritt nach Japan vorkämpften. Dieser stabile japanische Bunker ist einer der Gründe, warum Tarawa so vielen Marines das Leben kostete. Man brauchte Bulldozer und eine Menge Schweiß, um diese Befestigung endlich zu zerstören. Nur 17 der 4500 japanischen Verteidiger überlebten die Schlacht, zusammen mit 129 koreanischen Zwangsarbeitern. Diese japanischen Soldaten haben ihre Kleidung abgelegt um darzulegen, dass sie nicht bewaffnet sind. Die feindlichen Überlebenden werden nun von denselben Marines versorgt, die sie vorher versucht haben zu töten. Am Ende des vierten Tages benutzen alliierte Flugzeuge das eingenommene Flugzeug für Aufklärungs- und andere Einsätze. Auf Tarawa waren extrem heldenhafte Taten nicht ungewöhnlich. Es wurden vier Medals of Honor verliehen, davon drei Posthum. Ein Kriegsberichterstatter fand vielleicht die besten Worte für den Sieg. Tarawa war ein Triumph des menschlichen Geistes. Gleichzeitig wurde ein weiterer Triumph in der Wüste Neu-Mexikos erreicht, nicht von Soldaten, sondern von Wissenschaftlern. Während des Zweiten Weltkrieges verdrängten die Flugzeugträger die Schlachtschiffe von ihrem Thron. Diese riesigen Schiffe veränderten die Kriegführung auf See eminent. Diese bemerkenswerten Bilder, die Sie nun sehen werden, geben Ihnen einen Eindruck in das Leben von Tausenden von Seeleuten, die auf diesen gigantischen Schiffen dienten. Die Flugdecks dieser Schiffe waren länger als drei Football-Felder. Während die Flugzeugträger sich in Richtung der kommenden Operationen begaben und kein Urlaub in Sicht war, gab es doch Zeit für ein wenig Spaß an Bord, um die Leute zu unterhalten. Diese Ozeanriesen waren schwimmende Städte mit einer Bevölkerung von 3.500 Personen, ausgestattet mit allem Erdenklichen, von Cola-Automaten über Leihbüchereien bis zu einigermaßen komfortablen Schlafquartieren. Für die Männer wurde gut gesorgt. Doch das Leben zwischen den Einsätzen verursachte auch teilweise große Langeweile an Bord, was die Männer schwächte. Und doch war die Angst allgegenwärtig. Die Männer mussten in wenigen Augenblicken kampfbereit sein können. Flugzeuge starteten, um einer Bedrohung in diesem Gebiet zu begegnen. Dieses vielen Dokument stammt von den Bordkameras amerikanischer Jagdflugzeuge, die hier ein japanisches Aufklärungsflugzeug angreifen. Wenn eine amerikanische Flotte von den Japanern entdeckt wurde, mussten die Kommandeure sofort entscheiden, was zu tun war. Ein Briefing über die Strategie fand statt, und gleichzeitig wurden die Maschinengewehre und Flugzeuge gefechtsbereit gemacht. Und schon kommt der Startbefehl an die Piloten über die Lautsprecher. Es kommt auf jede Minute an. Einer nach dem anderen hebt vom Deck des Flugzeugträgers ab, um die großen Schiffe vor dem Angriff japanischer Jagdflugzeuge zu schützen. Nach dem Start tun die Piloten ihr Bestes, damit der Sondereinsatz nicht gefährdet wird. Der Angriff ist zurückgeschlagen, doch nicht ohne Opfer, und nichts ist gefährlicher als ein Feuer an Bord. Jederzeit kann der Feind zurückkehren, manchmal mit furchtbaren Konsequenzen für die Flotte der Alliierten. Doch deren Jagdflugzeuge werden es dem Feind heimzahlen. Sie sehen jetzt eins der besten Film-Dokumente eines Gefechts, das je von Bordkameras amerikanischer Flugzeuge eingefangen wurde. Im Verlauf des Krieges hatten die Japaner immer weniger gut ausgebildete Piloten zur Verfügung, die ihre Schiffe schützen konnten. War das Ziel erst einmal gesichtet, gab es kein Entkommen mehr. Sie sehen hier kein gestilltes Szenario. Sie sehen ein echtes Gefecht in Echtzeit, so wie es die Piloten erleben. Zeit, heimzukehren zum schwimmenden Flugfeld, das sie Heimat nennen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Es ist die Aufgabe dieser Männer, die Flugzeuge zu einer sicheren Landung einzuwinken. Sie müssen dabei auf die kreuzenden Luftströmungen, das Stampfen des Schiffes und den Zustand des landenden Flugzeugs achten. Und wieder erhebt ein Feuer sein hässliches Haupt, welches so schnell wie möglich gelöscht werden muss, wegen des auf Deck gelagerten Treibstoffes und der Munition. Diese Männer riskieren ihr eigenes Leben, um das Leben eines eingeschlossenen Piloten zu retten, der sein Flugzeug wegen der leckenden Flammen nicht mehr verlassen kann. Außerdem befinden sich im Tank noch 280 Liter hochentzündlichen Treibstoffes. Die Chance einer Explosion ist hoch. Die Männer, die dieser Gefahr trotzen, verdienen wirklich eine lobende Erwähnung. Doch nicht immer sind nur die Flugzeuge beschädigt. Die Pilotenkanzel, wie Sie sehen können, ist blutverschmiert. Der Pilot ist schwer verletzt und trotzdem hat er es geschafft, das Flugzeug zu landen. Das ist das wahre Gesicht des Krieges. Und immer noch kehren einige heim. Die Schlacht geht weiter und die Opferzahlen steigen. Eine weitere Staffel kehrt im Formationsflug heim. Es ist unglaublich, dass die meisten Männer diese Crashs überlebten und sich am nächsten Tag wieder in eine Maschine setzten. Zerstörte Flugzeuge wurden über Bord geworfen, um an den Decks Platz zu schaffen. Die Piloten sagten, jede Landung, nach der man noch selbst laufen kann, ist eine gute Landung. Leider gelang das nicht jedem. Doch durch die Tapferkeit dieser Piloten wurden die Alliierten in die Lage versetzt, dass das Kriegsglück sich gegen die Japaner wendete und das Gleichgewicht der Kräfte sich im Pazifik verschob. Ebenso gelang das in Europa. Der mutige Einsatz der Bomberbesatzungen veränderte auch den Verlauf des Krieges gegen Deutschland. Am Anfang des Zweiten Weltkrieges starteten die Bomber von England und Nordafrika aus. Das war damals noch die einzige Möglichkeit zuzuschlagen, da fast ganz Europa besetzt war. 1943 hatten die Vereinigten Staaten genügend Flugzeuge in England stationiert, um Deutschland ernsthaft anzugreifen. Nach 25 Einsätzen wurde es den Bomberbesatzungen gestattet, heimzukehren. Die 25 war eine magische Zahl. Dieser Farbfilm unter der Regie der Hollywood-Legende William Wyler erzählt die Geschichte einer Besatzung, die gerade vor ihrem 25. Einsatz steht. Wenn es den Männern der Memphis Belle gelingt, sicher nach England zurückzukehren, dann können sie nach Hause in die Vereinigten Staaten. Und das ist die Crew der Memphis Belle von der 324. Staffel der 91. schweren Bombergruppe. Nur ein Flugzeug und eine Crew aus einer Staffel eines Geschwaders und einer Air Force. Von weiteren 15 United States Army Air Forces. Bleibt schön zusammen und sie wird uns zurückbringen, wie sie es immer getan hat. Die alliierten Flugzeuge haben insgesamt mehr als eineinhalb Millionen Tonnen Bomben auf Deutschland abgeworfen. Doch diese Angriffe forderten einen hohen Preis. Die Besatzungen wussten, dass von jedem Einsatz circa sechs Prozent der Bomber nicht zurückkehren würden und dass Verluste bis zu 25 Prozent nicht ungewöhnlich waren. An der Nase jedes Flugzeugs konnte die Persönlichkeit jeder Besatzung erkannt werden. Für die Crews waren ihre Flugzeuge mehr als nur Maschinen. Sie erinnerten an bessere Zeiten und nach 25 Einsätzen gab es eine Rückfahrkarte. Schon beim Start wussten die Männer, dass sie von schwerem Flakfeuer und deutschen Abfangjägern erwartet wurden, bevor sie ihren Einsatz abschließen und nach England zurückkehren konnten. Es erforderte die ganze Kraft eines Piloten, eine 30 Tonnen Flying Fortress in enger Formation zu halten. Doch die Formation ist die beste Verteidigung gegen feindliche Jäger. Als die Bomber von ihrem Einsatz zurückkehren, versuchte jeder auf dem Flugfeld zu erkennen, welche Maschinen das waren. Von jedem Fenster aus beobachtete man besorgt den Himmel. Die Memphis Belle war nirgends in Sicht. Ein Bomber nach dem anderen schwebte ein und begab sich auf den ihm zugewiesenen Platz auf dem Flugfeld. Zuerst wurden die Verwundeten versorgt. Dann kümmerte man sich um die Toten. Die Opferrate bei den Bomberbesatzungen war bis kurz vor Kriegsende wesentlich höher als die anderer US-Streitkräfte. Die Flugzeuge quälen sich bis zur Landung mit zerschmetterten Hecks. Der Rumpf übersät mit deutschen Kugeln, die Kanzeln zerstört. Doch die Besatzung lächelt und ist glücklich, dem Tod wieder einmal von der Schippe gesprungen zu sein, doch immer noch keine Sicht um den Memphis Belle. Die Memphis Belle kehrt endlich zum 25. Mal wieder auf die Erde von England zurück. Wieder alle Erwartungen sind die Männer der Memphis Belle sicher von ihrem 25. Einsatz zurückgekehrt. Viele Besatzungen hatten weniger Glück. 1943 stand die Chance, einen Einsatz zu beenden, eins zu drei. Bis zum Ende des Krieges hatten die Alliierten mehr als 50.000 Opfer zu beklagen und tausende weitere Männer wurden abgeschossen und gefangen genommen. Trotzdem gelang es, die deutsche Kriegsmaschinerie zu stoppen durch die Zerstörung von Fabriken, Ölraffinerien und Fernmeldezentren. Ohne die Wucht der Alliierten-Luft-Offensive wäre die Invasion Europas am D-Day nicht möglich gewesen. Und so geschah es. Am 5. Juni 1944 hatte sich die größte Armada, die es je gab, vor Südengland versammelt und lief zur Küste Frankreichs aus. Offiziell nannte sich dieser Plan Operation Overlord, wurde jedoch als D-Day bekannt. Als die Schiffe in Richtung Frankreich ausgelaufen waren, nutzten viele von denen, die sterben würden, die Zeit für eine letzte Rasur. Und dieser Hitler-Imitator lenkt für einige wenige Momente die Männer von dem Bevorstehenden ab. Rettungswisten sind Pflicht für jeden, sogar für diesen kleinen Kerl. Doch der Spaß hat ein Ende, als die Küste von Frankreich in Sicht kommt. Am nächsten Tag, dem Morgen des 6. Juni, wird versucht, Hitlers Befestigungsanlagen in der Normandie durch schweren Beschuss aufzuweichen, um die Landung für die Männer leichter zu machen. Doch bevor dieser Tag vorüber war, waren mehr als 10.000 von ihnen gefallen. Die Nacht vor der Landung. Hier sind einige der deutschen Verteidigungsanlagen, die überwunden werden müssen. Nun konnte die riesige Armada von Männern und Nachschub, die gebraucht wurden, um die Invasion Frankreichs fortzusetzen, landen. Endlose Tonnen von Nachschub wurden am ersten Tag auf den Stränden der Normandie angelandet. Um die einzelnen Landungsgänge abzusichern, war der nächste Schritt der Alliierten, die fünf Strandabschnitte zu befestigen, bevor die Deutschen reagieren konnten. Es war unbedingt erforderlich, dass die Männer von den Stränden abrücken konnten und der Nachschub gesichert war. Das sind die ersten von vielen deutschen Kriegsgefangenen, die die Alliierten auf dem Weg nach Osten machten. Geschwindigkeit war ein Aktivposten. Es war lebenswichtig, die Deutschen zu beschäftigen und ihnen keine Zeit zu einem Gegenangriff zu lassen. Die alliierte Luftüberlegenheit kostete vielen deutschen Soldaten das Leben. Doch die Alliierten hatten ebenso ihren Anteil an Gefallenen, als sie an den Strandabschnitten landeten. Nun sehen sie die Alliierten auf dem Weg nach Paris durch verwüstete Dörfer. Obwohl die Häuser zerstört waren, der Mut der Franzosen war es nicht. Bei ihrer Ankunft werden die alliierten Armeen begrüßt. Mittlerweile war fast ganz Frankreich in der Hand der Alliierten, doch der ultimative Feind war immer noch auf der anderen Seite des Rheins. Deutsche Kriegsgefangene füllten die Straßen, als die Alliierten sich nach Paris vorkämpften. Hitlers Träume von einem tausendjährigen Reich zerplatzten. Wieder und wieder zwangen die Alliierten die Deutschen zum Rückzug. Am 1. Juli befanden sich bereits mehr als eine Million Soldaten in Frankreich. Die abgekämpften Männer der Nachhut können nun für ein paar Tage eine Pause einlegen, um Atem zu schöpfen und ihre Post zu lesen. Die militärischen Führer der Alliierten, darunter der amerikanische General Omar Bradley, der britische General Bernard Montgomery und General George Patton mit den für ihn typischen Perlmutt besetzten Revolvern genießen einen Augenblick der Muße. Doch für die Männer an den Frontlinien gab es keinen Grund zum Lächeln. Die Deutschen kämpften während ihres Rückzuges verbissen weiter und hinterließen viele Städte in Schutt und Asche. Bis Mitte August waren mehr als 10.000 Deutsche gefallen und 50.000 weitere wurden gefangen genommen. Diese Gefangenen scheinen erleichtert zu sein, dass für sie der Krieg vorbei ist. Für viele war es die einzige Chance zu überleben, ohne als Deserteur gebranntmarkt zu werden. Diese Gefangenen und tausende weitere wurden wahrscheinlich in Kriegsgefangenenlager nach England und in die Staaten geschickt. Was das Beste war, das ihnen passieren konnte. Sie kehrten lebend und gut genährt nach Hause zurück. Als jede Stadt endlich befreit war, kamen die Franzosen heraus, um ihre Befreier zu begrüßen. Im Verlauf des Sommers befanden sich mehr und mehr Befreier auf französischem Boden, die sich alle Islands auf den Weg nach Paris machten. Die Frage, die sich stellte, war nicht, ob Paris befreit werden würde, sondern wer würde zuerst dort sein? Die Engländer, die Amerikaner oder die Franzosen? Die Deutschen wichen nicht ohne Gegenwehr zurück und bezahlten für jede von den Alliierten gewonnene Meile einen hohen Preis. Doch mehr als 240.000 deutschen Soldaten gelang es, über die Seen zu entkommen. Hinter sich sprengten sie die Brücken, was den Vormarsch aber nicht lange aufhielt. Es wurden behelfsmäßige Brücken errichtet, die den Fluss der vorwärtsdrängenden Truppen aufrechterhielten. Endlich war Paris in Sicht. Der deutsche Kommandeur erkannte, dass der Kampf um Frankreich verloren war und ignorierte Hitlers Befehl, die Stadt zu zerstören. Die Einwohner überschwemmten die Straßen, um ihre Befreier willkommen zu heißen. Männer, Frauen, Kinder, alle waren überglücklich, dass ihr Albtraum unter der Nazi-Herrschaft endlich beendet war. Niemand konnte seine Gefühle unterdrücken. Besonders die amerikanischen GIs nicht, die glücklich waren, noch am Leben zu sein. Vereinzelte Scharfschützen, die von der deutschen Kapitulation nichts wussten, feuerten auf die feiernde Menge. Deutsche Kriegsgefangene wurden durch die Stadt gefahren, um die Scharfschützen zum Aufhören zu bewegen. Einige von ihnen verabschiedete man mit einem letzten freundlichen Gruß auf ihre Uniform. Am 25. August 1944 erwies man der französischen Armee offiziell die Ehre, als Erste mit General Charles de Gaulle in Paris einzumarschieren. Die Einwohner waren außer sich vor Freude. Für sie war der Krieg vorbei, doch vor den Alliierten lagen noch viele Kilometer von Paris nach Berlin. Außerdem kämpfte Amerika noch an einer zweiten Front gegen die Japaner auf der anderen Seite der Welt. 1944 hindurch kämpften sich die US-Streitkräfte vorwärts in Richtung Japan. Sie hatten die Japaner auf Midway besiegt und sie von Guadalcanal und Tarawa vertrieben. Nach der Eroberung der Marshall-Inseln suchte man nach einer Methode, wie man Japan direkt schwächen konnte. Es kam zu heftigen Luftangriffen durch schwere Bomber zur Vorbereitung der Invasion Japans. Hier steigen gerade US-Flugzeuge auf, um japanische Flugzeugträger zu beschießen, die die Amerikaner von der Einnahme Saipans abhalten wollen. Diese bemerkenswerten Farbauaufnahmen stemmen von Tragflächenkameras amerikanischer Flugzeuge, als sie sich japanischen Jägern gegenübersehen. Die meisten erfahrenen Piloten Japans sind im Verlauf des Jahres 1944 umgekommen. Viele japanische Flugzeugführer bei diesem Gefecht hatten nur ein paar Monate trainieren können, bevor man sie ins Gefecht warf. Hinzu kam, dass das am meisten eingesetzte Flugzeug, die Mitsubishi Zero, mittlerweile veraltet war. Bei früheren Einzelkämpfen war ihre Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit ein großer Vorteil gewesen, doch Amerika hatte nun schnellere und besser bewaffnete Kampfflugzeuge. Sie fallen wie Blätter von den Bäumen, rief ein aufgeregter amerikanischer Pilot. Ein anderer schrie, meine Güte, das ist ja wie das altmodische Truthahn schießen. Dieser Satz verlieh letztendlich dieser Luftschlacht ihren legendären Namen. The Great Marianas Turkey Shoot, das große Truthahn schießen bei den Marianen. Dutzende japanischer Flugzeuge wurden binnen weniger Minuten zerstört. Die Welt ist ja wie das. Am Ende des Tages waren 300 japanische Piloten abgeschossen worden, während nur 29 amerikanische Flugzeuge während der Schlacht verloren gingen. Diese höchst einseitigen Einzelkämpfe hatten zur völligen Niederlage von Japans Luftstreitkräften im Pazifik geführt. Danach waren die Japaner nie wieder in der Lage, eine größere Luftoffensive im Zweiten Weltkrieg zu eröffnen. Aber die Schlacht um Saipan war erst halb vorüber. Die Piloten der Flugzeugträger richteten nun ihre Aufmerksamkeit auf die Insel selbst und begannen feindliche Einrichtungen zu bombardieren oder im Tiefflug zu beschießen. Die Piloten der Flugzeugträger Am 1. Juni begann die Invasion von Saipan, als 20.000 amerikanische Soldaten an der Küste landeten. 20.000 weitere sollten ihnen in den nächsten paar Tagen folgen. Das sollten genug sein, um die japanischen Verteidiger zu überwältigen. Doch die US-Streitkräfte trafen auf eine neue japanische Philosophie in der Schlacht um Saipan. Anstatt einer offensiven Strategie mit Banzai-Kräften hielten sich die Japaner zurück, gruben sich ein und töteten so viele Alliierte, wie sie konnten, bevor sie selbst ihr Leben verloren. Jeder Zentimeter Boden musste teuer mit Blut erkauft werden, denn die US-Truppen mussten die einzelnen Stellungen der japanischen Verteidiger erobern. Die Höhlen und Bunker, aus denen die Verteidigungslinien bestanden, mussten eine nach der anderen mit Granaten und Flammenwerfern neutralisiert werden. Die Invasion forderte ihren Tribut von den Soldaten. Eine Rasur war eine willkommene Pause vom Krieg. Erst am 9. Juli 1944 konnte die Insel endlich als sicher erklärt werden. Es hatte 23 blutgetränkte Tage gekostet, um die 26.000 japanischen Verteidiger zu besieden. Erst durch die Einnahme von Saipans Flugplatz war die Bombardierung Japans, das ca. 2100 Kilometer entfernt war, möglich geworden. Die Alliierten konnten jetzt damit beginnen, Japan zu isolieren. Das folgende Filmdokument ist schockierend. 4.500 japanische Soldaten, ohne Munition und hoffnungslos eingekesselt, griffen die US-Linien voller Verzweiflung an. Am Ende des Tages war jeder Einzelne von ihnen gefallen. Es war der größte Bansai-Angriff des Zweiten Weltkriegs. Hier spricht ein japanischer Soldat mit den verängstigten Zivilisten und bittet sie, aus ihren Verstecken zu kommen. Die japanischen Befehlshaber hatten den Zivilisten gesagt, dass die Alliierten ihre Frauen und Kinder vergewaltigen und umbringen würden. Das Gewehr eines erschöpften Marines kommt ins Bild, als die Soldaten versuchten, diese Familie zu überzeugen, dass ihr nichts geschieht. Man hatte den Inselbewohnern gesagt, dass es besser sei, Selbstmord zu begehen, als von den Amerikanern gefangen genommen zu werden. Glücklicherweise glaubten die meisten diesen Lügen nicht. Doch einige taten es, wie diese verängstigte Frau, die in den Tod sprang. Als das Schlachtfeld immer näher an Japan heranrückte, wurde das Blutbad immer größer und der Wert des Lebens für die Japaner nahm immer mehr ab. Im Februar 1945 kam es zu einer Konfrontation epischen Ausmaßes auf einem Inselchen von 12,8 Kilometer Länge, Iwo Jima. Der einzige Wert dieser Insel war ihr strategisch günstiger Flugplatz, der nur 1.000 Kilometer südöstlich von Tokio lag. Falls er eingenommen werden konnte, wäre der amerikanische Vorposten nahe genug an Japan, um alliierte Bomberflotten mit Begleitjägern einzusetzen. Das Datum dieser Kameraklappe liegt nur fünf Tage vor einem weiteren Kampfeinsatz dieser Männer. Jede Ablenkung von der schwierigen Herausforderung, die vor ihnen liegt, ist willkommen. Man rechnete mit der Einnahme von Iwo Jima innerhalb von zehn Tagen. Es dauerte 36 Tage. Am 17. Februar begann es. Der Morgen explodierte in einem Feuersturm aus Granaten und Raketen. Ein Kriegsberichterstatter auf einem der Schiffe schrieb, ich kann nicht glauben, dass irgendjemand so etwas überlebt, aber ich weiß es besser. Der Beschuss führte auf, als 120 Jagdbomber der Flugzeugträger abheben, um die Insel mit Napalm und MG-Feuer zu beharken. Doch dieses unglaubliche Bombardement konnte die Japaner nicht aus ihren unterirdischen Bunkern treiben. Am Morgen des 19. Februar landeten 60.000 Marines mit ihren Booten und begaben sich auf einen Zwei-Meilen-Trip ins Ungewisse. Die Männer hatten schon andere Schlachten im Pazifik geschlagen und sie wussten nur eines sicher. Sie standen einem sehr gefährlichen und verschlagenen Feind gegenüber. Es wurde geschätzt, dass 15.000 der Marines fallen würden. Doch wie es sich herausstellte, war die Zahl bei weitem zu tief gegriffen. Auf der Fahrt an Land versuchten einige Soldaten, japanische Sätze zu lernen. Doch Smalltalk war keine Lösung bei einem Feind, der gewillt war, sein Leben für den Kaiser zu opfern. So sah es für die Soldaten im Innern eines Landungsfahrzeuges aus, als die ersten Wellen auf den Strand von Iwo-Jima trafen. Das erste große Hindernis für die Marines war der vulkanische Sand, der so fein war, dass die amerikanischen Panzer kaum Halt auf dem Weg ins Innere fanden. Ein wütender Private, der zum Schaufeln eingesetzt wurde, sagte, es ist, als ob man ein Loch in ein Fass von Weizen gräbt. Um 17 Uhr befanden sich 30.000 Marines an der Küste von Iwo-Jima. Das erste Ziel war Maun Tsurabashi. Im Inneren des erloschenen Vulkans lauerten die Japaner. Der Plan war es, den Amerikanern zu erlauben, an Land zu kommen, ins Innere der Insel vorzustoßen und sie dann aus strategisch günstig gelegenen Unterständen abzuschlachten. Anfangs gelang es den Marines, von den Stränden ins Innere zu gelangen. Viele wurden dann dort verwundet. Diese Sanitäter bereiten die Verwundeten auf eine Evakuierung über die See oder durch die Luft vor. Die schnelle medizinische Versorgung rettete Tausenden das Leben. Die Sanitäter brachten ihr eigenes Leben in Gefahr, um ihren verwundeten Kameraden zu helfen. Es war eine raue Fahrt zu den Hospitalschiffen, aber erst einmal angekommen, wuchsen die Überlebenschancen der Soldaten enorm. Diese Kameraklappe illustriert die harten Kämpfe. Um vier Uhr morgens am zweiten Tag rettete dieses Landungsfahrzeug 226 Männer. Hunderte Boote taten es ihnen gleich. Für diese Männer ist der Krieg vorbei. Auf Iwo Jima hatte die japanische Luftwaffe eine neue Taktik, die zuerst auf den Philippinen eingesetzt wurde, die Kamikaze-Bombe. Der Pilot fungierte als menschliche Bombe. Den Kamikaze-Angriffen auf Iwo Jima fielen mehr als 300 Seeleute zum Opfer, die den Marines Nachschub brachten. Die Marines versuchten, die Japaner durch Mäuser und Artilleriebeschuss aus ihren Stellungen zu treiben. Das gelang so gut wie gar nicht. So blieb der einzige Weg, die japanischen Gräben anzugreifen, der Weg von oben. Als die Marines vorsichtig die Flanken des Surabashi erstiegen, konnten sie sogar aus dem Inneren des Vulkans japanische Stimmen vernehmen. In den kommenden vier Tagen wurden diese japanischen Stimmen systematisch mit Flammenwerfern und Handgranaten zum Schweigen gebracht. Es schien kein Ende des japanischen Widerstandes zu geben. Am 23. Februar schaffte es endlich eine Gruppe zäh kämpfende Marines über die Nordflanke des Mount Surabashi zum Gipfel. Sie kletterten den zerklüfteten Berg hinauf und hissten die amerikanische Flagge. Dieses Bild wurde zu einem der bekanntesten des Zweiten Weltkriegs. Am sechsten Tag der Schlacht hatten die Marines auch den größten Flugplatz eingenommen. Die amerikanischen Bomber konnten nun, begleitet von Jagdfliegern, Japan erreichen. Es bestand die Hoffnung, den Rest der Insel zu erobern, würde nicht so schwierig sein, wie die ersten Tage es waren. Diese Hoffnung bestand nur kurz. Um das nördliche Ende der Insel zu säubern, hatten die Marines felsiges Gelände zu überqueren. Sie bekamen es mit Scharfschützen und Mörserbeschuss zu tun. Die Japaner fochten, wie gewöhnlich, bis zum Ende. In einer Stunde waren 94 Marines gefallen, die versucht hatten, ein Gebiet von 900 Metern vor einer Höhle zu durchqueren. Da die Marines sie nicht bekämpfen oder beschießen konnten, setzten sie Flammenwerfer ein. Jeden Tag wurden nahezu 38.000 Liter Flammöl verbraucht. So sieht das wahre Gesicht des Krieges aus, denn die Kamera lügt nicht. Schließlich, nach 36 Tagen heftiger Kämpfe, ergaben sich die Japaner. Von den anfänglich 22.000 japanischen Soldaten, die Iwo Jima besetzt hielten, überlebten nur 1.000. 21.000 kämpften bis zuletzt. Diese Männer wählten das Leben. Mehr als 5.000 amerikanische Soldaten kamen bei der Einnahme der Insel zu Tode. Doch die US Marines hatten die schlimmste Schlacht ihrer Geschichte gewonnen. Admiral Chester Nimitz sagte später, auf dieser Insel wurde ungewöhnlich tapfer gekämpft. Das war ganz normal. Als das japanische Kaiserreich 1945 in seinen Grundfesten erschüttert war, zog es seine Truppen zu einem letzten Gefecht zusammen. Man erwartete eine US-Invasion auf Okinawa. Zwei Wochen lang bombardierten die Amerikaner die Insel mit einer Wucht, die 20-mal schwerer war als das Bombardement auf die Verteidigungsanlagen der Deutschen am D-Day. Ostersonntag, der 1. April 1945. 170.000 amerikanische Soldaten stürmen die Küste und treffen auf fast keinen Widerstand. Diese kriegsmüden Männer müssen noch einmal die Stärke haben, einen verbissen kämpfenden Feind zu besiegen. Ein Soldat sagte nach seiner sicheren Landung an der Küste, man sprach dabei für viele Kameraden, ich habe schon länger gelebt, als ich dachte. Die japanische Strategie war genauso wie auf den anderen japanisch besetzten Inseln. Sie warteten und lockten die Amerikaner ins Binnenland. Sie wollten ihre eigenen Kräfte nicht verschwenden. Okinawa aus der Luft. Anders als auf Iwo Jima findet man hier unten eine große Bevölkerungsdichte. Ihr letztes Gefecht im Zweiten Weltkrieg. Die Amerikaner eroberten langsam das Terrain, Meter für Meter und Haus für Haus. Die Japaner mussten sich auf das Südende der Insel zurückziehen. Wie langsam erlöschendes Feuer bekämpften sich beide Seiten bis zur Erschöpfung. Die Schlacht war brutal. Die GIs dachten zuerst, es ginge ganz schnell, doch es wurde von Tag zu Tag schwieriger. Der japanische Plan bestand darin, die amerikanischen Soldaten in sogenannte Killing Zones zu locken, was den Japanern auch gelang. Tausende alliierte Soldaten waren während der ersten Monate gefallen und ein Ende schien nirgendwo in sich zu sein. Der US-General Simon B. Buckner stand unter wachsendem Druck, die Schlacht um Okinawa zu beenden. Die Schiffe, die die Marines mit Nachschub versorgten, waren sehr verletzlich gegenüber japanischen Attacken. Buckner selbst starb auf der Insel unter Mörserbeschuss. Dann, als es nicht noch schlimmer werden konnte, kam Mutter Natur ins Spiel. 17 Tage lang regnete es. Das Wasser stand fast 40 Zentimeter. Die amerikanische Offensive kam fast zum Stillstand und die Zahl der Gefallenen wuchs konstant. Diese Kameraklappe dokumentiert die Schlacht um den Sugarloff Hill, ein Schlüsselelement in der japanischen Verteidigungslinie. Der erste Angriff durch Panzer wurde zurückgeschlagen. Bei einem zweiten Versuch kamen die Marines bis zum Fuß des Hügels, bevor auch sie zurückgeschlagen wurden. Ergebnis? 110 Männer von 150 waren gefallen. Es brauchte vier Tage und 2600 tote US-Soldaten, um schließlich die japanische Linie zu durchbrechen und Sugarloff Hill einzunehmen. Im Verlauf des Juni wurden die Japaner weiter zurückgedrängt. Ihre letzte Position befand sich auf dem felsigen Südende der Insel. Da die Insel stark vermint war, war jeder Schritt unsicher. Dieser Panzer wurde durch eine Antipanzermine zerstört. Die umstehenden Soldaten versuchen verzweifelt, das Feuer zu löschen, um die eingeschlossene Besatzung zu retten. Hier kommt ein Mann der Crew, der hinausgeschleudert worden war, um zu helfen. Er befindet sich in einem Schockzustand und wird beiseite geführt, als klar ist, dass nichts mehr für die Besatzung getan werden kann. Handgranaten und Flammenwerfer sind das letzte Mittel, als die Marines jede Höhle, jeden Winkel und jede Ecke nach japanischen Soldaten durchsuchen. Die meisten wollen kämpfen, sterben, doch dieses unglaubliche Film-Dokument zeigt eine seltene Ausnahme. Musik Das Töten geht auf beiden Seiten weiter. Die Kamera fängt den Schrecken des Krieges ein. Der Geruch des Todes ist überall. Der Sieg der Amerikaner kann nicht länger bezweifelt werden, doch die Frage bleibt, wie viele müssen noch sterben, bevor die Insel endlich als sicher erklärt wird. Musik Auch die letzten kämpfenden Soldaten wissen das. Die Amerikaner treffen immer öfter auf Zivilisten. Genau wie auf Saipan hatten die Japaner Lügen darüber verbreitet, was die barbarischen Invasoren Frauen und Kindern antun werden. Diese amerikanische Kameratafel spricht von der Furcht, die die Japaner den Einwohnern von Okinawa eingeflößt haben, dass die Marines sie töten würden. Häufig kümmern sich die GIs um hilflose Zivilisten, die ins Kreuzfeuer der Schlacht geraten sind. Mehr als 30.000 Inselbewohner, meistens Bauern und Arbeiter, wurden während der Schlacht getötet oder verwundet, doch die amerikanischen Truppen verdienten sich das Vertrauen der Überlebenden. Der Fuß dieses Mädchens wurde von den Japanern zur Strafe abgetrennt, weil es sich weigerte, aus dem Weg zu gehen. Die Kameraklappe erzählt die Geschichte. Mitte Juni ist das Ende schließlich in Sicht. Die gesamte Insel ist zum Schlachtfeld geworden. Ihre Städte sind Ruinen. Die Japaner kämpften weiter bis zum Tod und zwangen die amerikanischen Soldaten dazu, jeden Baum und jede Höhle als potenziellen Hinterhalt eines japanischen Scharfschützen zu betrachten. Dieser junge Scharfschütze wurde aus seinem Versteck getrieben, konnte jedoch wegen einer Wunde am Bein nicht entkommen. Seine Wunde wird von den Amerikanern versorgt. Am 21. Juni, nach 82 Tagen, erreichten die Amerikaner schließlich die Südspitze von Okinawa. Und die Japaner kapitulieren endlich. Die japanischen Verluste waren katastrophal. 110.000 Soldaten und Zivilisten waren umgekommen. Nur 7.400 Soldaten waren noch am Leben. Eine Höhle, was vorliegt in der planlichen Invasion von Japan. Als die Kapitulationserklärung offiziell bestätigt wurde, ergaben sich auch die Soldaten und legten ihre Waffen nieder. Das Kaiserreich hatte die größten Verluste an Menschenleben und die schlimmste Niederlage seiner Geschichte hinzunehmen. 4. Juli 1945. Das ist ein 4. Juli, den die Amerikaner auf Okinawa nicht feierten, doch immer in Erinnerung behalten werden. Mehr als 12.000 Amerikaner waren während der 82 Tage andauernden Kämpfe auf dieser kleinen Pazifikinsel gefallen. Die schrecklichen Verluste auf beiden Seiten in der Schlacht um Okinawa überzeugten den amerikanischen Präsidenten Harry Truman, die Invasion von Japan zu verschieben und Japan eine Chance zur Kapitulation anzubieten. Falls Japan nicht kapitulierte, würde er die Atombombe einsetzen. Laut militärischen Schätzungen wären mehr als eine Million Menschenleben bei einer Invasion Japans zu beklagen. Truman entschied stattdessen, die Atombombe abzuwerfen. Hier hören Sie Paul Tibbett, den Piloten des Flugzeugs, welches die erste Atombombe abwarf. Mr. Tibbett, wollen Sie uns etwas über Ihre Gefühle sagen, als Sie über dem Ziel waren? Das Flugzeug wurde von mehreren Wellen erschüttert. Wir wussten, dass die Bombe explodiert war. Es war ein voller Erfolg. Wir wendeten und warfen einen Blick auf den Explosionsherd. Der Anblick war mehr, als wir erwartet hatten. Wir sahen eine riesige Staubwolke, die aufstieg. Nach dem Schlag konnte man nur noch Ruinen in Hiroshima erkennen. Im Augenblick der Explosion waren alle Uhren stehen geblieben und 75.000 Menschen waren in diesem Moment tot. Hiroshima bestand nur noch aus Ruinen. Am Ground Zero hatten die Temperaturen fast 4000 Grad Celsius erreicht und 6,4 Quadratkilometer der Stadt verbrannt. Die Menschen, die sich dort aufhielten, waren einfach verdampft. Gebäude, die noch standen, waren die Ausnahme von der Regel. Diese Straßenbahn fährt ihre einsame Runde durch eine Wüste, die einmal das blühende Hiroshima war. Die Menschen versuchten ihr Bestes, inmitten der Ruinen weiterzuleben. Viele suchen inmitten der Zerstörung nach allem, was man irgendwie gebrauchen konnte. Ziegelsteine, die nicht zerbrochen waren, erzielten einen guten Preis. Die Wirkung der zerstörerischen Kraft der Bombe wurde durch Japans führende Wissenschaftler bestätigt. Doch die regierende Partei weigerte sich immer noch zu kapitulieren. Diese Menschen besuchen einen Schrein, der wie durch ein Wunder die Wucht der Bombe überstanden hat. Automobilverkehr war praktisch nicht existent. Zuverlässigere Transportmittel wurden benutzt, um Menschen und Güter innerhalb der Stadt zu transportieren. Eines hatte sich durch die Bombe nicht verändert. Die Tradition der offenen Märkte. Alles, was von Wert war, wurde dorthin gebracht und verkauft. Das Leben der Menschen von Hiroshima begann, sich langsam wieder zu normalisieren. Diese Menschen haben überlebt. Nur eineinhalb Kilometer vom Ground Zero entfernt sind die Verwundeten Zahlen höher als die der Toten. Doch die Explosion überlebt zu haben, garantiert nicht das Überleben an sich. Diese Frau hat noch Glück gehabt. Viele haben in den atomaren Blitz geschaut und ihr Augenlicht verloren. Niemand wusste, als diese Bilder entstanden, dass die Todesrate sich auf eine Viertelmillion Menschen allein durch die Explosion belief. Die radioaktive Verseuchung würde in der Folge noch viele weitere Todesopfer fordern. Die folgenden Bilder sind dramatisch. Sie zeigen die Behandlung von Strahlenverbrennungen. Doch selbst durch die Konfrontation mit der Zerstörung und dem Leid der Bevölkerung war die Zerstörung nicht gewillt zu kapitulieren. Erst die zweite Atombombe auf Nagasaki überzeugte sie. Die Zeitung von Strahlenverbnungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sterbe freudigen Herzens in dem Bewusstsein, dass unsere gewaltigen Leistungen ein einzigartiger Beitrag zur Geschichte sind, die mit meinem Namen verbunden ist. Dieser Krieg wird nicht so enden, wie die Juden sich das vorstellen, nämlich mit der Vernichtung der Arier, sondern mit der völligen Ausrottung der Juden. Ich spiele nicht Krieg und ich werde keine Befehle von Generälen entgegennehmen. Mit eisernem Willen bin ich entschlossen, unsere Feinde anzugreifen. Das ist meine Vision. Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs lebt das deutsche Volk mit den Konsequenzen einer katastrophalen Niederlage. Für die Hälfte der Arbeiter gibt es keine Beschäftigung. Einer von ihnen ist der Arbeiter Hans Becker. Tausende Fabriken sind geschlossen worden. Viele Deutsche müssen sich ihre Nahrung auf dem Schwarzmarkt besorgen. Alle sehnen sich nur nach besseren Zeiten. Wie viele andere habe ich alles verloren. Deshalb bin ich der Nationalsozialistischen Partei beigetreten. Die Nationalsozialisten, die Nazis, sind seit 20 Monaten an der Macht. Am 15. September 1934 ist eine Dreiviertelmillion Menschen nach Bückeburg gekommen, um ihren neuen Führer zu sehen, Adolf Hitler. Das Elend unseres Volkes ist nicht mit anzusehen. Die Arbeitslosigkeit muss überwunden werden. Deutsches Volk, gib uns vier Jahre. Möge der Allmächtige Gott seinen Segen für unsere Arbeit geben. Die Lehrerin Luise Schmitz. Ein Raunen ist in der Menge zu hören. Der Führer kommt. Die Erregung dieses Moments löst sich in einem einzigen Schrei. So viele glauben, er ist ihr Retter aus der unerträglichen Armut. Es ist unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass die Seiten in den Geschichtsbüchern, die über unseren Zerfall berichten, zerrissen werden. Aus Not, Elend und Armut wird ein neues deutsches Reich erstehen. Mit Hitlers Aufstieg verbreitet sich eine neue optimistische Stimmung. Die jüdische Ärztin Hertha Nathoff. Hitler ist Reichskanzler. Jeder ist begeistert. Es wird über nichts anderes gesprochen. Alle sind glücklich. Irgendwie mache ich mir Gedanken über ihre grimmigen Gesichter. Doch alle sind vereint in dem Gedanken, nun wird sich alles ändern. Durch Hitler verändert sich nach und nach das Leben des deutschen Volkes. Es gibt fast keine Arbeitslosen mehr und die Arbeiter können vom Staat subventioniert sogar Ferien im Ausland machen. Hans Bialas. Wer hätte früher je daran gedacht, dass ein deutscher Arbeiter es sich leisten kann, an die italienische Riviera zu reisen? Wir werden alle voller Dankbarkeit nach Deutschland zurückkehren und doppelt so hart arbeiten, um die Ziele unseres Führers zu verwirklichen. Zuhause in Deutschland wird die politische Opposition verboten. Polizei und Gerichtsbarkeit werden den Nazis unterstellt. Hitler hat die ganze Macht in Händen. Nicht jeder kann mich sehen. Doch ich fühle euch und ihr fühlt mich. Das Wunder unseres Zeitalters ist es, dass ihr mich gefunden habt. Und Deutschlands Glück ist es, dass ich euch gefunden habe. September 1935. Hitler verkündet neue Gesetze. Die deutschen Juden sind jetzt Bürger zweiter Klasse. Die Kinder erhalten neue Schulbücher über Rassenerziehung. Einen Juden erkennt man ganz einfach an seiner Nase. Sie ist krumm und gebogen. Die Lippen sind normalerweise wulstig. Und man kann ihn an seinen Augen erkennen. Der Blick ist hinterlistig. Wenn man eine gute Nase hat, kann man die Juden riechen. Jede Opposition im Land wird radikal unterdrückt. Zehntausende sitzen im Gefängnis. Der Journalist Stefan Lorand wagte es, den Führer zu kritisieren. Ich sitze in Zelle Nummer 24 und schreibe. Draußen wird ein neues Deutschland geschaffen. Viele Millionen begrüßen das. Hitler verspricht jedem genau das, was er sich wünscht. Ich denke, wenn sie aus ihrem Freudentaumel wieder erwacht sind, werden sie merken, dass sie vom Verführer und Lügner regiert werden. 1. August 1936. Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Spiele in Berlin. Hitler ist entschlossen, diese Spiele zu einem Glanzstück für sein neues Deutschland zu machen. Der jüdische Professor Viktor Klemperer. Ich fand die Spiele widerlich. Sämtliche Stammtischparolen wurden von den Straßen verbannt. Die Judenfrage, kampfeslüsterne Artikel, alles Offensive ist aus den Zeitungen verschwunden. Die Aufmerksamkeit unserer Gäste wird darauf gelenkt, wie friedlich und freundlich es hier vor sich geht. Am Ende der Spiele stehen die Deutschen an der Spitze des Medaillenspiegels. Das ist ein persönlicher Triumph für Hitler. 1940 werden die Spiele in Tokio stattfinden. Doch danach, für ewige Zeiten, nur noch in Deutschland. Drei Wochen nach den Olympischen Spielen begrüßt Hitler David Lloyd George, Englands früheren Premierminister, auf dem Berghof, seinem privaten Domizil in Berchtesgarten. An Hitlers Seite, sein Übersetzer, Paul Schmidt. Hitler war erfreut über den Besuch dieses weltberühmten Staatsmannes. Wir saßen an einem Tisch nah bei dem Fenster. Hitler sprach ganz aufgeregt über seine Erfahrungen als einfacher Soldat während des Großen Krieges. Ich stand oft englischen Soldaten gegenüber, sagte er. Lloyd George war so beeindruckt von Hitler, dass er seine Gedanken im Daily Express veröffentlichte. Die Idee eines furchteinflößenden Deutschlands nimmt in Hitlers neuer Vision keinen Platz ein. Den Deutschen steht definitiv nicht der Sinn danach, jemals wieder mit uns Krieg zu führen. Als Lloyd George den Berghof verlässt, präsentiert Hitler seinen Ministern ein geheimes Memo. Die Welt steuert auf einen neuen Konflikt zu. Die deutsche Armee muss zu den Besten der Welt gehören. Das ist lebenswichtig. Falls das nicht geschieht, wird Deutschland verloren sein. Wir müssen in vier Jahren bereit sein, Krieg zu führen. 18. Juli 1937. Adolf Hitlers persönlicher Pilot, SS-Oberscharführer Hans Bauer, begleitet ihn zu einer Veranstaltung, bei der 2000 Jahre germanischer Kultur gefeiert werden. Bauer ist es erlaubt, mit seiner Privatkamera zu filmen. Die 14-jährige Ingeborg Weber. Nach vier Jahren fragte uns der Führer, ob er seine Versprechen erfüllt hätte. Er hat Grossartiges bewegt. Es gibt keine Kommunisten mehr in Deutschland. Es gibt keine Arbeitslosigkeit mehr. Der Führer hat uns unsere Selbstachtung wiedergegeben. Seit sechs Jahren hat Adolf Hitler ein Geheimnis vor den Deutschen bewahrt. Vor allen verborgen, nur seine engsten Mitarbeiter wissen Bescheid, hat er eine Mätresse. Eva Braun. Das Wetter ist so herrlich. Und ich, die Geliebte des grössten Mannes der Welt, sitze hier und geniesse die Sonne. Hitler hat ihr eine Kamera geschenkt und Eva Braun filmt viel Privates. Ich bin so schrecklich glücklich, dass er mich so sehr liebt und ich bete, dass es immer so bleiben wird. Er hat die ganze Zeit den Kopf so voll mit Politik. Doch jetzt ist es Zeit, dass er ein wenig ausspannt. Nur Mitgliedern von Hitlers innerem Kreis war es gestattet, Eva zu sehen. Zu ihnen gehört auch Hitlers enger Freund, der Architekt Albert Speer. Ich traf nie jemanden, der so selten über seine Gefühle spricht. Sogar Eva gegenüber ist er niemals völlig entspannt und menschlich. Hitler und Eva vermeiden alles, was auf eine intimere Beziehung hindeuten könnte. Sie ginge nicht einmal gemeinsam nach oben ins Schlafzimmer. Ich habe zwar keine Sympathie für sie, doch ich empfinde Mitleid für diese Frau, die Hitler gegenüber so tiefe Gefühle hat. Die 25-jährige Eva stammt aus einer konservativen katholischen Familie. Als Hitler eine eigene Wohnung schenkt, schreibt ihr Vater einen Brief. Euer Exzellenz, ich befinde mich in einer extrem missvergnüglichen Position, aber ich muss Ihnen von meinem Kummer berichten. Ich glaube, dass Eltern die Aufsicht über ihre Kinder haben sollten, bis sie verheiratet sind. Das ist ein heiliges Prinzip. Das ist mein Ehrenkodex. Bitte sagen Sie ihr, sie soll zu ihrer Familie zurückkehren. Ihr sehr ergebener Fritz Braun. Doch Eva fängt diesen Brief ab. Er erreicht den Führer nie. Eva scheint immer glücklich zu sein und im Mittelpunkt zu stehen. Doch einige erhaltene Fragmente ihres Tagebuchs erzählen eine andere Geschichte. Wenn er mir sagt, dass er mich liebt, dann heisst das nur, er liebt mich in diesem besonderen Moment. Das ist wie mit seinen Versprechen, die er nie hält. Mir geht es schrecklich schlecht. Ich sollte fortgehen und mir Schlaftabletten kaufen, dann denke ich nicht mehr so viel nach. Eva hat schon zwei Selbstmordversuche hinter sich. Doch Hitler weigert sich, sie zu heiraten. Ein hochintelligenter Mann sollte eine primitive und dumme Frau wählen. Stellen Sie sich vor, ich hätte eine Frau, die sich in meine Arbeit einmischt. In meiner Freizeit möchte ich Ruhe haben. Ich kann nicht heiraten. Das ist das Gleiche wie bei einem Filmschauspieler. Wenn er heiratet, dann verliert er das gewisse Etwas für die Frauen, die ihn verehren. Dann ist er kein Idol mehr. 28. September 1937. Die Bevölkerung Berlins bereitet sich auf den Staatsbesuch des italienischen Diktators Benito Mussolini vor. Hitler schließt ein neues militärisches Bündnis. Wir beabsichtigen nicht, mit der Wiederbewaffnung Deutschlands ein Instrument militärischer Aggression zu erschaffen. Sondern im Gegenteil. Das tun wir ausschließlich zur Verteidigung und Erhaltung des Friedens. Hitler hielt eine Militärparade für Mussolini ab. Hitlers Übersetzer Paul Schmidt begleitet die beiden Diktatoren. Ich hatte Gelegenheit, die beiden zu beobachten. Hitlers Stimme war rau und oftmals heiser. Seine Augen glühten und sein Lachen hatte einen Anflug von Sarkasmus. Es gab eine interessante Zeremonie. Mussolini ernannte Hitler zum Ehrenoberst einer faschistischen Miliz. Hitler hat ebenso einen Pakt mit Japan unterschrieben. Nachdem er nun seine neuen Achsenmächte platziert hat, ist er bereit für seinen nächsten Zug. 12. März 1938. Hitler verkündet, Österreich heim ins Reich geholt zu haben. Hitler war in Österreich geboren und hatte immer von einer Verschmelzung seines Heimatlandes mit dem Großdeutschen Reich geträumt. Karl Tizian ist Soldat der österreichischen Armee. Uns wurde gesagt, wir sollten den deutschen Truppen gegenüber keinen Widerstand leisten. Gott schütze Österreich. Überall in den Straßen sieht man Menschen mit Hakenkreuzfahnen. Deutschland hat uns anscheinend vor den Kommunisten gerettet. Nun ist jeder Mann auf der Seite der Nazis. In Dornbirn feiern 10.000 Menschen die Umbenennung eines Platzes in Adolf-Hitler-Platz. Ein Volk! Ein Reich! Ein Führer! Ich glaube, es war Gottes Wille, einen Jungen von hier nach Deutschland zu entsenden und ihn zu einem Führer zu machen, der seine Heimat in das Reich zurückführt. Für mich ist das die stolzeste Stunde meines Lebens. Innerhalb weniger Wochen bekommen die Juden in Wien die wahren Absichten von Österreichs Retter zu spüren. Die 24-jährige jüdische Studentin Edith Haar. Die Nazis verschmieren die Schaufenster jüdischer Geschäfte und warnen die Leute, dort zu kaufen. Jeder, der das trotzdem tut, wird entweder verprügelt, totgeschlagen oder kommt in ein Konzentrationslager. Alle Leute um uns haben Angst. Sie werden geboren, um uns zu hassen. Erzogen, uns zu hassen. Und nun zerstören sie die Zivilisation, die uns vor dem Hass bewahrt hat. Es gibt sie nicht mehr. Hoch in den Bayerischen Alpen, in seinem Berghof, plant Hitler schon seine nächste Eroberung. Der Nazi-Propagandaminister Josef Goebbels schreibt in sein Tagebuch. Jetzt ist die Tschechoslowakei dran. Der Führer ist wunderbar. Ein wahres Genie. Stundenlang sitzt er über den Karten und brütet. Der Führer ist erfreut, dass die Tschechen so naiv sind. Eines Tages wird das Land in Stücke geschlagen werden. Und sie haben nicht die leiseste Ahnung, was geschehen wird. Arme Narren. Hitler behauptet, die Volksdeutschen des Sudetenlandes würden von den Tschechen unterdrückt. Deutsche Zeitungen sind voll mit lancierten Artikeln über Gewalttaten. Berichte über deutsche Truppenbewegungen überzeugen die westlichen Alliierten, England und Frankreich, dass diese strittige Grenzfrage zu einem Krieg führen könnte. Während des jährlich stattfindenden Nazi-Parteitages wird verkündet, dass die Verhandlungen mit der tschechischen Regierung abgebrochen wurden. Als Hitler seine Schlussansprache hält, hört ihm die ganze Welt zu. Ich fordere das Recht auf Selbstbestimmung für die dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen. Sie haben das Recht zu entscheiden, welchem Land sie angehören wollen. Ich fordere, dass die Unterdrückung dieser Deutschen in der Tschechoslowakei aufhört. Zwei Wochen später ist das Schicksal der Tschechoslowakei besiegelt. Hitler trifft sich mit dem britischen Premierminister Neville Chamberlain. Das Abkommen, welches gestern Abend unterschrieben wurde, ist ein Symbol für den Wunsch unserer beiden Völker, nie wieder miteinander Krieg zu führen. Ich glaube, wir haben den Frieden gesichert. Hitlers Truppen marschieren ins Sudetenland ein, ohne dass ein einziger Schuss abgefeuert wird. Ich habe Opfer gebracht und große Einschränkungen hingenommen. Das ist der letzte territoriale Anspruch, den ich habe. 12. Juni 1939. Hitler besucht seinen Heimatort, das kleine österreichische Dorf Fischlham. Der Sohn eines Zollbeamten legt Blumen auf das Elterngrab und besucht anschließend seine alte Schule. Es war hier, als meine Ideen Formen annahmen. Ich freundete mich mit den etwas stürmischeren Jungen an, die aus mir das Gegenteil eines Stubenhockers machten. Auch damals schon entwickelte ich mein Redetalent in heftigen Diskussionen mit meinen Schulfreunden. Worte und Wiesen waren meine Schlachtfelder. Hitler ist nun 50 Jahre alt. An seinem Geburtstag schreibt eine Frau Folgendes in der örtlichen Zeitung. Meine Kinder schauen zum Führer auf, als ob er zuständig sei für alles. Für sie ist der Führer der Erbauer der Welt. Die Schulkinder haben ein neues Lied mit folgendem Text gelernt. Adolf Hitler ist unser Retter, unser Held. Er ist der edelste Mensch in der ganzen weiten Welt. Für Hitler leben wir, für Hitler sterben wir. Unser Hitler regiert eine starke neue Welt. In ganz Deutschland schwören tausende neuer Rekruten einen Fahnen-Eid auf ihren Führer. Hitlers Adjutant, Oberleutnant Schmund. Der Führer sagt, dass die Lösung unserer Probleme Mut erfordert. Es geht um die Erweiterung unseres Lebensraums im Osten. Es gibt sonst keine andere Möglichkeit in Europa. Es bleibt keine Alternative. Wir müssen Polen bei der ersten Gelegenheit angreifen. Dieses Mal warnen England und Frankreich Hitler. Falls er Polen angreift, werden sie ihm den Krieg erklären. Der Nazi-Propagandaminister Josef Goebbels. Wir wissen ganz sicher, dass die Briten zu schwach und zu feige sind, sich uns in den Weg zu stellen. Der Führer sagt, dass man sich nicht vorstellen kann, wie verfault und morsch die britische Regierung ist. Die Dinge werden sich genauso entwickeln wie das letzte Mal. Es wird ein Nervenkrieg. Aber am Ende werden sie nachgeben. Doch zuvor muss Hitler erst eine andere Gefahr aus dem Weg räumen, bevor er Polen angreifen kann. Er schickt ein Geheim-Telegramm an den sowjetischen Machthaber. Herr Stalin, die Spannungen zwischen Deutschland und Polen sind intolerabel geworden und werden jeden Tag unerträglicher. Es wäre wünschenswert, miteinander in neue Beziehungen zu treten. Ich würde mich freuen, bald eine Antwort zu erhalten. Adolf Hitler. 48 Stunden später stimmt Stalin zu, sich nicht in Hitlers Pläne einzumischen. Mehr als zwei Millionen Männer warten auf die Befehle des Führers. Niemand wird je das Vertrauen des ganzen deutschen Volkes besitzen. Alle verlassen sich auf mich. Unsere Feinde haben nur zweitklassige Führer. Ich sah sie in München. Es gibt nur wenig zu sagen. Verschließt eure Herzen. Kein Mitleid. Handelt brutal. Wenn man einen Krieg beginnt, kommt es nicht auf das Recht an, sondern auf den Sieg. Am frühen Morgen des 1. September 1939 marschiert die deutsche Armee in Polen ein. Diese Sondermeldung wurde von Adolf Hitler selbst im Rundfunk in ganz Deutschland verbreitet. Werner Harz ist in Berlin. Die Straßen sind wie ausgestorben und man kann keine Truppen sehen. Ich höre keine jubelnden Menschen, so wie damals, 1914, als der große Krieg begann. Der Krieg ist lautlos ausgebrochen, als stünde alles unter einer Glocke. Zwei Tage später erklären England und Frankreich Deutschland den Krieg. Adolf Hitler hat den Zweiten Weltkrieg begonnen. Ein eingenommener Flugplatz in der Nähe von Warschau. Die Invasion ist erst drei Wochen alt, doch schon zeichnet sich für Polen die Niederlage ab. Hitler beglückwünscht seine Truppen. Endlose Kolonnen der polnischen Armee gehen in die Kriegsgefangenschaft. Es bleibt ihnen nichts übrig. Sie müssen sich ergeben und ihre Waffen niederlegen oder sie werden erschossen. Ein Teil des Geheimpakts mit Stalin beinhaltet, dass die Rote Armee in Ostpolen einmarschiert. Als die Polen sich noch immer weigern, sich zu ergeben, wird die Hauptstadt Warschau verwüstet. Panzergrenadier Gerhard Mayer. Uns begegneten Flüchtlinge in Massen, die auf Pferdewagen die Stadt verließen. Unsere Artillerie hatte heute riesigen Spaß gehabt. Alles wird kaputt geschossen. Es stehen Leute an der Straße, die uns mit Hass in den Augen ansehen. Hitlers Sieg über Polen kostet 70.000 Menschen das Leben. Die Nation Polen existiert nicht mehr. Hitler hofft, dass die Zerstörung Polens, England und Frankreich zur Warnung dient. Er macht ihnen ein Friedensangebot. Als dieses abgelehnt wird, ist er wütend. Josef Goebbels. Der Führer glaubt, England braucht einen K.O.-Schlag. Englands Macht ist einfach nur noch ein Mythos und nicht länger Realität. Umso mehr ein Grund, warum es vernichtet werden muss. Vorher wird es keinen Frieden in der Welt geben. Das dem König der Belgier und seiner Art, die wir in den K.O.-Schlag. 10. Mai 1940. Hitler beginnt im Westen den Blitzkrieg. Er erwischt die Alliierten auf dem falschen Fuß. Der gefreite Hans Gocker. Meine geliebte Frau, wie kann ich dir nur diese Erfahrung beschreiben? Von allen Seiten können wir den Marsch Tausender spüren. Der Lärm der Artillerie verstummt nie und wir folgen seinem Echo. In nur zwei Wochen treibt die deutsche Armee die Alliierten in die Flucht. In Dünnkirchen sind mehr als 340.000 Männer der britischen und französischen Armee gezwungen, Frankreich zu verlassen. Peter Zuff ist einer der ersten deutschen Soldaten am Strand. Man kann die Panik der Engländer kaum beschreiben. Stell dir das Bild völlig verlassener Strände vor. Sie sind bedeckt mit weggeworfenen Waffen, stehengelassenen Kanonen und Unmengen von Fahrzeugen und Panzern. Nach dem Fall von Dünnkirchen befindet sich nun die ganze französische und belgische Küste in unseren Händen. Die britische Armee ist geschlagen und Frankreich steht völlig allein. Hans Bauer, Hitlers Pilot, filmt die triumphale Ankunft seines Führers in Frankreich. Soldaten der Westfront, ihr habt mich nicht enttäuscht. Der bedeutendste Plan der Geschichte zur Besetzung Frankreichs wurde realisiert, dank eurer unvergleichlichen Tapferkeit. Unser Sieg erteilt unseren Feinden eine historische Lektion. 2. Juni 1940. Die Franzosen ergeben sich. Für einige deutsche Soldaten ist indessen der Preis für den Sieg zu hoch. Der gefreite Hans Gotthard. Meine geliebte Frau, ich bin innerlich völlig erschüttert. Unsere Soldaten benehmen sich wie grausame Kinder. Wenn wir diesen Krieg gewonnen haben, kann ich mir all diese enthusiastischen Reden zu Hause über unsere Führerschaft und den Truppengeist vorstellen. Im Augenblick muss ich jedoch sagen, das ist alles nicht wahr. Wir haben nur aufgrund unserer Niederträchtigkeit gewonnen. 28. Juni, 6 Uhr morgens. Hitler trifft in der besiegten französischen Hauptstadt ein. In kaum sechs Wochen heroischen Kampfes haben unsere Soldaten den Krieg im Westen beendet. Ihre Taten werden in die Geschichte eingehen. Das war der ruhmreichste Sieg aller Zeiten. Ich ordne eine Beflaggung für das ganze Reich an. Und die Glocken sollen sieben Tage lang läuten. Nur England steht Hitlers Totalherrschaft über Europa noch im Wege. Eine Woche später kehrt er nach Berlin zurück. Hunderttausende säumen die Straßen und jubeln ihn zu. Er macht England ein weiteres Friedensangebot. Mr. Churchill sollte mir vertrauen. Die Fortsetzung dieses Krieges wird in der völligen Zerstörung von einer unserer beiden Nationen enden. Und ich weiß, das wird England sein. Ich richte einen weiteren Appell an ihre Vernunft. Winston Churchill weist das Angebot zurück. Die Schlacht um England hat begonnen. Hitler glaubt, dass seine Piloten erst die Royal Air Force eliminieren müssen, bevor eine Invasion stattfinden kann. Dieses Mal treffen sie auf einen schwereren Gegner. Messerschmittpilot Ulrich Steinhofer. Ich kann berichten, dass ich nun meine vierte Spitfire abgeschossen habe, aber das kostete mich einen ausgezeichneten Piloten. Am Tag zuvor hatten wir drei weitere Verluste. Meinen Flügelmann hat es auch erwischt. Es sind nur noch zwölf von uns übrig. Die Briten haben jetzt neue Motoren in ihren Spitfires und wir können kaum mit ihnen mithalten. Eine Woche später wurde Ulrich Steinhofer von einem Engländer abgeschossen. Als Churchill den Befehl zur Bombardierung deutscher Städte gibt, lenkt das Hitlers Aufmerksamkeit von der Royal Air Force ab auf die Briten selbst. Wenn die Royal Air Force 2000 oder 4000 Bomben abwerfen sollte, dann werden wir 200.000 oder 400.000, wenn nicht sogar eine Million Bomben in einer Nacht abwerfen. Wenn sie ihre Luftangriffe verstärken, werden wir ihre Städte ausradieren. Hitlers Piloten bombardieren England Tag und Nacht. In den kommenden neun Monaten werden mehr als 40.000 Menschen getötet. Von hier oben sieht alles gleich aus. Häuser, Straßen, grüne Felder, Fabriken, Kanäle. Die ersten Flackgeschosse sehen ziemlich harmlos aus wie kleine Rauchwolken. Nur jedes Wölkchen ist ein explodierendes Geschoss. Geschosssplitter pflastern den Himmel. Pilot an Bombenschütze. Okay, wenn du es erfasst hast. Nun übernimmt Evans die Memphis Bell und steuert von seiner Seite aus. Nun sind wir sehr verletzlich. Während des Bombenabwurfs können wir der Flack oder den Jagdflugzeugen nicht ausweichen. Hier ist schon der erste. Kanzelschütze, Feuer. Evans muss die Luftschlacht ignorieren. Er ist im Anflug auf das Ziel und Seitenwind macht ihm zu schaffen. Bombenabwurf. Wir нож werden die Luftschlacht per wipe, die libe ausg archeisch Nova Die erste Hälfte des Einsatzes ist vorüber. Die leichte Hälfte. Es ist Zeit, heimzufliegen. Jäger auf 6 Uhr. Dies ist der Blickwinkel eines Schützen. Ein Punkt am Himmel, das ist ein Jagdflieger. Ein kurzes Aufblitzen, das heißt, er schießt auf dich. 2300 Mal pro Minute. Bei einer Luftschlacht ist eins der wichtigsten Instrumente an Bord die Sprechanlage. Da sind noch mehr. Sie kommen von 1 Uhr. Ich sehe sie. Wir kriegen Ärger auf 2 Uhr. Hab sie im Auge. Ein Motor hat Feuer gefangen. Hinter uns ist ein ganzer Schwarm. Hab einen am Heck erwischt. Noch einen. Nimm dir den da vor, ich hab ihn nicht im Schussfeld. Pass auf ihn auf, Scotty. Feuer! Ich glaub, ich hab ihn. Oh Mann, Jungs, aussteigen. Die Steuerung versagt. Ja, ich seh was. Der Heckschütze steigt aus. Was ist mit dem Piloten? Ich seh Feuer auf 3 Uhr. Er macht eine halbe Rolle und kommt direkt auf uns zu. Doch die Briten weigern sich weiter aufzugeben. Die Luftwaffe erleidet schwere Verluste. Bomberpilot Peter Stahl. 16. Oktober. Unsere Verluste belaufen sich auf 4 Bomber samt Besatzung. Das ist ein schwerer Schlag. Und morgen lautet das offizielle Kommuniqué, dass unsere tapferen Männer lebenswichtige Ziele des Feindes getroffen und schweren Schaden angerichtet haben. Doch unsere eigenen Verluste sind minimal. Die Besatzungen sind langsam mit ihren Nerven am Ende. Im Mai 1941 hat Hitler die Schlacht um England verloren. Es ist das erste Mal, dass er auf einen ebenbürtigen Gegner getroffen ist. Ich bin kein Mann, der einen Kampf einstellt, der erst begonnen hat. Ich habe das bis jetzt immer bewiesen. Und Churchill werde ich es auch beweisen. Der Sieg hat Hitlers neuen Ostprovinzen ein neues, brutales Regime beschert. Die Polen haben eine ungermanische Bevölkerungsschicht. Sie ist fauliges Material. Es sind die Juden. Es sind die ekelhaftesten Untermenschen, die man sich vorstellen kann. Wenn Polen noch länger bestanden hätte, wäre alles verlaust. Hier ist eine feste und harte Hand vonnöten. Gemäß Hitlers Befehl müssen alle Juden eine spezielle Armbinde tragen. Sie werden zusammengetrieben und gezwungen, in Ghettos zu leben. Das größte Ghetto befindet sich in der alten Hauptstadt Polens, in Warschau. 400.000 Juden sind hier in den Mauern eingeschlossen. Die 17-jährige Maria Berg. Das Ghetto wird von Tag zu Tag voller. Es gibt einen konstanten Strom neuer Flüchtlinge. Die Menschen sind zerlummt und barfuss. Sie haben traurige Augen, viele sterben. Die Sterberate steigt ständig bis zu 50 Menschen pro Tag. Ich sah ein weinendes, kleines Mädchen. Es sah mich mit seinen blauen Augen an und sagte, ich habe Hunger. Wieso kommt uns niemand zu Hilfe? Wie lange werden wir hierbleiben müssen? Josef Goebbels. Der Führer prophezeite, dass die Juden einen neuen Weltkrieg verursachen würden. Jetzt werden sie ihre Vernichtung erfahren. Der Weltkrieg ist jetzt da. Und die Ausrottung der Juden ist die notwendige Konsequenz. Gegen Ende des Jahres 1942 werden fast 300.000 Männer, Frauen und Kinder vom Warschauer Ghetto ins Todeslager von Treblinka gebracht. Hitlers Endlösung hat begonnen. Nach seiner Niederlage durch die Royal Air Force hat Hitler seine Pläne von einer Invasion Englands begraben. Er gibt Befehle für einen neuen Krieg. Dieses Mal gegen seinen Verbündeten, die Sowjetunion. Der Stabschef General Harder. Der Führer sagt, wenn er Russland besiegen kann, ist Englands letzte Hoffnung dahin. Er glaubt, ein Feldzug gegen die Sowjetunion wird ein Kinderspiel sein. Einige von Hitlers Generälen beginnen seine Führungsqualitäten anzuzweifeln. Stellvertretender Einsatzleiter General Waremund. Das heißt, wir bringen uns selbst in die Situation eines Zweifrontenkrieges, den wir bis jetzt glücklicherweise vermeiden konnten. Wir bräuchten jemanden, der dem Führer entgegentritt, aber es gibt niemanden. Seit 20 Jahren hat Hitler schon davon geträumt, den Kommunismus aus der Welt zu schaffen. Der Kommunismus ist eine enorme Gefahr für unsere Zukunft. Wir müssen jeden Gedanken an eine Kameradschaft zwischen Soldaten vergessen. Dies wird ein Vernichtungskrieg werden. Im Morgengrauen des 22. Juni 1941. Mehr als drei Millionen deutsche Soldaten überschreiten die Grenze zur Sowjetunion. Hitlers Vertrag mit Stalin ist nichtig. Die Operation Barbarossa hat begonnen. Karl Fuchs ist kanonier der 7. Panzerdivision. Krieg ist nicht halb so schlimm, wie es klingt. Die Russen fliehen überall vor uns. Gestern habe ich einen russischen Panzer abgeschossen. Wenn ich noch einen zerstöre, kriege ich endlich meine ersten Streifen. Wir werden die bolschewistischen Schweine aus der ganzen Gegend hier vertreiben. Ich wünschte, du könntest mich jetzt sehen. Ich bin ganz braun von der Sonne. Wir alle glauben an einen schnellen Sieg. Ein Offizier des 105. Polizei-Bataillons schreibt nach Hause. Liebe Hanna, die Anzahl der Gefangenen, die wir machen, wächst von Tag zu Tag. Unser Bataillon hat die Aufgabe, sich um sie zu kümmern. Wir erschießen sie, einen nach dem anderen. Wenn man weiß, dass diese Männer deutsche Soldaten getötet haben, ist es nicht mehr so schwer, sie zu erschießen. Bitte liest das nicht unserem Sohn vor. Bis zum Ende des Krieges sind drei Millionen sowjetische Kriegsgefangene getötet worden. 26. August 1941. Hitler besucht die Ostfront. Während die Rote Armee sich in vollem Rückzug befindet, sind große Teile des sowjetischen Herzlandes in deutschen Händen. Hitlers Plan für ein großes Ostreich beginnt, Formen anzunehmen. Was Indien für die Engländer ist, wird Russland für uns sein. Wenn ich nur dem deutschen Volke verständlich machen könnte, was dieser Raum für unsere Zukunft bedeutet. Lasst uns von den Briten lernen. Es ist besser, es mit einem gigantischen Schlag aufzuteilen. Als erstes regieren wir das Land, dann verwalten wir es und schließlich beuten wir es aus. Doch Hitler und seinen Generälen gelingt es nicht, die Rote Armee vor Einbruch des strengen russischen Winters zu besiegen. Die Operation Barbarossa kommt zum Stillstand. Und dann, am 7. Dezember, erhält Hitler die Nachricht, dass seine Verbündeten, die Japaner, Pearl Harbor bombardiert haben. Jetzt hat Adolf Hitler einen weiteren Feind, die Vereinigten Staaten. Keine Macht kann uns erschüttern. Ich bin der Führer eines Reiches, das tausend Jahre dauern wird. Churchill und Roosevelt sitzen da drüben in ihrer kleinen plutokratischen Welt und hinter den Kulissen ziehen die Juden die Fäden. Ich habe mein Volk hinter mir. In der Wüste von Neu-Mexiko werden im Dezember 1942 die ersten Schritte unternommen, um eine Atombombe von furchtbarer Gewalt zu zünden. Die Geschichte beginnt 1939. Albert Einstein schrieb dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt und warnte ihn, das Deutschland an der Atomspaltung forscht, um eine Atombombe zu entwickeln. Roosevelt genehmigte daraufhin eine der größten und geheimsten Operationen, die es je gab, das Manhattan-Projekt. Tausende Wissenschaftler und Ingenieure aus dem ganzen Land wurden aufgerufen, um am Bau der Bombe mitzuwirken. Alle arbeiteten an verschiedenen Teilen des Projekts und hatten keine Ahnung, wie das Endresultat aussehen würde. Doch dieser Mann, Robert Oppenheimer, wusste es. Er hatte die brillantesten Physiker versammelt, um das Puzzle zusammenzusetzen. Im August 1944 waren sie fast fertig. Oppenheimer und seine Mitarbeiter waren besorgt, wie sich ihre Theorien auswirken würden. Nach Monaten des Zusammenbaus und Testens der Teile wurde die Implosionsvorrichtung auf die Spitze eines 50 Meter hohen Turms gebracht, von wo aus sie gezündet werden sollte. Die Bombe bekam den Spitznamen Fat Man. Sie war circa 3,30 Meter lang und wog circa 5000 Kilogramm. Viele glaubten nicht, dass sie explodieren würde. Andere waren besorgt, dass sie es tat. Es wäre vielleicht das Ende der Welt. Am 16. Juli 1945 erwiesen sich beide Annahmen als falsch, denn Fat Man explodierte. Die Explosion verursachte eine große, pilzförmige Wolke, die 12.300 Meter hoch hakte. Die Entwicklung der Atombomber sollte bald für ein Ende des Krieges sorgen. zwischenzeitlich arbeiteten die Deutschen an ihrer eigenen ultimativen Waffe, an einem geheimen Ort namens Peenemünde. Das Abwurfziel war lokalisiert worden und wir machten drei Anflüge. aber wir kamen nicht richtig heran. Also nahmen wir uns das zweitrangige Ziel vor, es war Nagasaki. Zwischenzeitlich hatte mir der Flugingenieur mitgeteilt, dass wir nur noch 1500 Gallonen Treibstoff hatten. Commander Ashworth und ich führten eine kleine Unterhaltung mit dem Bombenschützen und dem Navigator und warfen die Bombe über Nagasaki ab. Wir waren erleichtert, sie los zu sein und noch mehr erleichtert, als wir den unglaublichen Blitz sahen. Da wussten wir, sie hat funktioniert. Jetzt hatten wir es endlich geschafft. Es gab mehr als 35.000 weitere Tote. Japans Regierung stimmte endlich einer bedingungslosen Kapitulation zu. Der Zweite Weltkrieg war beendet und ein neues Atomzeitalter begann. Als der Winter vorbei ist, startet Hitler eine neue Offensive. Er ist überzeugt, dass die Rote Armee sich in Auflösung befindet. Leutnant Wilhelm Brühler. Endlich sind wir wieder in unserem Element. Es ist üblich, dass wir die Initiative ergreifen, Herr Stalin. Weder sie noch ihre Bestien können uns aufhalten. Was für ein ohrenbetäubender gigantischer Lärm. Schuss auf Schuss. Ein endloses Inferno. Das Land ist von dickem Nebel eingehüllt. Wir danken Gott, dass diese Schlacht nicht auf deutschem Boden geführt wird. Als die deutsche Armee die Volga erreicht, befiehlt Hitler die Einnahme von Stalingrad. Seine Soldaten sind nun über 1600 Kilometer von zu Hause entfernt und gefährlich exponiert. Hitlers Generäle schlagen einen Rückzug vor, doch Hitler ist dagegen. Glauben Sie, Sie könnten mir erzählen, wie der Mann an der Front denkt? Wo waren Sie im Ersten Weltkrieg? Ich fordere von Ihnen die gleiche Härte wie von den Frontsoldaten. Hitler befiehlt keinen Rückzug. Drei Monate später hat die Rote Armee eine Viertelmillion deutscher Soldaten in Stalingrad eingekisselt. An der Heimatfront bereiten sich die Menschen auf Weihnachten vor. Einige Familien der eingeschlossenen Soldaten erhalten Briefe, die mit der Feldluftpost ausgeflogen wurden. Der gefreite Werner Bunnemann. Mein lieber Sohn, ich hoffe, das ist das letzte Weihnachten, das du ohne mich feiern musst. In Russland gibt es fürchterliche Winterstürme. Wir haben momentan minus 30 Grad. Wie schön muss es in warmen Räumen sein. Nächstes Jahr werde ich hoffentlich wieder bei dir sein. Alles Liebe von deinem Vater Werner. Fünf Wochen später ergeben sich die 90.000 überlebenden deutschen Soldaten in Stalingrad. 80.000 werden in sowjetischer Kriegsgefangenschaft sterben. Gefreiter Werner Bunnemann ist einer von ihnen. Werner Bunnemann ist einer von ihnen. Der Krieg fordert immer mehr Menschenleben. Jetzt werden sogar alte Männer und Jugendliche zum Kampf ums Vaterland gerufen. Aus dem Tagebuch des 15-jährigen Wolfgang Finteisen. Wir haben die Männer ersetzt, die an die Front gegangen sind. Bis jetzt haben Soldaten diese Kanonen bedient. Es ist sehr aufregend. Das gefällt mir viel besser als die Schule. Wir sind jetzt jeden Tag 24 Stunden im Dienst. Wir sind jetzt keine Kinder mehr. Wir sind jetzt Männer. Deutschland leidet jetzt auch unter Luftangriffen. Die Alliierten bombardieren die Städte. Am 27. Juli ist das Ziel von 700 britischen Bombern Hamburg. Der Feuersturm ist von dem Hamburger Feuerwehrmann Hans Brunswick gefilmt worden. Das Feuer ist wie ein Gewittersturm ohne Regen. Die Hitze ist unerträglich. Ich sehe Menschen auf den Straßen liegen. Ich versuchte ihnen zu helfen, doch sie waren schon tot. Hamburgs Straßen sind mit Leichen übersät. Einige sind so verbrannt, dass nur noch Skelette übrig sind. Andere sind nur noch kleine Häuflein Asche. Allein in Hamburg kommen mehr als 40.000 Menschen um. Hitlers Ratgeber wollen, dass er die Ruinen aufsucht, um die Moral der Menschen zu heben. Sein Minister Albert Speer. Ich versuchte mehrere Male Hitler zu überreden. Goebbels hatte die gleiche Idee, doch umsonst. Dabei verwies er ständig auf das Beispiel von Churchill. Wenn ich allein an die Propaganda denke, dann hätte ich einen solchen Besuch gemacht. Doch Hitler ließ sich nicht blicken. Er blieb in seinem Bunker an der Ostfront. Wenn das deutsche Volk nicht länger mehr so stark und opferbereit ist, wenn es nicht mehr länger sein Leben und seine Existenz einsetzen will, dann verdient es seinen Untergang und die Vernichtung durch eine stärkere Macht. Wenn das so ist, dann werde ich keine Träne vergießen. Tief in den Wäldern Ostpreußens liegt Hitlers geheimes Hauptquartier. Die Wolfsschanze ist ein riesiger Komplex von getarnten Gebäuden und unterirdischen Bunkern. Von hier aus führt Hitler seinen Krieg. Seine Gesundheit hat sich verschlechtert, er hat Herzprobleme und erste Anzeichen einer Parkinson-Erkrankung treten auf. General Heinz Guderian. Seit ich Hitlers letzt gesehen habe, ist er sehr stark gealtert. Sein Rücken ist gebeugt, seine Hand zittert. Seine Augen haben ihr früheres Feuer verloren. Er verliert leicht die Beherrschung und reagiert unberechenbar. Hitlers Verbündeter, der faschistische Diktator Rumäniens Marshal Antonescu besucht ihn, um um die sich verschlechternde Kriegssituation zu besprechen. Hitlers Adjutant Nikolaus von Bellud. Ich hatte den Eindruck, dass Hitler jetzt glaubt, dass ein Krieg gegen beide, die Russen und die Alliierten an zwei Fronten nicht mehr gewonnen werden kann. Morgengrauen, 6. Juni 1944. diese seltenen Privataufnahmen zeigen Hitler auf seinem Berghof in Berchtesgaden. Der Krieg scheint weit entfernt, doch 1944 scheinen diese idyllischen Momente für Hitler und seine Gefährten beendet zu sein. und seine Kampanien. Seine Geliebte, Eva Braun, die hier Schlittschuh läuft, hat die meisten dieser Bilder mit ihrer Privatkamera geträgt. Auch sie ist oft zu sehen. Hitler war ein williges Objekt für Evas Kamera, sogar wenn die Stimmung trübe war. Im Frühjahr 1944 war Nordafrika verloren, die Alliierten befanden sich bereits in Italien und die Sowjets näherten sich von Osten. Hitler hielt jetzt viele seiner strategischen Sitzungen in seinem Adlerhorst ab, mit dem Panoramablick auf die Berge. Hier bekam er von den täglichen Luftangriffen, die fast ganz Deutschland verwüsteten, nichts mit. Hier traf er sich weiterhin mit Staatsoberhäuptern, die immer noch gezwungen waren, sich beim Dritten Reich beliebt zu machen, denn der Ausgang des Krieges war noch ungewiss. Diese Kinder mögen Hitler an seine eigene Kindheit erinnert haben. Der Sohn eines strengen Zollinspektors wurde jedoch von seiner Mutter verwöhnt. Obwohl ihn die Welt als Bösewicht betrachtete, ist bekannt, dass er ein extrem charismatischer Mensch war, der bei Kindern besonders charmant sein konnte. Seit den 20er Jahren hatte er sein Charisma bewusst eingesetzt um die Massen zu bezaubern. Eva Brauns Film zeigt, dass sogar während der Krieg so gut wie verloren war, er noch immer die Massen überzeugen konnte. Sein Vergnügen, sich mit Schulkindern zu treffen, war Wasser auf die Mühlen der Nazi-Propaganda. Doch Deutschlands Zeit war abgelaufen. Hitler hörte nicht mehr auf seine Generäle, verwarf deren Entscheidungen und führte den Krieg selbst. Er schlief kaum noch und kümmerte sich um jedes Detail an beiden Fronten. Das zerrte an seine Nerven. Der Führer wusste, dass die Alliierten bald versuchen würden, seinen Atlantikwall zu durchbrechen, der die Westküste von Europa schützte. Falls es ihm gelänge, die Landung der Alliierten zurückzuschlagen, könnte er zahllose Truppenteile an die Ostfront verlegen. Die drohende Niederlage könnte in einen Sieg verwandelt werden. Er setzte auf eine einzige große Schlacht, die die Zukunft der Zivilisation formen sollte. Die Alliierten beginnen ihre Invasion von Frankreich. D-Day Als Hitler informiert wird, ist er erfreut. Die Neuigkeit könnte gar nicht besser sein. Solange sie noch in England waren, konnten wir sie nicht zu fassen kriegen. Jetzt haben wir sie dort, wo wir sie haben wollen. Doch am Ende des ersten Tages haben die Alliierten die Deutschen überwältigen können und sind bereits auf dem Weg ins Innere Frankreichs. Der gefreite Robert Wucht. Wir haben nur noch Infanteriewaffen. Wir haben nicht mal eine Panzerabwehrwaffe. Außerdem geht uns die Munition aus. Die Amerikaner hatten Recht. Sie warfen Flugblätter in deutscher Sprache ab. Darauf stand angegriffen von vorn, abgeschnitten von hinten, verraten von Hitler. In Deutschland verkünden die Nachrichten, dass eine Bombe in Hitlers Wolfs Schanze explodiert sei. Eine Gruppe von Offizieren hat versucht, ihn durch ein Attentat zu beseitigen. Doch Hitler hatte wieder einmal Glück. Nun habe ich den Beweis. Der gesamte Generalstab ist unterwandert. Aber wir haben die Schweine, die meine Arbeit seit Jahren sabotiert haben. Nun weiß ich, warum meine großen Pläne fehlschlugen. es war Verrat. Hitler befiehlt die Verhaftung von 5000 Menschen. 200 werden hingerichtet. Sein Reich wird von allen Seiten angegriffen. Hitler richtet seinen Blick auf eine neue Waffe. Seit mehr als zwölf Jahren testet ein Team von Nazi Wissenschaftlern an einem geheimen Ort in Norddeutschland eine Langstrecken Rakete. Vom ersten erfolgreichen Start drehen sie einen Farbfilm. Der Leiter des Forschungsteams Major Walter Dornberger zeigt ihn Hitler. Ein eigenartiges fanatisches Licht erleuchtete Hitlers Augen. Was ich will, ist eine totale Vernichtungswaffe. Ich bemerkte, dass er erwartete, dass die Produktion dieser Waffe einen Wendepunkt im Krieg bedeutete. Unsere Rakete wurde V2 genannt, das heißt Vergeltungswaffe Nummer zwei. 1300 V2 Raketen werden auf London abgefeuert. Fast 3000 Menschen kommen dadurch um. Es war keine völlige Vernichtung wie von Hitler gefordert. Mittlerweile haben die Alliierten Deutschland eingeschlossen und Hitler sagt seinem Volk noch immer, dass der Krieg gewonnen werden kann. Doch im Privatleben hat er seine Meinung geändert. Ich weiß, dass der Krieg verloren ist. Die Übermacht der Feinde ist zu groß. Ich bin verraten worden und ich werde mich erschießen müssen. Doch wir werden niemals kapitulieren. Wir mögen untergehen, doch wir werden die Welt mit uns in den Abgrund reißen. 11. April 1945. Die Alliierten erreichen Buchenwald. Buchenwald ist eines von über 1000 Konzentrationslagern. Udo Dietmar ist einer der wenigen Überlebenden. Die Bedingungen in Buchenwald waren der reinste Horror. Die Menschen lagen im Sterben. Viele konnten sich kaum noch bewegen, fielen um und starben. Es gab Berge von Leichen. Das Krematorium und der ganze Hof lag voller Leichen und Skelette. Ich kann immer noch die Stimme meines toten Freundes hören. Wenn du überleben solltest, dann vergiss nicht, der Welt von unserem Schicksal zu erzählen. Das werde ich nie vergessen. Die Amerikaner versammeln die Bewohner der nahegelegenen Stadt und zwingen sie, sich die schrecklichen Dinge anzusehen, die in ihrem Namen begangen wurden. Die 18-jährige Renate Simon. Ich konnte kaum glauben, was ich da sah. Man hatte die Leichen der Menschen aufgestapelt. Der Geruch war zu viel für mich. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Doch ein G.I. schnauzte mich an. Du, Hitlerfräulein! Schau her! Schau! Die Nazis haben sechs Millionen Juden ermordet. Januar 1945. Die Rote Armee hat die Oder erreicht und steht nur 80 Kilometer vor Berlin. Aus seinem Bunker heraus erteilt Hitler jedem Mann, der sich noch bewegen kann, den Befehl, Berlin zu verteidigen. Jeder Soldat muss seine Pflicht erfüllen. Wer dies nicht tut, ist ein Verräter. Jeder, der euch einen Befehl zum Rückzug gibt, ist zu verhaften und unverzüglich zu exekutieren. Mit einer Übermacht von 5 zu 1 erscheint die deutsche Sache hoffnungslos. Am 21. April erreichen die Russen Berlin. Mehr als 20 Millionen Sowjets sind im Krieg umgekommen. Die russischen Soldaten wollen feiern. Die 24-jährige Hildegard Christoph. Die Russen kamen. Wir durften die Türen nicht verschliessen. Sie hatten Maschinengewehre und trieben uns zu einem leer stehenden Haus. Es befanden sich noch weitere junge Frauen dort. Die Bestien stürzten sich auf uns wieder und wieder die ganze Nacht. Es waren viele. Im Morgengrauen verschwanden sie. Wir schleppten uns zu unseren Familien zurück. Viele beginnen Selbstmord. Es wurden ca. Millionen deutsche Frauen vergewaltigt. In den Ruinen der Reichskanzlei wird Hitlers unterirdischer Bunker entdeckt. Alles ist verwüstet. Nachdem er seine Geliebte schlussendlich noch geheiratet hat, hat Adolf Hitler Selbstmord begangen. Um der Schande des Aufgebens zu entgehen, haben meine Frau und ich den Tod gewählt. Es ist unser Wunsch unverzüglich verbrannt zu werden. Alles, was man noch fand, waren verkohlte Knochen. Der Krieg ist endgültig vorbei. Die 17-jährige Schülerin Edelgard Seidel. Wir glaubten an den Sieg und nun sind wir am Ende. Hitler ist für den Untergang unserer Nation verantwortlich. Wir werden immer mit dieser Schande leben müssen. In ganz Europa sind 50 Millionen Menschen umgekommen. Bevor Hitler Selbstmord beginnt, schrieb er noch ein paar letzte Worte. Es ist unwahr, dass ich oder irgendjemand in Deutschland den Krieg wollte. Er wurde allein von den Juden provoziert. Er hat nicht zu tun ist. Er hat ihn ist. Er ist. Er Er hat Er ist. Er Untertitelung des ZDF, 2020 Für viele junge Deutsche war vor der Machtergreifung durch die Nazis im Jahre 1933 das Segelfliegen ein attraktives Freizeitvergnügen. So auch für Adolf Galland. Seine ersten Erfahrungen im Segelfliegen sammelte er 1927 bei einem Segelverein in Gelsenkirchen. Faszinierend beobachtete er das lautlose Dahingleiten der Flugzeuge. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg war das Segelfliegen die einzige Möglichkeit der Fortbewegung in der Luft für die Deutschen. Durch die Verträge von Versailles war es ihnen verboten worden, Flugzeuge mit Motorantrieb zu besitzen. Und so war die Beschränkung auf das Segelfliegen gleichzeitig der Anlass, darüber nachzudenken, wie man diese Technik in militärischen Operationen nutzen könnte. Man begann nach Transportmöglichkeiten und anderen Einsatzgebieten zu forschen, die durch die Einbeziehung des Segelflugs erst möglich gemacht werden konnten. In den frühen 30er Jahren war es die Sowjetunion, die zu den Pionieren des Fallschirmspringens wurde. Die Truppen wurden in modifizierten Bombern transportiert, um sich über die Flügel kriechend in die Tiefe zu stürzen. Diese Technik wurde von der jungen deutschen Wehrmacht aufgegriffen und verfeinert. Das dritte Element in der entstehenden Luftwaffe erschien in Form eines bemerkenswerten und wohl bekanntesten Flugzeugtypen, entwickelt in der Fabrik von Hugo Junkers. Die dreimotorige Ju 52 ist wohl der Begriff in der Reihe der Transportflugzeuge der damaligen deutschen Luftwaffe. Sie war eine Weiterentwicklung einer einmotorigen Version, die zum ersten Mal im Oktober 1930 flog. Die Überlegenheit der dreimotorigen Maschine verdrängte das einmotorige Modell sehr bald aus den Produktionsfallen. In Kürze wurde sie aufgrund ihrer hervorragenden Transporteigenschaften in den Dienst verschiedener Fluggesellschaften gestellt. Hier sieht man sie im Einsatz für die deutsche Lufthansa, welche die Ju 52 in ganz Europa einsetzte. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Januar 1933 wurde eine als Bomber modifizierte Ju 52 in großen Stückzahlen gebaut. Ende 1936 bestand die neue Luftwaffe und die dazugehörigen Bomber zu zwei Dritteln aus den umgebauten Ju 52. Weit mehr, als man damals geplant hatte, aber die Fehlentwicklungen Do 11 und 23 erforderten die höheren Stückzahlen. Die Ju 52 wurde zum ersten Mal in Spanien eingesetzt, um Frankos Machtstreben zu unterstützen. Ju 52 Maschinen kamen auch im Jahr 1938 während der Besetzung Österreichs zum Einsatz. Ein Fallschirmspringerbataillon wurde nach Graz verlegt. Die hier gezeigten Bilder zeigen Truppenverlegungen in das Sudetenland, welches in der zweiten Jahreshälfte 1938 annektiert wurde. Das wiederholte sich mit dem Einmarsch in die Tschechoslowakei Anfang 1939. Als Hitlers Geburtstag im Jahr 1939 mit einer großen Militärparade gefeiert wurde, hatte Göring sämtliche Fallschirmspringerverbände unter die Kontrolle der deutschen Armee gebracht und unter der Leitung der Luftwaffe wurden sie während des Krieges von 1939 bis 1945 zum Einsatz gebracht. Um den Feldzug gegen Polen zu unterstützen, wurden 1600 Ju 52 gebaut. Um diese Stückzahlen zu erreichen, wurde die Produktion von der ursprünglichen Fabrik von Junkers auch auf andere Flugzeughersteller verteilt. Im Verlauf der Herstellung wurden auch Verbesserungen in Form von größeren Tanks zur Erhöhung der Reichweite und stärkeren Motoren implementiert. Die Möglichkeit, anstelle von Rädern aus Skier zu montieren, erhöhte die Effektivität der Maschine erheblich. So konnte man auch in den verschneiten Gebieten in Russland oder Skandinavien agieren. 1939 wurden allein von diesem Typ elf Maschinen pro Woche produziert. An der Offensive gegen Polen waren 552 Ju 52 für den Transportverband unterwegs. Obwohl einige Maschinen für den Transport von Fallschirmspringern ausgerüstet waren, wurden sie doch nur für den Transport von Personal, Treibstoff und Ersatzteilen in Richtung Osten eingesetzt. Die Verluste hielten sich mit elf Maschinen in Polen und 44 in allen anderen Kriegsgebieten zu dieser Zeit in überschaubaren Grenzen. Die Operation Weserübung am 7. April 1940 war mit einer großen Anzahl Ju 52 gestartet, um Norwegen und Dänemark zu besetzen. Von der Basis in Uetersen in Schleswig-Holstein wurde die deutsche Infanterie am 9. April nach Aalborg in Dänemark geflogen. Andere flogen weitere Strecken, um Fallschirmjäger nach Stavanger in Norwegen zu transportieren. Nachdem es Schwierigkeiten durch feindliche Artillerie gab, wurden weitere Maschinen von Dänemark nach Norwegen verlegt. Es wurden noch einige andere Flugzeugtypen für den Transport bei dieser Operation eingesetzt. In den frühen Stunden des 10. Mai 1940 begann die deutsche Offensive in Richtung Westen. Die Transportflugzeuge und die Fallschirmspringer sollten bei dieser Operation eine wichtige Rolle spielen. Zum ersten Mal in der Kriegsgeschichte war es möglich, einen Feind aus der Luft zu besiegen. Viele der 430 Ju 52, die zur Verfügung standen, wurden für Luftangriffe auf Holland benötigt, wo 4000 Fallschirmjäger absprangen, um strategisch wichtige Brücken und Flugplätze zu besetzen. Das Novum dieser Operationen waren die Schnelligkeit und der Überraschungsmoment. Ein Hauptaugenmerk bei der am 10. Mai 1940 begonnenen deutschen Westoffensive galt der Festung Holland. Sie umschloss die Städte Amsterdam, Utrecht und Rotterdam und war als letzte Verteidigungslinie der niederländischen Armee vorgesehen. Die Besetzung von drei Flugplätzen bei Den Haag hatte zum Ziel, durch Ausschaltung der militärischen und politischen Führung sowie durch Gefangennahme von Königin Wilhelmina eine schnelle Kapitulation der Niederlande zu erzwingen. Das durch den Einsatz von Fallschirmjägern der 7. Luftdivision eingeleitete Unternehmen misslang. Nicht einmal die Hälfte der nachfolgenden 12.000 Angehörigen der 22. Luftlandedivision konnte auf den vorgesehenen Flugplätzen Falkenburg, Üpenburg und Ockenburg landen. Dagegen gelang Fallschirmjägern weitgehend die handstreichartige Besetzung der wichtigsten Flussübergänge über Maas, Waal und Leck, die für den Vorstoß der nachrückenden 18. Armee von Süden in die Festung Holland offen gehalten werden mussten. Bei Rotterdam besetzten sie eine Leckbrücke sowie den Flugplatz Rotterdam-Wallhafen als Basis. Die Straßen- und Eisenbahnbrücke über die Maas bei Mördeik fiel ebenfalls noch unzerstört in die Hände der deutschen Fallschirmtruppen. Nur unter erheblichen Verlusten konnte dagegen die Straßenbrücke über die Waal bei Dordrecht eingenommen werden. Die Eisenbahnbrücke wurde von den abziehenden Verteidigern gesprengt. Am 12. Mai stießen deutsche Panzerspitzen über die Maas und Waalbrücken nach Norden in die Festung Holland vor, wodurch die niederländische Armee von sämtlichen Landverbindungen zu alliierten Truppen im Süden abgeschnitten wurde. Eine große Anzahl Ju-52 wurden von der holländischen Artillerie zerstört. Das war ein Vorgeschmack auf die zu erwartenden Szenarien der nächsten Jahre. Es mussten 160 Maschinen abgeschrieben werden, wovon nur 53 wieder instand zu setzen waren. Der 10. Mai war auch der Tag, an dem das erste für militärische Zwecke eingesetzte Segelflugzeug startete. Es war ein Segler vom Typ DFS-230, der Mitte der 30er Jahre von der Deutschen Anstalt für Segelflug entwickelt wurde. Er wurde in einer limitierten Anzahl von der Luftwaffe geordert und konnte zwei Piloten und acht vollbewaffnete Soldaten transportieren. Für den Start besaß das Flugzeug ein abwerfbares Radfahrwerk. Gelandet wurde es mithilfe einer Gleitkufe an der Rumpfvorderseite. Gestartet wurde mit einer Ju-52 oder einer Heinkel-111. Das Segelflugzeug DFS-230 war auch an dem wohlgewagtesten Unternehmen zu dieser Zeit beteiligt. Für die Besetzung Belgiens wollten die Deutschen das Fort Evenemel erobern. Es bestand aus einer Kuppel als drehbare Panzerkuppel mit einer Gesamtmasse von 450 Tonnen und zwei Kanonen vom Kaliber 120 mm und den beiden Kuppeln Nord und Süd, die bei Nichtgebrauch unter der Oberfläche des Forts, versenkt werden konnten. Beide Kuppeln waren drehbar und mit je zwei Kanonen vom Kaliber 75 mm bewaffnet. Die Einsätze der Luftaufklärung hatten gezeigt, dass so gut wie keine Flugabwehr auf dem Forts vorhanden war. Darüber hinaus zeigten die Luftaufnahmen, dass die Besatzung des Forts auf dem Plateau gelegentlich Fußball spielte. Offensichtlich war es nicht vermint. Auf diese Erkenntnis fußte der Deutsche Angriffsplan. Man entwickelte mit den sogenannten Hohlladungen eine Waffe gegen die gepanzerten Festungsteile. Weil aber die Hohlladungen äußerst empfindlich gegen Beschädigungen waren, war ein Transport mit dem Fallschirm nicht möglich. Stattdessen wurde die DFS 230 eingesetzt, die von Flugzeugen über deutschem Gebiet in große Höhen geschleppt und dort ausgeklingt wurden, um dann die 30 Kilometer von der deutschen Grenze bis nach Eben-Emel im Segelflug zu bewältigen. Eine der Varianten der dreimotorigen Junkers war die U-52MS, welche auch als Rettungsflugzeug für das Rote Kreuz eingesetzt wurde. Hierfür bekam die Maschine einen weißen Anstrich mit einem roten Kreuz als Erkennungszeichen. Am Anfang des Krieges wurde die rettende Mission noch von den feindlichen Ländern toleriert und am Anfang der Kriegshandlungen waren die Einsätze noch nicht so häufig. In den kommenden Jahren boten sich jedoch andere Bilder und in Russland mussten die Verletzten aufgrund der hohen Anzahl zu Sammelpunkten transportiert werden, um nach und nach in Lazaretten medizinisch versorgt zu werden. Die Lage wurde in den letzten Jahren des Krieges immer dramatischer und tausende Soldaten starrten aufgrund mangelnder Betreuung durch die Ärzte. Für den Krieg gegen England wurden dringend größere Transporte. Flugzeuge benötigt und so wurde Willi Messerschmidt mit der Herstellung des ME321 Gigant beauftragt. Nur 14 Wochen nach Auftragserteilung präsentierte man bei Messerschmidt den ersten Prototypen dieser Baureihe und machte seinem Namen alle Ehren. Es war das zweitgrößte Flugzeug, welches bis zu dieser Zeit gebaut wurde. Zum Zeitpunkt der Präsentation waren schon elf Maschinen dieses Typs in der Endfertigung und weitere 62 in der Vormontage. Technisch war die ME321 Gigant als abgestrebter Schulterdecker konzipiert, dessen weitspannendes Mittelflügelstück durch je eine Verstrebung zu den Rumpfuntergurten abgefangen wurde. Die Tragflächenholme bestanden aus einem verschweißten viereckigen Stahlrohrfachwerk, die Rippen, Endleisten, Mittelflügel und Außenleiste aus Sperrholz. Ähnlich dem verschweißten Stahlrohrrumpf mit Holzformern wurden alle Flächen mit Stoff bespannt. Die gesamte Flügelhinterkante war als Steuerklappe ausgebildet. Diese Klappen waren im Mittelflügel als vierteilige Landeklappe, in den Außenflügeln als jeweils zweiteilige Querruder ausgelegt. Die ME321 konnte einen mittleren Panzer oder zwei kleinere Modelle transportieren. Die Deutschen versprachen sich von der Entwicklung dieser Maschine einen schnellen Nachschub von Bodentruppen auf die britischen Inseln, um die Seewege zu entlasten. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Gewicht, welches sich nach dem Beladen des Flugzeugs ergab, machte es unmöglich, den Gleitern nur mithilfe von motorgetriebenen Flugzeugen in die Luft zu schleppen. Um die kritische Phase des Starts möglichst kurz zu halten, rüstete man die Giganten mit Starthilfen den sogenannten R-Geräten, Tarnname-Rauchgerät, aus. Diese Walter-Triebwerke leisteten 30 Sekunden lang 500 Kilo von Schub und konnten nach dem Abbrennen an Fallschirmen abgeworfen und wiederverwendet werden. Bis zu acht mit Treibstoff betankte R-Geräte konnten an den Außenflügeln der ME321A oder B befestigt werden. Der erste Flug fand am 25. Februar 1941 mithilfe einer Junkers Ju90, die den Riesen in die Luft schleppen sollte, statt. Trotz des zusätzlichen Antriebs war es offensichtlich, dass die Ju90 größte Probleme damit hatte, den Transporter in den Himmel zu ziehen. Wenn der Gleiter erst einmal in der Luft war, hatte er laut Aussage einiger Piloten zwar einigermaßen träge Eigenschaften, war aber gut zu beherrschen. Bei dieser Landung im Gras kann man die Ju90 sehen, die schon zuvor wieder eingetroffen war. Man sieht auch andere ME321, die noch auf ihren ersten Flug warten. Nicht alle Flüge verliefen so unspektakulär wie hier zu sehen. Es gab einige Zwischenfälle, wobei eine voll mit Soldaten besetzte Maschine abstürzte und fast alle Insassen getötet wurden. Obwohl die Ju90 das leistungsfähigste Flugzeug dieser Zeit war, reichte die Kraft nicht aus, um die Gigant in die Luft zu ziehen. Die Ju90 war wie die Ju52 ursprünglich für den zivilen Luftverkehr entwickelt worden. Die wenigen Exemplare, die bis dahin für die Lufthansa ihren Dienst hatten, wurden von der Luftwaffe eingefordert und als militärisches Transportflugzeug verwendet. Später wurden aus diesem Modell noch die stärkeren 92 und 93er Serien entwickelt. Die riskanteste Methode, die Gigant in die Lüfte zu befördern, waren drei Messerschmitt 110, die mittels drei Seilen den Koloss im Verbund abheben ließen. Diese Variante nannte man später den Troika-Schlepp. Jedoch stürzten viele 110 schon beim Start ab. Ernst Udelt hatte die Idee zu einer spektakulären Lösung. Bei diesen Maschinen montierte man bei jeweils zwei Henkel 111 R6 jeweils die linke bzw. rechte Tragfläche ab und ersetzte sie durch ein 6,15 Meter langes Mittelstück, das ein zusätzliches fünftes Triebwerk enthielt. So ergab sich eine zweirumpfige Konstruktion mit einem Rumpf-Längsachsenabstand von 12,80 Meter, fünf Motoren, zwei Normalleitwerken, vier Hauptfahrwerken und zwei Spornrädern. Fast sämtliche Armaturen wurden in den linken Rumpf verlegt. Die Steueranlage blieb in beiden Rumpfen bestehen. Gashebel, Motorenüberwachungsinstrumente, Landeklappenbetätigung, Luftschraubenverstellung und die Fahrwerkbetätigung des linken Fahrwerks von der linken Kanzel, Fahrwerkbetätigung des rechten Fahrwerkes sowie Kühlerklappenbetätigung der Motoren 3 bis 5 von der rechten Kanzel aus. Die volle Motorenleistung reichte aus, einen vollbeladenen Giganten zu schleppen. Die Entscheidung, eine mit Motoren angetriebene Version der ME321 zu bauen, fiel schon bei der Entwicklung der Gleitervariante. Man dachte über eine viermotorige Version nach, doch die Versuche ergaben, dass auch mit einer solchen Bestückung nicht genug Kraft vorhanden war. Das Endergebnis der Bemühungen war die Messerschmitt ME323, von der zwischen 1942 und 1944 201 Exemplare gebaut worden sind. Im Grundaufbau vergleichbar mit der ME321 baute man bei der ME323 sechs Triebwerke mit je 720 PS im Mittelflügel ein. Die Invasion im Balkan und in Griechenland war die umfangreichste Lufttransportoffensive bis zu dieser Zeit. Am 6. April 1941 wurden alle für den Transport ausgelegten U52 zu diesem Zweck eingesetzt. Die in Bulgarien stationierte 12. Wehrmachtsarmee unter Generalfeldmarschall Wilhelm List überschritt am 6. April 1941 die Grenze nach Griechenland. Dabei kam ihnen der Umstand zugute, dass am 7. April bei einem Luftangriff auf den Hafen Piraeus, dieser durch einen Zufallstreffer auf ein Munitionsschiff total verwüstet wurde und die britischen Truppen daraufhin Nachschubprobleme bekamen. Am 9. April durchbrach ein Wehrmachtskorps mit starker fliegerischer Unterstützung durch Sturzkampfflugzeuge die Gebirgsbefestigung der Metaxas-Linie bei dem Fort Ruppel im Tal des Trimonas. Am gleichen Tag erreichten deutsche Panzerverbände Thessaloniki und besetzten die Stadt. Die somit eingeschlossene griechische Zweite Armee kapitulierte daraufhin. Mann auf Mann, gut bedenkenlos den Sprung in die Tiefe. Am 21. April ordnete der alliierte Oberbefehlshaber im Mittelmeer und Nahen Osten Archibald Vevel endgültig die Evakuierung der verbleibenden alliierten Truppen nach Kreta und Ägypten an. Der Feldzug Hitlers auf dem griechischen Festland endete am 29. April mit der Einnahme von Kalamata im Süden des Peloponnes. Einige größere ägäische Inseln, darunter Lemnos, Lesbos und Chios, wurden bis Anfang Mai von deutschen Infanterie- und Luftlandetruppen besetzt. Die Fallschirmspringer bereiteten sich auf ihren nächsten Einsatz vor. Die Waffen wurden in einer Kiste unter der Ju 52 befestigt und nach dem Absprung in das Zielgebiet abgeworfen. Die Soldaten waren in der Luft und bis zur Entnahme ihrer Waffen am Boden ungeschützt, was die Landungen sehr gefährlich machte. Die Transportmöglichkeiten der Ju 52 waren sehr vielseitig. So konnte ein Dezündab oder ein 37 mm Antipanzergeschütz an speziellen Halterungen unter der Maschine befestigt werden und bei Bedarf ebenfalls an Fallschirmen abgeworfen werden. Ungefähr 80 DFS-230 Lastensegler wurden für die Operation Merkur, der Codename für die Invasion von Kreta, zusammengebaut. In diesem Fall wurde die Aktion jedoch zum Desaster, weil die meisten der Gleiter, noch mit Soldaten besetzt, in der Luft abgeschossen wurden. Obwohl der Kameramann die Ereignisse des 20. Mai, der Tag des Angriffs auf Kreta, mit seinem hektischen Treiben darstellte, begannen die Vorbereitungen schon in der Nacht davor. Die Fallschirmspringer und das Bodenpersonal hatten schon die Flugzeuge aufgetankt und die Ausrüstungen vorbereitet. Die Deutschen verfügten über 15.000 Fallschirmjäger der 7. Fliegerdivision, die nach der Eroberung eines Flugfeldes von etwa 14.000 Gebirgsjägern und 700 Gratschützen der 5. Panzerdivision durch Lufttransporte unterstützt werden sollten. Es standen 493 Transportmaschinen, U-52, 280 Bomber, 150 Sturzkampfbomber, 180 Jagdflugzeuge und 40 Aufklärer zur Verfügung. Zur See war die Kriegsmarine mit zwei Dampferstaffeln und zwei Motorseglerstaffeln beteiligt. Deutsche Verbände, die sich vom Feind abgesetzt haben, auf dem Marsch in neue Bereitstellungen. Die Ordnung der Kolonnen ist mustergültig. Die Einwohner des geräumten Gebietes haben sich zum großen Teil unter den Schutz der deutschen Wehrmacht begeben. Das erste Ziel der Operation war die Zerstörung der feindlichen Flugplätze. Es wurde in drei Gruppen gestartet. Gruppe West sollte per Fallschirm landen und das Flugfeld Malemme einnehmen, während die Gruppe Mitte Chania erobern sollte. Gruppe Ost unter Generalleutnant Ringel hatte das Angriffsziel Stadt- und Flugplatz Iraklio. Die Deutschen vermuteten nicht mehr als 5000 Soldaten auf der Insel. Diese Angaben kamen vom deutschen Geheimdienst und so war man sich seiner Sache absolut sicher. Niemand ahnte, dass sich mehr als 37.000 alliierte Soldaten auf Kreta befanden. Abschusszeichen am Schutzschild. Während noch die letzten Panzer über die Brücke rollen, wird die Sprengung der Pfeiler vorbereitet. Unter uns Kreta. Für die Alliierten sah die Landung der Fallschirmspringer wie eine riesige schwarze Vogelschar aus. Der Himmel war von Horizont zu Horizont mit den herabschwebenden Soldaten bedeckt. Als sie in erreichbare Höhen gelangten, eröffneten die Alliierten das Feuer und es war, als ob sie Enten vom Himmel schießen. Junkers 52, die versuchten in Heraklion zu landen, wurden von Artilleriefeuer getroffen und zerstört. Ähnlich erging es den Segelflugzeugen bei diesem bitteren Zusammentreffen mit den feindlichen Truppen. Obwohl die Landung den ganzen Tag über andauerte, hatten die Deutschen Verluste in Höhe von 40 Prozent. Viele wurden getötet, verwundet oder gefangen genommen und die Flugplätze konnten nicht eingenommen werden. Der amerikanische General Freiburg ging von einem kombinierten Luft-See-Angriff aus und legte die Masse seiner Truppen an die Nordküste in den Bereich Maleme, Chania, Suwerbucht mit dem Auftrag, Hauptstadt, Flugplatz und Hafen zu halten. Freiburg war jedoch der Meinung, dass man auf Sicht der deutschen Offensive nicht standhalten würde. Als Generalstudent in der Nacht vom 20. zum 21. Mai über die Lage auf Kreta unterrichtet wurde, befahl er alle zur Verfügung stehenden Kräfte vordringlich auf die Einnahme des Flugplatzes bei Maleme zu konzentrieren. Die Landebahn selbst lag jedoch unter dem Schuss der britischen Granatwerfer, Geschütze und Maschinengewehre. Eine U-52 schwebt ein. Das Fahrgestell ist durch Flaktreffer zerstört. Ein Rad fehlt. Trotzdem landeten die ersten U-52 unter hohen Verlusten auf den Pisten und dem westlich angrenzenden, unebenen Gelände. Schrittweise gelang es den Deutschen, ihre Position westlich des Flughafens auszubauen, sowie Material und Personal anzulanden. Über die wirklichen Verluste wurde bei der deutschen Propaganda geschwiegen. Man zeigte nur kleine Schäden, die reparabel waren. Am 21. Mai wurde eine Gebirgs-Fallschirmjägerstapfel für den Einsatz auf Kreta vorbereitet. Die Männer trugen noch ihre Skimützen und Rettungswesten und wurden in die bereitgestellten U-52 geladen. Die Maschinen mit den gelben Ringen hinter den Propellern machten sich in Windeseile auf den Weg. In der Zwischenzeit waren weitere Maschinen aus Athen und aus Peloponnes mit Fallschirmspringern an Bord nach Kreta unterwegs. Sie warfen auf Waffen und Verpflegung für die bereits am Boden kämpfenden Soldaten ab. Zahlreiche Fallschirmspringer verletzten sich beim Aufprall auf dem felsigen Untergrund der Insel und viele hatten Probleme mit dem heftigen Wind. Nachdem die Deutschen einige Teile der Insel eingenommen hatten, wurden diese mit allen Mitteln verteidigt. Für General Student war klar, dass die Eroberung des kleinen Flugplatzes von Maleme der Schlüssel für die Einnahme der Insel war. Auf dem Flugplatz befanden sich Wracks von griechischen und britischen Maschinen. Als die U-52 auf dem Flugplatz landeten, wurde immer noch geschossen. Viele Maschinen waren bei der Landung beschädigt worden und der Blick auf den Flugplatz offenbarte ein einziges Chaos. Einige Junkers landeten am Strand oder im Wasser. In den Feuerpausen wurde krampfhaft versucht, die Landebahnen freizuräumen, um weitere Landungen zu ermöglichen. Für die deutschen Soldaten war die Situation unerträglich geworden. Bis zum Ende des Monats besserte sich die Situation und die Alliierten begannen mit der gefährlichen Evakuierung ihrer Soldaten und Teilen der Zivilbevölkerung, um letztendlich zu kapitulieren. Die Operation Merkur war bis dahin die Eroberung mit den meisten Verlusten, die Hitlers Armee hinnehmen musste. Durch die zahlreichen Ausfälle hatte man einen Schaden hinnehmen müssen, der sich noch Monate auf die Kriegsführung auswirken sollte. 3.450 Fallschirmjäger ließen ihr Leben und weitere 3.500 wurden verwundet. Ungefähr die Hälfte aller Transportmittel waren zerstört. Hitler erklärte daraufhin, dass solche Operationen in Zukunft zu vermeiden wären. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Als Adolf Hitler drei Wochen nach der Eroberung Kretas gegen Russland in den Krieg zog, war er der Meinung, dass es nur ein paar Monate dauern würde, bis die russische Armee kapitulieren würde. In der ersten Phase des Feldzuges sah auch alles nach einem schnellen Sieg für die deutsche Armee aus. Aber die Russen waren nicht bereit, ihre Waffen fallen zu lassen und aufzugeben, so wie es viele andere Länder in der vergangenen Zeit getan hatten. Die Front im Osten wurde durch das schnelle Vorankommen der Truppen immer breiter und so wuchs auch der Bedarf an Nachschub. Durch die verlustreiche Eroberung Kretas war die Anzahl der Transportflugzeuge aber derart dezimiert worden, dass die Versorgung der Truppen im Osten mit Treibstoff und Ersatzteilen immer schwieriger wurde. Dazu kam die Tatsache, dass in Afrika ebenfalls Kampfhandlungen mit hohen Verlusten auf deutscher Seite stattfanden und dadurch der Bedarf an Nachschub immer größer wurde. Erschwert wurde die Versorgungslage durch den Hereinbruch des russischen Winters. Einige Einheiten wurden durch die Witterung isoliert und konnten nur noch aus der Luft versorgt werden. Im Winter 1942-43 wurde das Zweite Armeekorps im Kessel von Demjansk eingeschlossen und konnte nur durch den Einsatz von elf Transportgruppen wieder zum Einsatz gebracht werden. Es wurden 14.445 Einsätze geflogen und 265 Flugzeuge verloren, von denen die meisten U-52 waren. Der Erfolg dieser Operation erweckte bei Göring den Gedanken, dass man der Offensive gegen Stalingrad im folgenden Winter in der gleichen Weise vorgehen könnte. Noch marschierten die deutschen Truppen weiter ostwärts und Junkers U-52 begleiteten die Truppenbewegungen in Richtung Kaukasus und Stalingrad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 1942 wurde zur Unterstützung des Lufttransports der Gotha 242-Gleiter in den Dienst gestellt. Nach Kriegsbeginn 1939 wurden in Gotha schwerpunktmäßig Lastensegler entwickelt und gefertigt. Diplom-Ingenieur Kalkert konstruierte den Lastensegler Gotha 242. Dieser wurde in den drei Baureihen A bis C, die sich hauptsächlich im Fahrwerk unterscheiden, mit ungefähr 1500 Exemplaren gefertigt. Die Schulterdecker, zum großen Teil in Holzbauweise erstellt, konnten neben Zweimann-Besatzung 23 voll ausgerüstete Soldaten transportieren. Anstatt wie auf diesen Bildern zu sehen war, wurde der Gleiter statt von einer U-52 eher von ME-110 gezogen. Die 242 blieb bis 1944 im Dienst der Luftwaffe. Obwohl einige Exemplare im Mittelmeerraum zu finden waren, blieb Russland, das Haupteinsatzgebiet der Gotha. Genau wie bei der 321 wurde schon im frühen Stadium der Entwicklung über einen Motorantrieb für die Gruta nachgedacht. Der Vorteil lag in der Unabhängigkeit von einem Schleppflugzeug, sodass die Maschine völlig autark zu bewegen war. Ausgerüstet mit zwei Motoren und einem neuen Radsatz wurde das Flugzeug zur GU-244 und flog das erste Mal Ende 1941. Obwohl die Maschine 1942 noch weiter modifiziert wurde, gab es Schwierigkeiten wegen der permanenten Untermotorisierung. Noch im gleichen Jahr wurde die Produktion wieder eingestellt und konnte den Erfolg des ursprünglichen Gleiters nicht wiederholen. Das Einkesseln der 6. Armee in Stalingrad durch die Verbände der Sowjetunion Ende 1942 und der Vorschlag Görings, die deutschen Truppen aus der Luft zu versorgen und damit wieder bewegungsfähig zu machen, führte zu einer Katastrophe, von der sich die deutsche Armee nie wieder erholte. Zwar wurde alles eingesetzt, was sich in die Luft erheben konnte, aber die Anforderungen waren weit höher als die Kapazitäten der Transportflugzeuge. Während der zweimonatigen Phase der Versorgungsflüge verlor man 266 EU-52. Im November 1942 hatte Hitler wegen der Erfolge der Alliierten in Afrika zusätzliche Probleme, den Transport durch die Luft aufrecht zu erhalten. Die Prognosen, dass der Krieg in Afrika eine der entscheidenden Nahtstellen für den weiteren Verlauf des Krieges werden sollte, wurde von Rommel ignoriert und das Ergebnis kam nun postwendend zurück. Der Bedarf an militärischem Nachschub stieg enorm und die Stützpunkte in Sizilien hatten alle Hände voll zu tun, die Anforderungen zu befriedigen. Von hier aus erfolgten auch die ersten Einsätze des Gigant 323. Das Kampfgeschwader 323 flog im Oktober 1942 von Sizilien nach Tunis, um die Truppen in Afrika zu versorgen. Zu Beginn der Flüge war die Gefahr von Angriffen durch feindliche Flugzeuge noch relativ gering. Zudem wurden die Transporter durch Jagdflugzeuge gesichert und so schossen die Alliierten lediglich drei Gigant am 10. November ab. Mit der Tragkraft von über 11 Tonnen, abhängig von der Reichweite und den Wetterverhältnissen, war die 323 ein sehr nützliches Fluggerät und war in der Lage, Munition, Treibstoff und sogar kleidebewaffnete Fahrzeuge zu transportieren. Die Filmaufnahmen von den Entladevorgängen entstanden in Tunis. Um den Laderaum zu öffnen, brauchte man lediglich die beiden Flügeltore an der Nase zu öffnen, um so an die Ladung zu gelangen. Nachdem das Bodenpersonal die Rampen befestigt hatte, wurde ein Munitionsanhänger, gefolgt von einem gepanzerten Hanomag-Soldatentransporter und schließlich ein 20 mm Flakgeschütz entladen. Eine schwere Zugmaschine mit angehängtem Geschütz. Im März 1943 unterbrach der allmähliche Verschleiß des Flugzeuges den permanenten Nachschub aus Sizilien. Am 22. April schoss die Royal Navy 14 der insgesamt 16 Gigant vom Himmel. Die unverwüstliche Tante Ju übernahm in dieser Zeit die Transporte nach Tunesien und Nordafrika. Die Idee des Luftwaffenkommandos, die Maschine in Formationen fliegen zu lassen, riefen sogar die Wasservarianten der Ju 52 auf den Plan, um die tunesischen Anstrengungen zu unterstützen. Man flog Formationen mit teilweise über 100 Maschinen und wohnt ein Bild, ähnlich wie ein Vogelschwarm, über dem Mittelmeer. Die britische Luftwaffe wurde in diesen Tagen weiter verstärkt und so kam es am 18. April zu einem Massaker, als 52 deutsche Maschinen aus einer Formation von 100 Flugzeugen nach ihrem Start in Sizilien abgeschossen wurden und im Meer versanken. Schließlich kapitulierte die deutsche Armee im Mai und die Flugplätze in Afrika waren übersät von zerstörten Ju 52 und den Skeletten von ausgebrannten ME 323. Zusammen mit der Katastrophe von Stalingrad war dies das Ende der Leistungsfähigkeit des deutschen Transportverbandes. Die Luftwaffe nahm eine große Anzahl italienischer Transportmaschinen unter die deutsche Flagge, nachdem Italien 1943 kapitulierte. Die dreimotorige SM57, die hier zu sehen ist, sollte einen Teil der verlorenen Junkers-Maschinen ersetzen. Obwohl sie mehr Ladekapazitäten hatte, war sie untermotorisiert. In dem folgenden Farbfilm der deutschen Propaganda transportiert sie Fallschirmjäger nach Italien. Obwohl die Fallschirmspringer nach der Katastrophe von Kreta nicht mehr für Luftoperationen herangezogen wurden, waren sie doch immer noch ein wichtiger Bestandteil der Luftwaffe und ihre Anzahl nahm weiter zu. In diesem Film sieht man Fallschirmübungen aus einem Übungscamp. Nach der Landung glippt schnell an die Waffen. Fertig machen zum ersten Sprung. Über insurance. Ein letters, speed machen zum ersten Sprung. Fertig machen zum ersten Sprung. 大 Fertig machen zum ersten Sprung. Die B colors im Figur von der Kieve. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach der Landung blitzschnell an die Waffen! Untertitelung des ZDF, 2020 Am 12. Juli startete die russische Armee die Offensive im Raum Orel. Das führte dazu, dass Hitler das Unternehmen Zitadelle in Kursk abbrach, um die Kernverbände der Angriffsstreitmacht zu anderen Schauplätzen abzuziehen. Die Operation Husky war die größte Ansammlung von Amphibienfahrzeugen, die bis dahin gelandet war. Sieben Divisionen aus englischer und amerikanischer Armee mit 181.000 Soldaten, 600 Panzern und 14.000 Fahrzeugen landeten an der Südseite, transportiert von 2.000 Schiffen und Landungsbooten. Die Italiener leisteten kaum Widerstand, aber die stationierten Deutschen lieferten einen erbitterten Kampf. Deutsche Fallschirmspringer wurden in Frankreich auf einen erneuten Einsatz vorbereitet. Kriegsmaterial wurde verladen und Ju 52, Heinkel 111 und einige Gleiter machten sich unter dem Kommando von General Rampke auf den Weg nach Süditalien. Dort angekommen, bereitete man sich auf die Landung in Sizilien vor. Die 2. Division landete mit Gleitern und per Fallschirm auf der Insel. In dieser Filmsequenz kann man die DFS 230 und eine Gotha 242 in Aktion sehen. Als Zugmaschine wurden Dornier 17 eingesetzt. Der geplante Landeplatz ist ein Sandstrand und als die erste DFS 230 sich der Landung nähert, schwenkt der Kameramann auf eine herannahende Gotha 242. Der Pilot bringt seine Maschine nach unten und setzt zu einer Bilderbuchlandung auf dem weichen Sand an. Man kann bei genauerem hinsehen die zur Verteidigung montierten Maschinengewehre sehen. Die Mannschaft verlässt schnell die Maschine, während die nächste 242 zur Landung ansetzt. Der Vorteil der Landung ohne Räder ist die schnelle Entladung ohne Rampen montieren zu müssen. So kann das Kettengrat sofort einsatzbereit gemacht werden. Abschlusszeichen am Schutzschild. Der größte Teil der Division wurde jedoch per Fallschirm abgeworfen. Transportiert wurden die Soldaten von Heinkel 111 Bombern. Nach den großen Verlusten von Ju 52 Maschinen wurden Flugzeuge aller geeigneten Typen für Transportzwecke entfremdet und an allen Fronten eingesetzt. Obwohl die Landung der Fallschirmjäger auf Sizilien einen Erfolg ahnen ließ, waren es doch zu wenig, um den Alliierten ernsthaft entgegenzutreten. Es kam zu harten Kämpfen in Messina, von wo aus die deutschen Truppen nach Süditalien evakuiert wurden. Es war im Jahr 1940, als die Luftwaffe über einen Ersatz für die Ju 52 nachdachte. Rado entwarf eine Maschine mit einem hydraulisch öffnenden Frachtraum und elf Paar Rädern unter dem Rumpf. Die Ju 52 war zunächst für die Luftwaffe von keiner großen Bedeutung. Aber durch die großen Verluste von Ju 52 wurde die Maschine in einer speziellen Version in den Dienst gestellt. Aber auch dieser Typ wurde nur in kleinen Stückzahlen produziert. Aus der Ju 52 wurde 1943 noch eine veränderte Version, die Ju 52 Herkules entwickelt, die in stärkerem Maße weniger kriegswichtiges Material wie Sperrholz und Stoffbeplankung aufwies. Von den insgesamt 198 gebauten Me 323 taten die meisten an der Ostfront für das Transportgeschwader 5 ihren Dienst. Weil der Luftraum weniger gefährdet als an der Westfront schien, wurde die Maschine sehr viel für den Transport von Nachschub benutzt. Obwohl die Maschine durch die Ausmaße ein leichtes Opfer für Angriffe darstellte, war sie gegen feindliches Feuer recht gut geschützt und hatte mit zwei Maschinengewehren sogar Verteidigungsmöglichkeiten. so Untertitelung des ZDF, 2020 Der Druck auf den Transportverband war enorm und die Nachfrage wurde immer größer, als die Zeit der großen Verluste begann. Obwohl die Piloten der Transportmaschinen nicht so viel Ruhm genossen wie die Piloten der Bomber- und Jagdflugzeuge, verrichteten sie zuverlässig ihren Dienst am Anfang des Krieges und waren in den Krisenzeiten zum Kriegsende stets unter dem Einsatz ihres Lebens zur Stelle. Untertitelung des ZDF, 2020 Nur wenige Kriegswaffen hatten einen so geläufigen Namen und noch weniger verbreiteten so viel Furcht, Respekt und Grauen, obwohl ihre Zahl eigentlich gar nicht so groß war. Musik Es gab kaum welche, die dem Panzerkampfwagen 6 gleich kamen, dem Tigerpanzer. Musik Der Tiger wurde 1942 in Dienst gestellt und hatte sofort einen Ruf als unbesiegbarer Panzer voller Kraft und Stärke. Musik Die Panzerentwicklung bei den Briten hatte in den Jahren zwischen den Kriegen stagniert. Man setzte auf Funktionen und Taktiken, die mehr im Ersten Weltkrieg am Platz gewesen wären. Die meisten Modelle deckten zwei separate Hauptfunktionen ab. Erstens langsam und gut bewaffnet, um die Infanterie zu begleiten. Oder schnell, leicht und schwach bewaffnet, um schnelle Truppenbewegungen mitmachen zu können. Dazu hatten die Kanonen gewöhnlich nur ein ziemlich kleines Kaliber. Diese Panzer waren auch nicht sehr zuverlässig. Musik Eine schwere Kanone auf einem robusten Chassis und das Ganze mit schwerem Stahl gepanzert, erforderte eine enorme technische Herausforderung, welche von einer Armee, die noch altmodischem taktischem Denken anhing, nicht geleistet werden konnte. Im Gegensatz zu den Briten hatte die aufstrebende deutsche Armee unter der Führung von Adolf Hitler und seinen Strategen einen Blitzkrieg geplant und neue Ideen und Technologien entwickelt. Sie trieben die technischen Aspekte immer weiter und weiter voran. Bessere Panzer mit besserem Schutz und tödlichen großkalibrigen Waffen wurden in großer Manier benutzt. Ihre Effektivität bewiesen sie in Nordeuropa, wo sie die polnischen, belgischen, französischen und britischen Streitkräfte mit Leichtigkeit schlugen. Musik Es war verwunderlich, dass die Panzer kurz vor Dünkirchen stoppten. Damit erlaubten sie den alliierten Streitkräften über den Kanal zu flüchten. Ihre zerstörten Panzer und Unterstützungsfahrzeuge blieben zurück. Nach diesem kurzen Blitzkrieg-Erfolg für die deutschen Panzer in Frankreich und später in Nordafrika ist damit die Balance zu den Alliierten sehr bald hergestellt. Für britische Panzertruppen in ihrem Kreuzzug wurde es zur Normalität, sich in gefährliche Situationen in die Nähe der gegnerischen Panzer zu manövrieren. Oft befanden sie sich weit hinter ihrer Artillerie, um ihre Waffen abzufeuern und einen Weg zu finden, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Diese riskanten, aber nötigen Taktiken brachten der britischen Armee schwere Verluste an Soldaten sowie Material ein. Diese Verluste konnten sie sich weder leisten noch kompensieren. Diese brutale Leerstunde war für die Briten nicht umsonst. Aber der Mangel an Fertigungsmöglichkeiten, um neue Panzer zu entwickeln oder in geeigneter Anzahl herzustellen, war ein Problem. Über den Atlantik wurde die fast schlafende US-Army hellhörig und nahm Notiz von den Vorgängen. Sie stimmten zu, dass die Panzer wichtig sind in einem modernen Feldzug. Sie halfen bei der schnellen Herstellung von Panzern, die relativ leicht und günstig waren. 1942 wurde das US-amerikanische Glenn-Glees-Programm eingeführt. Es zeichnete sich durch bessere Panzer aus, wie zum Beispiel dem Sherman. Die Panzer kamen in ausreichender Stückzahl über den Atlantik, um die Balance wiederherzustellen. Die neuen Swallowed Tanks wurden sofort von den Briten in Nordafrika eingesetzt. Sie wurden später als Sherman-Panzer bekannt. Er hatte sich sehr gut bei diversen Aktionen bewährt. Mit größeren Waffen und besseren Panzern fühlten sich die Alliierten sehr sicher, die Überlegenheit der deutschen Panzer zu überwinden. Das Auftauchen eines bestimmten deutschen Panzers, zuerst in Russland 1942, dann auch in Nordafrika, zerstörte dieses Überlegenheitsgefühl der Alliierten. Es war der Tiger I. Eine 56-Tonnen-Tötungsmaschine mit schwerster Panzerung und einem 88-Millimeter-Geschütz. Kein anderer Panzer im Zweiten Weltkrieg hatte eine solch einschüchternde Wirkung. Die Reichweite und Genauigkeit der Kanone zusammen mit der perfekten Panzerung hoben die Kräfte des Tigers in fast mystische Höhen in den Augen der Gegner. Der Panzer-Terror erreichte wieder einmal die Front der Alliierten. Das Konzept des Tigers wurde erstmals 1937 erstellt, zwei Jahre bevor der Krieg ausbrach. Zwei deutsche metallverarbeitende Betriebe, Porsche und Henschel, wurden gefragt, ob sie einen Prototyp erstellen könnten, einen Durchbruchwagen. Er sollte in allen Aspekten den bekannten gegnerischen Fahrzeugen weit überlegen sein und sich sehr gut in die Strategie der deutschen Armee integrieren. Hitler und sein Stab erwählten das Henschel-Modell. Eine wendige und leichte Entwicklung mit einer kraftvollen Maschine, die bei einer Demonstration gezeigt wurde. Sie repräsentierte genau die Kraft des Dritten Reiches. Die Produktion begann sofort. Die sehr gut organisierte Henschel-Produktionsstätte ließ einige Teile von kleineren Firmen zuliefern. In Verbindung mit imposanten Präzisionsmaschinen hatten sie neue Herstellungsverfahren entwickelt. Dadurch konnte eine maximale Ausstoßrate von 140 Panzern pro Monat erreicht werden. Das abgewiesene Porsche-Modell, von dem schon 80 Stück hergestellt worden waren, wurde in schwergepanzerte und bewaffnete Sturmgeschütze umgebaut, zu den sogenannten Ferdinands. Sie wurden zuerst in Russland, später dann auch in Italien verwendet. Andere Variationen des Tigers wurden in kleineren Stückzahlen hergestellt. So wie zum Beispiel der hier gezeigte schwere Sturmtiger. Systematisch ebneten die deutschen Städte ein, mit dem Kaliber 38 Mörser. So wie zum Beispiel der hier geöffnet wurde. Es kostete etwa eine Million Reichsmark, einen Tiger zu produzieren. Das Produktionsniveau war sehr hoch. Der Herstellungsprozess konnte nicht beschleunigt werden, um nicht ungenau zu arbeiten. Die Teile des Tigers wurden in Fachmännischer professioneller Weise zusammengefügt, die keine Fehler erlaubte. Diese Vorsicht und Genauigkeit gab dem Tiger seinen Ruf, mit einer Beschädigung im Kampf sehr gut zurechtzukommen. Jedoch wurde es schwierig, diesen Panzer im Gefecht zu warten. Neben seiner Fünf-Mann-Besatzung, großer Kanone und schweren Panzerung waren die einzig echten Neuerungen im Design, die ineinander und überlappend angeordneten Räder, die auf einer sich drehenden Achse montiert waren. Die Überland-Eigenschaften sollten verbessert werden und die schwere Maschine durch ihre breite Spur mehr Unterstützung erfahren. Aber dieses Unterfangen wird sehr schwierig werden, wie die kommenden Jahre zeigen werden. Ein fertiger Tiger verlässt die Produktionsstätte, besser als jeder alliierte Panzer zu jener Zeit. Seine Hauptwaffe, die 88-Millimeter-Kanone, war ursprünglich dazu gedacht, feindliche Flugzeuge zu zerstören. Eine ähnliche Kanone wird zur Flugabwehr verwendet. Das Flugabwehrgeschütz wurde später als Panzerabwehrkanone im Feld eingesetzt. Die gute Produktion und das Aussehen ließen die gegnerischen Armeen zurückschrecken vor dieser kraftvollen Kanone. Ungefähr 30 alliierte Panzeringenieure haben sich mit dieser Waffe auseinandergesetzt. Die Größe der Kanone benötigte einen großen Geschützturm. Sie wiegt in etwa 14 Tonnen und braucht eine sehr stabile Halterung, um die Kanone zu stützen und zu drehen. Die sehr hohe Geschossgeschwindigkeit dieser Kanone, 2650 Fuß, ca. 800 Meter pro Sekunde, gab dem Projektil eine gewaltige kinetische Energie. Geschosse dieser Kanone waren fähig, bei den meisten alliierten Panzern, deren Panzerung zu durchdringen, die standardmäßig nur 5 bis 7 Zentimeter dick waren. Die Reichweite betrug bis zu 3000 Yards. Das sind fast zwei Meilen, also 3,4 Kilometer. Ein Geschoss brauchte also nur ca. 3,9 Sekunden, um das Ziel zu erreichen. Wenn man das Kanonenfeuer eines Tigers gesehen hat, hatte man höchstens vier Sekunden Zeit, das weiterzusuchen. Das Eindringen in einen alliierten Panzer hatte also einen katastrophalen Effekt. Wenn man Glück hatte, war das Geschoss mitten durch den Panzer geflogen und auf der anderen Seite wieder ausgetreten. Wenn nicht, prallte das Geschoss auf den Panzer und tötete meist die gesamte Mannschaft und brachte die im Panzer gelagerte Munition zur Explosion. Wenn ein Panzer getroffen wird, fliegt er sozusagen in die Luft und tötet alle darin. Es sei denn, man kann es irgendwie noch schnell zu den Notausstiegen schaffen. Die 75 Millimeter Kanone auf dem Sherman hat die meiste Panzerung durchdringen können, aber nur wenn er bis zu 800 Yards an den Gegner herankommt. Und die Seite oder die hintere Panzerung des Tigers trifft. Um die 15 Zentimeter dicke Panzerung des Tigers zu durchdringen, bedarf es eines direkten Treffers aus der 75 Millimeter Kanone. Die unüberwindliche Panzerung des Tigers und der Schutz, den die Panzerung der Mannschaft gab, machte sie sehr stolz auf ihre Maschine. Der bevorstehende Winter an der Grenze zu Russland machte den Deutschen sehr zu schaffen und verlangsamte ihren Feldzug. Sie kämpften um das Überleben an der Ostfront. Sie treffen auf einen russischen T-34-Panzer, einen sehr guten und einfach in Massen herzustellenden Panzer, der plötzlich eine ernste Bedrohung für den Tiger darstellte. Mit seiner revolutionären geneigten Panzerung, einer kraftvollen 7,5 Zentimeter Kanone und einer weiten Spur konnte er sehr gut im Terrain kämpfen und er war in großer Stückzahl verfügbar. Der russische Winter hat vielleicht die deutsche Armee vor Moskau gestoppt, aber es war der T-34, der die Wände brachte. Eilig wurde versucht, den Tiger den neuen Gegebenheiten anzupassen. Der T-34 hatte ein neues Design, aber er war immer noch kein ebenbürtiger Gegner für die mächtige Kanone des Tigers. Ebenso wie der amerikanische Charmen, der nahezu in selbstmörderischer Nähe zum Tiger kommen musste, um dessen Panzerung durchdringen zu können. Die russischen Panzer waren einfach im Design und daher leicht herzustellen. Eine Vielzahl von T-34 konnten in den russischen Werken hergestellt werden, sodass die Deutschen überwältigt waren. Ein Beispiel für die Sicherheit und die Überlebensfähigkeit des Tigers wurde nach einem Einsatz an der Ostfront gegen einen russischen T-34 und einigen anderen Panzerabwehrgeschützen dokumentiert. Der Einsatz dauerte sechs Stunden. Der Tiger wurde zweimal von einem 4,5 Zentimeter Geschoss getroffen, welche die Sichtkammer des Kommandanten des Tigers zerstörte. Rauchbomben der Alliierten wurden gezündet und der Rauch drang durch das Ventilationssystem des Tigers in den Innenraum. Die Mannschaft konnte so gut wie nichts mehr sehen. Langsam fuhr der Tiger weiter auf die Gegner zu, während die Intensität des Abwehrfeuers stärker wurde. Die Geschosse trafen den Tiger rund um dessen Geschütztraum. Durch einen direkten Treffer wurde die Hauptkanone von einer 7,6 Zentimeter Panzerabwehrgranate getroffen. Teile des Mantels brachen und die Kanone wurde in ihre Ausgangsposition zurückgestoßen. Ein ähnliches Geschoss durchdrang die Panzerung und traf den Motorraum und setzte ihn in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Auch ein schwerer Treffer auf dem Dach des Panzers durch feindliche Infanterie konnte die Panzerung nicht durchdringen, aber hatte eine heftige Explosion zur Folge. Sechs Stunden später, nachdem die Mannschaft ihr Ziel erreicht hatte, konnte der Tiger noch weitere 60 Kilometer aus eigener Kraft fahren, um seiner nächsten Mission entgegenzusehen. Die externe Beschädigung wurde repariert. Es wurden 227 Treffer am Tiger gezählt. Das bewies, dass der Tiger fast jeder Situation trotzen konnte. Darauf konnten sich die Alliierten verlassen. Wenn ein Tiger die Fabrik verlässt, wird er in verschiedenen Grundfarben lackiert. Die entsprechende Tarnfarbe wurde von den jeweiligen Einheiten aufgebracht. Es gab den Kommandeuren die Möglichkeit, die Tarnfarbe an die jeweilige Umgebung anzupassen. Die Farbe wurde aus einer Reihe von Standardfarben zusammengemischt, die vom deutschen Kriegsministerium gestellt wurde. Die Lackierung wurde dann den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Als Beispiele dienten verschiedene Vorlagen und Kombinationen, die in vorangegangenen Einsätzen erfolgreich waren. In einem der ersten Einsätze des Tigers vor Leningrad im August 1942 begann die Schwerpanzerabteilung 502 ihre Mission in einem dunklen Feldgrau. Im Januar 1943 wechselte die Schwesterkompanie 503 ihre Tarnung in winterliche Farben, als sie sich kämpfend auf den Weg nach Rostov machte. Hier sieht man einen früheren, fabrikfrischen Geschützturm des Tigers, sowie die Bugsektion der 88-Millimeter-Kanone, die sehr viel Platz im Innenraum benötigte. Man sieht hier die Waffenbalance und Rückstoßeinrichtung, sowie die Sichtluke des Kanoniers und den Notausstieg. Um die Augen des Kommandeurs zu schützen, wurde die Sichtluke mit einem Blendschutz versehen, der zu seiner Rechten installiert war. Auf der linken war ein Handrad, mit dem er dem Kanonier helfen konnte, akkurat zu zielen und den Geschützturm zu drehen. Die Tigermannschaft arbeitet sehr eng unter den Direktiven des Kommandeurs zusammen, um die feindlichen Panzer zu bekämpfen. Durch die exzellente Übersicht wegen der erhöhten Aussicht sucht er nach Zielen, die er dann über den internen Bordfunk an seine Mannschaft weitergibt. Eine Auswahl verschiedenster Tiger-Handbücher beschreiben einfache Vorgänge für die Mannschaft. Die vordere Panzerung ist praktisch undurchdringbar für feindliche Panzer innerhalb von 800 Metern. Das kann auch gesteigert werden, wenn man den Panzer in Richtung des feindlichen Panzers steuert. Dreht man den Panzer von 5 auf 10 Grad, kann die Effektivität der Panzerung um 3 Zentimeter verbessert werden. Das heißt, wenn der feindliche Panzer die Panzerung durchdringen will, muss er 1000 Meter näher an den Tiger herankommen. Je näher der feindliche Panzer kommt, desto einfacher ist es, ihn auszuschalten. Das sogenannte Mahlzeitsystem bringt also maximalen Schutz, wenn man sicher sein kann, dass alle diese Aktionen verstehen. Der Tiger sollte somit zu jeder Zeit seine favorisierte Seite zum Eigenschutz wählen. Dieses Diagramm eines Kampfhandbuchs zeigt die Areale des Tigers, die am besten vor feindlichen Geschossen schützen, beziehungsweise wie diese Geschosse in den Panzer eindringen können, falls er sich in einem ungünstigen Winkel zum Feind befindet. Wird der Tiger mit mehr als einem Gegner konfrontiert, wird trotzdem das Mahlzeitsystem verwendet, indem er sich zwischen die Gegner stellt. Dies erlaubt dem Tiger, einen Panzer zu zerstören und dann seinen Geschützturm zu drehen, um den anderen Panzer ebenfalls zu zerstören. Mit dieser Methode konnte der Kommandeur berechnen, wie weit sich feindliche Panzer nähern konnten. Um die Effektivität der Hauptwaffe zu steigern, wurde ein Sichtungs- und Entfernungssystem implementiert, welches sehr genau auf ca. 3000 Meter funktionierte. Die Genauigkeit der Hauptwaffe wurde also in die taktischen Methoden der Einheit eingebaut. Die Panzerkommandeure hatten strikte Anweisungen erhalten, wie damit feindliche Panzer zu bekämpfen sind. Einer der Hauptgründe war, dass der Tiger nicht feuern konnte, solange er sich in Bewegung befand. Die größere Genauigkeit über eine größere Distanz konnte den Effekt der großen Kanone maximieren. Bis zum Ende des Krieges wurde der Tiger immer wieder weiterentwickelt, verschiedenste Kampftaktiken wurden erprobt. Diese funktionierten gut unter Idealbedingungen, doch während der Krieg weiterging, wurden die Bedingungen im Kampfgebiet schlechter. Die ungenügende Verfügbarkeit und die Kürzungen machten einen schnellen Vorstoß nicht möglich. In der letzten Phase des Krieges wurde ein typischer Feldzug empfohlen. Der Schwerpunkt Y-501 und 503 bestehend aus vier Einheiten oder Zügen, jede mit zwei Tigern und zwei Panzern des Typs 3. Mit einer zusätzlichen Truppe bestehend aus einem Tiger und zwei weiteren Panzern des Typs 3. Diese Tiger-Formation war eine hässliche Überraschung für die Russen in Leningrad 1942. In Nordafrika mussten sich die Alliierten wieder Gedanken über ihre Taktik machen und wie sie mit der deutschen Panzerung umzugehen haben. Das siebente Panzerregiment wurde zu Rommels Kampagne in Tunesien ausgesandt, in den Tarnfarben Braun-Gelb im März 1943. Die Überlegenheit und Effektivität der Tiger in Verbindung mit der deutschen Taktik wurde wieder einmal in Nordafrika demonstriert. Die Tiger des siebenten Panzerregiments besiegten über 40 Shermans und Grants der ersten amerikanischen Panzerdivision bei einem einzigen Einsatz. Das Ansehen der Tiger wuchs. Die Abschussquote lag bei 10 zu 1, was die Alliierten sehr beunruhigte. Die Quote stieg sogar auf 18 zu 1 während der großen Panzergefechte an der Ostfront. Die Tiger wurden schon früh in den Einheiten Großdeutschland, Das Reich und Totenkopf eingesetzt und diese folgten der sehr erfolgreichen Taktik. Um auf die sich ständig wechselnden Einflüsse des Krieges organisatorisch zu reagieren, haben sich die deutschen Generäle unter der Führung von Generalfeldmarschall Heinz Guderian auf eine Änderung der Strategie geeinigt. Die Panzerbataillone wurden jetzt so umgestellt, dass sie den maximalen Effekt aus den imposanten Eigenschaften des Tigers erreichten. Dies wurde aus den Erfahrungen aus dem Kampfgebiet ermittelt. Das heißt, Kompaniekommandeure wurden im Mai 1943 dort eingesetzt, wo klar ersichtlich wurde, an welcher Stelle eine Präzisionswaffe benötigt wurde. Dies bedeutete erstens, die feindlichen Verteidigungspositionen zu attackieren. Dies beinhaltete die Verteidigungsarbeiten und Vorbereitungen. Und zweitens, den Erstschlag und Durchbruch durchzuführen, wobei nur noch kleinere Verluste beim Nachschub vorhanden sein sollten, sowie den Landgewinn zu verteidigen. Und drittens, die Verteidigung gegen oder den Angriff auf jeden feindlichen Panzer und Fahrzeuge aus größerer Distanz. Dies erlaubt eine geringere Panzerung bei der Bekämpfung der feindlichen Panzer. All das resultiert aus dem Einsatz der Möglichkeiten der Kanone des Tigers, die einzig darauf bedacht war, den Verlust von wichtigen Fahrzeugen zu vermindern und somit die Kampfeffektivität zu erhöhen. In Russland, während des Sommers 1943, beim Kampf um Kursk, kann man den Einsatz der verschiedenen Tarnfarben sehen. Musik Beim großen Kampf um Kursk, Gefolgt vom Aufbau der Streitkräfte, wurden die Tiger dafür benutzt, wofür sie eigentlich geschaffen wurden, mit fast ihrer gesamten Schlagkraft. Dies wurde zur größten Panzerschlacht, die jemals stattgefunden hat. Sie wurde vom deutschen Oberkommando geplant, um die angreifenden Sowjets abzuschneiden. Stoßt die Russen zurück und holt euch das bereits einmal gewonnene Land wieder zurück. 56 Tiger waren verfügbar, 14 vom Panzerregiment Großdeutschland, die anderen vom SS-Panzerkorps. Zusammengenommen waren an der Schlacht 2700 Panzer unter deutscher Führung beteiligt. Sie hatten seit Monaten hart trainiert. Die Tiger waren in den Einheiten integriert und übten taktische Manöver, um mehr Effektivität zu erlangen. Die Einheiten waren sehr stark und selbstbewusst, wohlwissend des Schmerzes früherer Verluste in der Nähe von Moskau. Die Panzer wurden an die Front versetzt und stellten sich in Kiel oder der sogenannten Panzerglockenformation auf, um sich den Weg vorwärts zu erkämpfen durch die russischen Positionen. Panzer 3 und 4 folgten weiter hinten an den Flanken. Die Tiger kommen gut voran und passieren die Verteidigungslinien. Sie treffen dabei auf sehr viele feindliche Panzer, während sie versuchen, so dicht als möglich in ihren eigenen Reihen zu bleiben. In der offenen Steppe hat die 88-Millimeter-Kanone den Russen wieder und wieder eingeheizt. Die T-34-Kommandeure schlugen sich in die Formation der Tiger. So kamen sie näher heran und konnten ihre schneller rotierenden Kanonen nutzen, um ihre Ziele zu treffen. Die Kämpfe dauerten oft an die 6 bis 8 Stunden und wurden ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel. Die Panzer hatten genügend Zeit, den schwächsten Punkt des Gegners auszumachen. Sie nutzten jede Gelegenheit, um einen Vorteil zu erlangen. Die Russen erlitten sehr hohe Verluste. Verursacht durch die Tiger, von der Großdeutschland-Division und den SS-Panzerkur. Aber die zahlenmäßige Überlegenheit der russischen Streitkräfte und ihre starke Verteidigung hatte zur Folge, dass die deutsche Offensive aufgegeben werden musste. Die Obwohl die Abschussquote sehr hoch war, wurden viele Tiger zerstört und mit ihnen die meisten der deutschen Panzer. Zerschlagen von einer koordinierten russischen Verteidigung und überwältigender Übermacht der russischen Streitkräfte, nie wieder wurden so viele Tiger auf einmal eingesetzt. Im späten Winter und Anfang Frühjahr 1944 wurden von verschiedenen Schwerpanzerabteilungen wie der 509, 501, 502 und 507 mehrere Tarnmuster verwandt, um auf die vorherrschenden Wetterbedingungen und unterschiedlichen Terrainbedingungen einzugehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hauptmann Philipp, 94 Abschüsse. Die Nazi-Propagandamaschinerie unter Josef Goebbels verbreitete durch Wochenschauen und anderes Propagandamaterial Geschichten über heldenhafte Kämpfe und machte unter anderem den Panzerkommandanten Michael Wittmann zum Helden. Dieser erwarb sich seinen sagenhaften Ruf an der Ostfront, als er einmal an einem einzigen Tag 16 russische T-34 Panzer abschoss. Bei seinen Einsätzen an der Ost- und Westfront schoss er insgesamt 130 feindliche Panzer ab. Die Besatzungen der Tiger wurden als Elite unter den Panzertruppen betrachtet. Ihre Uniformen variierten je nach Einsatzgebiet und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Einheit. Die SS-Tiger-Besatzungen trugen ihre schwarzen SS-Uniformen. Die rosafarbene Umrandung der Epauletten zeigte, dass sie einer Panzerbesatzung angehörten. Im Einsatz gab es viele verschiedene Arten von Kleidung, immer den Konditionen angepasst. 1944 wurde schwere Lederbekleidung, die für die U-Boot-Flotte gedacht war, geliefert. Sie war jedoch für die Flotte nicht mehr von Nutzen, da sie blockiert war. Also wurde sie an die Tigerbesatzung ausgegeben. Dort waren sie jedoch nicht sehr populär, weil sie zu schwer waren und man sich damit im Panzer nur sehr schlecht bewegen konnte. Wesentlich beliebter waren die tarnfarbenen, leichten Drillig-Uniformen, die eine gute Beweglichkeit innerhalb des Panzers erlaubten. Hier kann man das Funksystem sehen. Es arbeitet mit einem Kehlkopf-Mikrofon. Von größter Bedeutung weltweit war bei den Panzerbesatzungen die Praktikabilität. Im Verlauf des Krieges wurden mehrfach neue Kompanien gebildet oder von anderen Kampfeinheiten absorbiert. Jede Einheit hatte ihr eigenes Feldzeichen. Viele SS-Truppen hatten einen Ruf, fanatisch zu sein. Das dritte SS-Panzerregiment mit dem Namen Totenkopf war mit den Tiger-1-Panzern ausgestattet. Als der Krieg zu seinem blutigen Höhepunkt kam, erhielt es den neuen Tiger-2. Mit diesen Panzern, die sogar noch schwerer waren, kämpften sie in den Straßen von Berlin und verteidigten den Führerbunker bis zum bitteren Ende. Das 1. SS-Panzerregiment, die Leibstandard der SS Adolf Hitler, war eine von Michael Wittmanns Kompanien. Eine der frühsten Kompanien war die Schwerpanzerabteilung 501 unter dem anfänglichen Kommando von Major Leuda. Das Regiment wurde später nach der Niederlage in Tunesien neu aufgestellt und nach einem Training in Frankreich an der Ostfront eingesetzt. Je nachdem, wie es die Gegebenheiten des Krieges erforderten, wurden die Einheiten oft umgestellt, um auf die erforderliche Situation reagieren zu können. Die Gegebenheiten des Krieges Als sich das Kriegsglück änderte und die Deutschen sich zurückziehen mussten, wurden viele Tiger zu starken Angriffsformationen zusammengezogen. Doch die alliierte Luftüberlegenheit und der Beschuss mit Raketen von den Typhoons und Mustangs machte große Panzeransammlungen auf offenem Gelände gefährlich. Als die Alliierten in der Normandie gelandet waren, dehnte sich die Luftkriegswelle noch weiter aus und schwebte wie eine schwarze Wolke über der deutschen Armee. Manchmal verblieben die Panzer auf ihrem Standort und operierten aus dem Hinterhalt unter Tarnung und setzten auf die Reichweite ihrer Kanonen mit tödlichem Effekt. Von solch einem Hinterhalt in der Normandie gelang es Michael Wittmann, die britische 7. Panzerdivision aufzuhalten, indem er allein 75 ihrer Panzer und viele andere Fahrzeuge abschoss. Das geschah bei Villiers-Boccage. Das geschah bei Villiers-Boccage. Wahrscheinlich wurde dann sein Tiger beschädigt. Es hieß, da seine Ketten zerschossen waren, musste er sich dann ins Hauptquartier zurückziehen, wo er jubelnd empfangen wurde. Doch immer mehr alliierte Truppen strömten ins Land und der deutsche Widerstand erlarmte. Schwere Kämpfe gab es auch bei Caen, wo Montgomerys britische Truppen die deutschen Panzer zu einer Schlacht mit hohem Verschleiß zwangen. Im Juli kam es zu einer weiteren großen Schlacht. Es gab schwere Verluste bei der deutschen Armee, auch viele Tiger gingen verloren. Wiederum verließ man sich auf die weitreichenden Kanonen der Tiger. Zu einem zweiten Versuch der Operation Turtle Eyes kam es im August, um die Deutschen zum Rückzug in einen Kessel zu zwingen, den man zu schließen hoffte. Verschiedene deutsche Einheiten legten sich nun ein breiteres Tarnmuster zu. Einerseits, um sich selbst in Hinterhalt unsichtbar zu machen, andererseits, um sich auch vor den tödlichen Attacken der britischen und amerikanischen Jagdbomber zu schützen. Nun besaßen die Alliierten eine neue Waffe, mit der sie dem Tiger gegenüber treten konnten. Hektische Vorbereitungen vor dem D-Day resultierten darin, dass die Briten in der Lage waren, eine schwere Antipanzerkanone in den Sherman-Panzer einzubauen. Den Besatzungen blieb nur wenig Zeit zu trainieren. Und für die Landung in der Normandie standen nur wenige Exemplare zur Verfügung. Diese Kanone nannte man Firefly. Einmal wurden britische Truppen am Nordrand des Kessels in ein Gefecht verwickelt. Nach einem hektischen Nachtmarsch fanden sie in einem örtlichen Obstgarten Deckung. Eine kleine Formation feindlicher Panzer, bestehend aus drei Tigern, befand sich im Sichtfeld. Sofort bekam die Firefly-Besatzung den Befehl, sie unter Beschuss zu nehmen. Als sich der erste Tiger auf ca. 800 Meter genähert hatte, brauchte die Firefly zwei Schüsse, um die seitliche Panzerung zu durchschlagen. Er fing sofort Feuer. Die restlichen beiden Tiger wollten der Firefly-Crew nun ihre Frontseite bieten, doch den Briten gelang es vorher noch, einen weiteren Schuss abzugeben. Und der zweite Tiger brannte auch. Der erste Tiger versuchte noch Deckung zu finden, doch zwei weitere Schüsse hinderten ihn daran. Als alle drei Panzer brannten, gab es plötzlich eine Explosion durch die an Bord befindliche Munition. Und alle drei wurden in Stücke gerissen. Die ganze Aktion hatte nur zwölf Minuten gedauert. Kurz darauf wurde auch die Firefly durch ein Geschoss getroffen, fing an zu brennen und die Besatzung floh. Nur kurze Zeit später stellte sich heraus, dass der Führungstiger, der Panzer von Michael Wittmann, dem Tigerass gewesen war. Eine Legende hatte hier den Tod gefunden. Aktionen wie diese hielten immer wieder den alliierten Vormarsch für kurze Zeit auf und der Kessel konnte erst einige Zeit später geschlossen werden. Doch als das gelang, war das Blutbad, das die alliierten Air Forces unter den deutschen Truppen anrichteten, unglaublich. Trotz seines Rufes hatte der Tiger mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Und das begann schon mit dem Transport. Die breiten Ketten, welche nötig waren, um das unglaubliche Gewicht des Panzers zu tragen, konnten nicht für längere Zeit benutzt werden, da sie oft brachen oder die Räder beschädigten. Die Stoßtämpfung verursachte weitere Probleme im offenen Gelände. Beschädigungen durch Minen oder zu exzessives Fahren beschädigte die Räder und führte zu häufigen Reparaturen. Das Schachtellaufwerk war insbesondere an der Ostfront anfällig, da der sich darin immer wieder ansammelnde Matsch gefror und das Laufwerk blockierte. Diese Behinderungen traten auch oft unter feindlichem Feuer auf und das erschwerte es, den Besatzungen häufig schnell zum Schlachtfeld zu gelangen. Weil der Tiger mit seinen Geländeketten breiter als der Panther und andere Panzer war, passte er oft nicht unter die Eisenbahnbrücken. Deshalb mussten bei der Verladung auf Züge 20 Zentimeter schmalere Verladeketten aufgezogen werden, bevor der Panzer auf spezielle Flachbettwagen gebracht werden konnte. Unter guten Bedingungen und mit der erforderlichen mechanischen Unterstützung dauerte das circa vier Stunden. Am Bestimmungsort mussten dann ebenfalls wieder die Ketten gewechselt werden. Die Wartung im Feld für den Tiger wurde auch im Verlauf des Krieges immer schlechter. Denn die Ressourcen gingen zurück und die Alliierten bombardierten sämtliche Straßen und Transportverbindungen, die Nachschub bringen konnten. Ein beschädigter Tiger braucht zwei schwere Transportfahrzeuge, die ihn zu seinem Reparaturplatz brachten, manchmal auch mehr, wenn keine schweren Fahrzeuge zur Verfügung standen. In manchen Fällen sogar, wenn es überhaupt keine Transportfahrzeuge gab, mussten sie von zwei Panzern aus der Truppe gezogen werden. Dies verursachte auch bei den anderen Panzern Schäden. Jedoch bei den schweren und technisch hochspezifizierten Tigern kam es oft zu Störungen im Lenkmechanismus und Schaltgetriebe, weil sie nicht in der Lage waren, das Zweifache ihres Gewichtes zu ziehen. In einem dokumentierten Fall in Italien sollten 14 Tigerpanzer amerikanische Truppen aufhalten, die auf dem Weg nach Rom waren. Jedoch kurz vorher, aus unbekannten Gründen, wurden sie angewiesen, sich zurückzuziehen. Ob das aus Unerfahrenheit des Befehlshabers geschah oder weil beschädigte Tiger abgeschleppt werden mussten, weiß man nicht. Jedenfalls gelangten nur acht Tiger zurück auf ihren Versammlungsort. Davon waren vier noch gefechtsfähig. Sofort wurde einer durch eine Panzergranate getroffen und zerstört. Zwei weitere hatten plötzlich Getriebeprobleme und es blieb nur ein Gefechtsfähiger übrig. Wenn die Besatzungen noch eine Chance sahen, sich aus dem Gefechtsbereich zu entfernen und wenn Mechaniker in der Nähe waren, hätte die Situation wahrscheinlich anders ausgesehen. Doch trotz all dieser Rückschläge war der Ruf eines unschlagbaren und unbesiegbaren deutschen Panzers unter den alliierten Soldaten allgegenwärtig. Besonders unter den Besatzungen der Panzer. So groß war dieser Ruf, dass wenn eine alliierte Panzergruppe mit feindlichen Panzern in Berührung kam, man annahm, man sei verloren. Verständlicherweise hatte der Anblick eines Tigers eine Wirkung auf die alliierte Moral, die jenseits aller Verhältnisse war. Denn die Anzahl der Tiger hatte ja stark abgenommen. Der Tiger wurde ja erst in Dienst gestellt, als sich das Kriegsglück zu Ungunsten von Deutschland wendete. Er war zwar eine gewaltige, furchteinflößende Angriffswaffe, doch ebenso fantastisch zur Verteidigung geeignet. Doch die Probleme, denen er gegenüber stand, hatte man nicht unter Kontrolle. Das Fehlen von Ressourcen, das durch die alliierten Luftschläge verursacht wurde, bewirkte, dass nicht genug von ihnen gebaut werden konnten. Und als die Transportinfrastruktur zerstört war, konnten die Panzer oft nicht dort eingesetzt werden, wo sie am meisten gebraucht wurden. Die technischen Ausfälle, die durch lange Wege zunahmen und der Verbrauch von 22 Liter Kraftstoff auf 5 Kilometer wurden zum Problem. Das Schlimmste von allem war jedoch, dass alles zu einem reinen Zahlenspiel wurde. Die Russen produzierten Zehntausende ihrer T-34. Die Amerikaner Zehntausende ihrer Schamens. Die Deutschen konnten dagegen nur insgesamt weniger als 1500 Tiger produzieren, bis sie gezwungen waren, die Produktion im August 1944 stillzulegen. Dann wurde die Produktion auf den noch schwereren Tiger II umgestellt. Wenn eine alliierte oder russische Panzerbesatzung ihren beschädigten Panzer verlassen musste, dann wusste sie, sie würde innerhalb eines Tages mit einem neuen Panzer auf dem Schlachtfeld zurück sein. Und ihr beschädigter Panzer konnte repariert und bald wieder einsatzbereit sein. Wenn eine Tigerbesatzung ihren Panzer aufgeben musste, hatte sie den Befehl, ihn zu zerstören, damit er nicht in die Hände des Feindes fiele. Sie wussten auch, dass es keinen Ersatz mehr dafür gäbe. Das war auch ein wichtiger Faktor in der Tiger-Mythologie. Zerstören, bevor man sich ergibt. Nur wenige Exemplare sind nach Kriegsende übrig geblieben. Zu dem Mythos um den Tiger gehört auch, dass es nur noch wenige gibt, die man sich ansehen kann. Ein frühes Exemplar, das den Briten in Tunesien in die Hände fiel, ist völlig restauriert worden und kann im Bobbington Panzermuseum in England betrachtet werden. Ein weiterer Tiger steht in Frankreich, als Denkmal an einer Straßenkreuzung. Und im Militärmuseum von Samour am Ufer der Loire steht noch ein weiterer Tiger. Vielleicht tauchen in den früheren Ostblockstaaten, die sich nun langsam öffnen, noch mehr dieser militärischen Monster auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 15. September 1940 Die Luftschlacht um England hat ihren Höhepunkt erreicht. Die Maschinen der deutschen Luftwaffe starten von verschiedenen eroberten Stützpunkten Richtung England. Es geht vor allem darum, britische Flugabwehrstellungen zu zerstören, am Boden und in der Luft. Doch überraschen kann man die Engländer nicht mehr. Britischen Wissenschaftlern ist es gelungen, den deutschen Funkcode zu knacken. In Großbritannien ist man auf den Angriff vorbereitet. Auf den Flugfeldern machen sich die Geschwader der Royal Air Force bereit für den Einsatz. Die britischen Piloten werden mithilfe eines Radarsystems zu ihren Zielen gelenkt, das alle weltweit vorhandenen Systeme übertrifft. Dadurch kann auch ein zahlenmäßig überlegener Feind geschlagen werden. Für den Luftkrieg über England sind wissenschaftliche Erkenntnisse von großer Bedeutung. Im weiteren Kriegsverlauf werden sie unentbehrlich. Deutsche Flugzeuge vom Typ Heinkel und Dornier durchbrechen die befestigten Küstenstriche und streben ihren Zielen im Landesinneren zu. Die Engländer setzen diesen Maschinen Spitfires und Hurricanes entgegen. Es kommt zu heftigen Luftkämpfen über England. Die Luftwaffe tritt schließlich den Rückzug an. Beide Seiten verzeichnen massive Verluste. Die Kampfpiloten der Royal Air Force kontrollieren den Luftraum über England. Der letzte große Angriff der deutschen Luftwaffe bei Tag ist fehlgeschlagen. Unfähig, die Royal Air Force zu besiegen, wird die geplante Invasion verschoben. Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, soll die ausgewählten Ziele in der Nacht anfliegen. Man möchte England zermürben und kampfunfähig machen. Im November 1940 dringt die Luftwaffe tief ins Landesinnere vor. Die Bomben sind erstaunlich treffsicher. Häfen, Industrieanlagen und Stadtzentren werden mit einer Exaktheit bombardiert, die das Vermögen der Engländer übertrifft. Durch das Abhören und Entschlüsseln von Funksprüchen erfahren die Briten, dass die deutschen Flugzeuge über ein Navigationssystem verfügen. Dieses dient nicht nur der bloßen Zielfindung. Es informiert den Piloten auch, wann die Bombe abgeworfen werden muss. In der Nacht zum 14. November wird die rüstungstechnisch relevante Stadt Coventry fast vollständig zerstört. Die Zerstörung Coventrys wirkt wie ein Ansporn auf britische Wissenschaftler, Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Man verhört Kriegsgefangene der Luftwaffe, Flugzeugwracks werden durchsucht. Nach und nach werden die Systeme entdeckt und zerstört. Im Februar 1941 ist die Luftwaffe nicht mehr in der Lage, mit der einstigen Präzision zu treffen. Die Arbeit von Wissenschaft und Geheimdienst hat England einen strategischen Sieg eingebracht. Forschung und Spionage haben von nun an große Bedeutung für die britische Abwehr. In den Folgejahren wird Adolf Hitler diese Abwehr mit Waffen von erschreckender Genialität auf die Probe stellen. Doch im Frühjahr 1941 richtet Hitler seinen Blick in eine andere Richtung, auf Russland. Am 22. Juni 1941 fällt Hitler in Russland ein. Ein Großteil der deutschen Geschwader wird nach Osten verlegt. Dies entspannt die Lage in England ein wenig. Der britische Geheimdienst kann sich nun mit den Erkenntnissen beschäftigen, die man im Luftkrieg über England gewonnen hat. Innerhalb des britischen Geheimdienstes wird eine wissenschaftliche Sondergruppe damit beauftragt, die technische Spionage zu koordinieren. Unter Jones werden etliche geheime Entwicklungen des Krieges aufgedeckt. Kurz nach Kriegsbeginn gehen in London zwei Berichte ein, die Anlass zur Sorge geben. Der erste handelt von einer Rede, die Hitler in Danzig gehalten hat und in der er behauptet, eine Waffe zu besitzen, gegen die jede Abwehr machtlos sei. Der zweite Bericht kommt aus Oslo. Dieser ist von großer Bedeutung und sehr detailliert. Darin geht es um die Zielführung bei Bombenangriffen, um die deutsche Entwicklung des Radars, um moderne Torpedos und um einen Abstandszünder, der die Annäherung an ein Ziel misst. Es geht auch um funkgesteuerte Gleitbomben und Langstreckenraketen, die angeblich an einem abgelegenen Ort, Peenemünde, auf der Ostseeinsel Usedom entwickelt würden. Den Oslo-Report auf seine Stichhaltigkeit hin zu untersuchen, ist Aufgabe von Dr. Jones. Diesem ist bewusst, dass, wenn die Angaben stimmen, deutsche Wissenschaftler dabei sind, Waffen einer neuen Dimension zu entwickeln. Nach und nach setzt Deutschland diese Waffen im Krieg ein. Verbindliche Angaben zu bekommen, ist kaum möglich. Jones wird im besetzten Europa zahlreiche Informanten rekrutieren müssen. Im Sommer und Herbst 1941 geht Hitlers Russland-Feldzug weiter. Zunächst kann die Wehrmacht große Erfolge erzielen. Der überraschende Angriff, die Überlegenheit der deutschen Luftwaffe und das taktische Geschick der Heerführer machen Widerstand zwecklos. In den ersten Wochen werden bereits drei Millionen russische Kriegsgefangene gemacht. Mehrere tausend russische Panzer werden beschlagnahmt oder zerstört. Die sowjetische Luftwaffe wird schlichtweg vom Himmel gefegt. Auf dem Fußmarsch durch die Weiten Russlands legen die deutschen Infanteristen großen Kampfgeist und beachtliches Durchhaltevermögen an den Tag. Doch ihre Bemühungen allein genügen nicht. Im Dezember steht die Wehrmacht vor den Bergen des Kaukasus. Schier unerschöpflich scheinen die Reserven an russischen Soldaten zu sein. Der russische Gegenangriff ist erfolgreich. Moskau wird von allen Seiten verteidigt. Das deutsche Heer muss sich zurückziehen, mancherorts bis zu 300 Kilometer. Der als Blitzkrieg geplante Russland-Feldzug gerät ins Stocken, als der Winter hereinbricht. Einen schnellen Sieg wird es nicht geben. Die zwei mächtigsten Armeen der Welt stehen einander nun vor der rauen Kulisse des russischen Winters gegenüber. Als es keine Bewegung an der Front mehr gibt, wird klar, dass die Wehrmacht nicht auf einen Winterkrieg vorbereitet ist. Kommunikation ist schwierig. Die Soldaten sind nicht angemessen gekleidet. Die Vorräte reichen nicht aus, um weiter vorzudringen. Der Krieg im Osten schöpft die deutschen Ressourcen fast vollständig aus. Winterkleidung wird am dringendsten benötigt. Die deutsche Zivilbevölkerung stellt diese bereitwillig zur Verfügung. Doch die Armee braucht noch viel mehr. Lebensmittel, Treibstoff, Öl, Waffen und Munition. Wenn es im neuen Jahr weitergehen soll, muss starkes Geschütz aufgefahren werden. Ersatz für Verluste muss geschaffen werden und die Ausstattung der Russen darf der eigenen nicht überlegen sein. Die deutschen Ressourcen stehen in keinem Verhältnis zu dem, was tatsächlich gebraucht wird. In den besetzten Ländern ist der Ernst der Lage, immer deutlicher zu spüren. In Polen und in der Ukraine sind Zwangsarbeit und Enteignungen Gang und Gäbe. Solche Maßnahmen werden nun auch im Westen ergriffen. Diese Maßnahmen stoßen auf heftige Abrechen. Zu den ohnehin schon schwierigen Bedingungen der Besatzungszeit kommen willkürliche Verhaftungen, räuberische Erpressung und weitere Entwürdigungen hinzu. In den von Deutschland besetzten Gebieten geht die Ablehnung schnell in Wut über und Wut wiederum in Widerstand. Zunächst ist der Widerstand nicht organisiert, aber durch eigene Anstrengung und durch die Unterstützung Großbritanniens kann der Widerstand seine Netzwerke aufbauen. Seit Herbst 1940 schleust man britische Agenten in die besetzten Gebiete ein. Diese Agenten haben von nun an großen Einfluss auf das, was im Widerstand geschieht. Man organisiert Waffen und Ausrüstung. Diese gelangen per Boot oder auf dem Luftweg ins Land. Flüchtlinge, entkommene Kriegsgefangene und mit ihnen wertvolle Informationen finden ihren Weg nach England. Bisher ist der Verkehr zwischen Großbritannien und dem besetzten Europa nicht eingeschränkt. Im Dezember 1942 dringt die Information durch, dass in Penemünde auf der Ostseeinsel Usedom eine große Rakete getestet wurde. Beim Stichwort Penemünde wird Dr. Jones vom wissenschaftlichen Geheimdienst hellhörig. Auch im Oslo-Report war von diesem Ort die Rede. Der britische Geheimdienst bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Man benötigt Fotos von besagtem Gebiet. In Frankreich, Belgien und den Niederlanden werden Agenten in der Angelegenheit unterwiesen. Jedwede Information über Raketen oder Penemünde hat absolute Priorität. Besonderes Augenmerk muss auf zwei Funkkompanien des deutschen Regiments gelegt werden. Testflüge von Raketen würden Funkmessungen von hoher technischer Genauigkeit erfordern. Diese zwei Kompanien gelten als die besten. Im Frühjahr und Frühsommer 1943 fliegen Aufklärungsflugzeuge der Royal Air Force zahlreiche Einsätze über Penemünde. Doch erst im Juni kann die erste Rakete ansatzweise gesichtet werden. Über den französischen und belgischen Widerstand gelangt man an Informationen über Penemünde an sich. Die dort beschäftigten Zwangsarbeiter berichten heimlich über eine Rakete von großem Ausmaß. Zehn Meter lang soll sie sein und eine Reichweite von über 200 Kilometern besitzen. Nach diesem Durchbruch des Geheimdienstes beschließt man einen massiven Angriff auf Penemünde. In der Nacht zum 17. August wird Penemünde von über 600 britischen Bombern angegriffen. Bei dem Angriff werden fast 2000 Tonnen Sprengstoff und Brandbomben auf die Anlagen abgeworfen. Aber schon bald kommen neue, alarmierende Berichte aus Penemünde. Im Herbst taucht eine der hervorragenden deutschen Kompanien in der Ostsee auf. Die Briten erfahren durch Funkmitschnitte, dass sie ein Projektil ortet, das sich mit einer Geschwindigkeit von 400 Meilen pro Stunde vorwärts bewegt. Erneut kreisen Aufklärungsflugzeuge über Penemünde. Aus den Fotos, die sie schießen, geht hervor, dass die Anlage noch immer in Betrieb ist. Kurze Rollfelder wurden identifiziert. Aus Frankreich hört man von unbemannten Flugzeugen, die von Rampen abgeschossen werden. Die Rampen werden rund um die französische Küste errichtet. Es scheint offensichtlich, dass eine Offensive gegen London geplant ist. Aber vom Westen her durch Frankreich. In England soll ein Großteil der alliierten Armeen versammelt und Vorbereitungen für eine Invasion getroffen werden. Während dieser Vorbereitungen konzentrieren sich die alliierten Luftstreitkräfte auf den Norden Frankreichs. In der letzten Dezemberwoche beginnt die amerikanische Air Force mit einer Reihe von Tagangriffen auf Ziele an der französischen Küste. 96 Abschussrampen für Fliegerbomben hat man in Nordwestfrankreich lokalisiert. Mit Hilfe des französischen Geheimdienstes gelingt es den amerikanischen Bombern, sämtliche Rampen zu zerstören. In England arbeitet man an einem groß angelegten Täuschungsmanöver. Von Stationen in der Nähe von Dover werden getürzte Funksprüche gesendet. In ihnen wird behauptet, die geplante Invasion würde sich auf den Bad-de-Calais beziehen. Um diese Annahme zu verstärken, folgen auf jeden Aufklärungsflug über der Normandie gleich zwei über Calais. Saboteure werden angewiesen, hinter den deutschen Linien zuzuschlagen. Im Frühling wird die Luftabwehr verstärkt. Man greift die deutsche Luftwaffe am Himmel und am Boden an. Straßen, Brücken, Eisenbahnschienen und Kanäle zählen zu den Angriffszielen, in der Hoffnung, den Westen Frankreichs verkehrstechnisch von der Außenwelt abzuschneiden. Am 1. Juli beginnt die Einschiffung. 3000 Schiffe und 2000 kleinere Boote haben eine Armee von 250.000 Mann an Bord. Hinzu kommen mehrere tausend Militärfahrzeuge, Lastwagen, Jeeps und Bulldozers. Am 3. Juni ist alles verladen. Die Landung in der Normandie ist für den Morgen des 5. Juni geplant. Wegen schlechten Wetters muss die Invasion verschoben werden. An der Südküste Englands liegt die größte Kriegsflotte der Geschichte vor Anker. Am 6. Juni 1944, während eines schönen Wetterabschnitts, beginnt die Invasion. Mehr als 20.000 Luftlandetruppen gelangen per Fallschirm nach Frankreich. An den Stränden der Normandie legen die ersten Schiffe an. Während man die Küste der Normandie befestigt, kehrt England zum normalen Leben zurück. Nach dem aufregenden Frühjahr macht sich die leise Hoffnung breit, dass der Krieg bald zu Ende ist. Aber am Pas-de-Calais wird eine starke deutsche Offensive für eine längere Verzögerung sorgen. Am frühen Morgen des 13. Juni werden sechs Menschen bei einer Explosion getötet. Die englische Luftabwehr ist eine Alarmbereitschaft. Eine neue Kriegswaffe wird eingesetzt. Der Fliegerbombenangriff auf London hat begonnen. Die Waffe trägt den Tarnnamen FZG 76. Hitler nennt sie die Vergeltungswaffe 1 oder kurz V1. Durch sie sterben in London innerhalb weniger Wochen über 5000 Männer, Frauen und Kinder. Verletzt und traumatisiert werden jedoch weitaus mehr. Die V1 ist ein unbemanntes Flugzeug von recht einfacher Bauart. Sie verfügt über einen treibstoffverbrennenden, raketenähnlichen Antrieb. Abgeschossen wird sie von einer Rampe und kann Geschwindigkeiten von bis zu 700 Stundenkilometern erreichen. Das ist schneller als jedes Flugzeug. Ihr geradliniger Flug ist ihre einzige Schwäche. Durch Beobachter und Radar kann ihre Zielrichtung ermittelt werden. Mit Kampfjägern lässt sie sich abfangen. Doch zu Beginn der Luftangriffe ist die Abfangquote sehr gering. Sehr viele erreichen London, wo die Luftabwehr nicht ausreichend agieren kann. In der britischen Hauptstadt ist die Angst vor Luftangriffen groß. Die Bomben fallen bei Tag und bei Nacht. Einziger Hinweis auf einen bevorstehenden Einschlag ist das plötzliche Verstummen des ratternden Motors, sobald die Bombe abgeworfen wird. In Frankreich sind die alliierten Truppen noch weit entfernt von den Abschussrampen am Pas-de-Calais. Dazwischen steht die 7. Kompanie der Deutschen, die inzwischen durch die wesentlich kraftvollere 15. Kompanie verstärkt worden ist. Englische Divisionen unter Montgomery treffen auf heftigen Widerstand, als sie nach Osten vordringen wollen. Sieben Panzerdivisionen stehen nun zwischen den Briten und dem Pas-de-Calais. Mit ihrem Vorstoß nach Süden beginnen die Amerikaner damit, die deutschen Truppen in der Gegend um Calais zu umzingeln. Während die Alliierten in der Normandie versuchen, nach Westen durchzudringen, ist man in Großbritannien bemüht, die deutschen Bombenangriffe auf London abzuwehren. Es gibt zwei Lösungsansätze. Von Widerstandskämpfern, die in den Reihen der Deutschen arbeiten, hört man von geheimen unterirdischen Waffenarsenalen. Dort werden Bomben gelagert, die für Abschussrampen am Pas-de-Calais vorgesehen sind. Unter Einsatz neuer amerikanischer Allzweckbomben fliegt man Angriffe auf die Depots, deren Lage man kennt. In England unternimmt man einen radikalen Schritt. Innerhalb von 24 Stunden werden Flugabwehrkanonen an die Küste verlagert. Mit mehr Handlungsspielraum und unter Zuhilfenahme der Radartechnik geht man zum Gegenangriff auf die einfliegenden Bomben über. Bisher hat man die Mehrzahl der Bomben mit Flugabwehrkanonen oder Kampfjägern abgefangen. Der Abfangjäger Spitfire erhöht seine Geschwindigkeit dadurch, dass er aus großer Höhe regelrecht abtaucht. In der Normandie gelingt es den Alliierten, die Kesselschlacht von Falaise zu gewinnen. 50.000 Soldaten nimmt man als Kriegsgefangene. Die Geschütze der 5. und 7. Panzerarmee werden entweder beschlagnahmt oder zerstört. Mit der Schlacht in der Normandie haben die Alliierten einen bedeutenden Sieg errungen. Bis Ende August sind eine halbe Million deutscher Soldaten gefallen, in Gefangenschaft geraten oder verletzt. 2.000 Panzer und Sturmgeschütze sind verloren. Nach vierjähriger Besatzung wird Frankreich von den Alliierten befreit. Als sich die Alliierten Truppen Paris nähern, entladen sich die angestauten Emotionen von vier Jahren in heftiger Wut. Es kommt zu Aufständen französischer Widerstandskämpfer. Als die Deutschen versuchen, die Stadt zu evakuieren, rächen sich die Bürger von Paris. Beim Rückzugsversuch werden zahlreiche Deutsche von den Franzosen getötet oder gefangen genommen. Am 26. August 1944 schreitet General Charles de Gaulle im Triumphzug durch sein Paris. Am 6. September wird der Pas-de-Calais endlich eingenommen. Die Gefahr weiterer Fliegerbombenangriffe auf London ist vorerst gewandt. Doch der Schein trügt. Deutschland hat noch ein Ass im Ärmel, die V2, eine weitere Vergeltungswaffe. Die Abschusseinheiten von Wehrmacht und SS nennen sie schlicht das Gerät. Schon seit 1932 arbeiten deutsche Wissenschaftler an einer Langstreckenrakete. Im Sommer 1943 setzt Hitler die Massenproduktion der V2 auf die Liste der absoluten Prioritäten. Hitlers Entscheidung wird aus der Not herausgeboren. Der Krieg verläuft längst nicht mehr nach Plan. Im ersten Jahr des Russlandfeldzuges fallen mehr als eine Million deutsche Soldaten. Der russische Winter fordert seinen Tribut von den Truppen der Wehrmacht. Im Januar 1943, nach erbitterten Gefechten, ergibt sich Generalfeldmarschall Friedrich Paulus in Stalingrad. 850.000 deutsche Soldaten sterben in der Schlacht von Stalingrad. 1939 hat Adolf Hitler seinen Bürgern noch garantiert, dass keine Bomben über deutschen Städten abgeworfen werden. 1943 dringen alliierte Bomber tief ins Reich vor. Die Zerstörung der deutschen Städte ist massiv. Mit dem Verlust Nordafrikas kontrollieren die Alliierten nun den Mittelmeerraum. Die Alliiertenangriffe vom 3. Juli führen kurze Zeit später zur Invasion in Sizilien. In der Wolfsschanze bei Rastenburg, dem Führerhauptquartier in Ostpreußen, ruft Hitler die deutschen Befehlshaber zusammen. Man plant eine Offensive auf den sowjetischen Frontbogen um Kursk. Der Angriff ist schon seit mehr als zwei Monaten geplant. Doch da eine gewaltige Streitmacht eingesetzt werden soll, wird der Aufmarsch zunächst immer wieder verschoben. 900.000 Mann und 2000 Panzer. Deutschlands beste Panzerverbände werden der Roten Armee entgegengestellt. Hitler ist sich bewusst, wie wichtig die bevorstehende Schlacht ist. Man weiß, dass von sowjetischer Seite alles getan wurde, die Front massiv aufzurüsten, sowohl personell als auch gerätetechnisch. Ein deutscher Sieg in der Schlacht um Kursk wäre von großer Bedeutung. Eine Niederlage wäre ein Desaster. Am 5. Juli 1943 startet die Offensive. In der größten Panzerschlacht des Zweiten Weltkriegs treffen deutsche und sowjetische Truppen aufeinander. Für die vierte Panzerarmee soll sie ihr Schwanengesang werden. Während des deutsch-russischen Gefechts bei Kursk empfängt Hitler am 8. Juli 1943 eine Delegation aus Peenemünde. In der Wolfsschanze zeigt man Hitler einen Film. Er sieht, wie sich die großen Tore des Testhangars von Peenemünde langsam öffnen, um den Blick freizugeben auf ein revolutionäres Stück Kriegstechnik. Während der Film läuft, erklärt Wernherr von Braun, wie man die Probleme der bisherigen Langstreckenraketen in den Griff bekommen hat. Man hat einen neuen Antrieb entwickelt, der auf der Basis von flüssigem Sauerstoff und reinem Alkohol arbeitet. Mit zwei Gyroskopen kann die Rakete auch über breite Strecken und in großer Höhe auf Kurs gehalten werden. Hitzebeständige Stahlruder aus Grafit sorgen für die notwendige Stabilisierung während des Flugs. Man hat herausgefunden, dass normales Metall im heißen Gasstrom der Rakete schmilzt. Eine neuartige Turbopumpe sorgt für die Zufuhr von ausreichend Treibstoff. Denn daran hat die Rakete einen großen Bedarf, über 100 Kilogramm pro Sekunde. Perfektioniert wird die vertikal startende Rakete durch das allmähliche Kippen während des Flugs auf einen Winkel von 49 Grad. Hinzu kommt ein ausgeklügeltes Kühlsystem, das von einem separaten Alkoholvorrat gespeist wird. Die Treibstoffpumpe wird von flüssigem Sauerstoff geschmiert, bevor dieser verbrannt wird. Im Film sieht Hitler einen statischen Raketentest. Das Gerät entwickelt eine ungeheure Kraft. Nach einer Brenndauer von 60 Sekunden erreicht sie ihre Höchstgeschwindigkeit von 5500 Stundenkilometern. Ihre Reichweite beträgt 250 bis 300 Kilometer. In dem gigantischen Hangar werden Vorbereitungen für den ersten Start getroffen. Bei einer Länge von 14 Metern wiegt die Rakete 12,5 Tonnen. Hinzu kommt eine Tonne an Sprengstoff. Mit einem Transportfahrzeug wird sie zur Abschussrampe gebracht. Dort wird sie mithilfe einer hydraulischen Vorrichtung aufgerichtet. Steht die Rakete in Position, werden abschließende Kontrollen an den Gyroskopen, den Steuergeräten und der Treibstoffversorgung durchgeführt. Man zeigt Hitler den ersten erfolgreichen Start. Sie steigt über die Kiefernwälder der baltischen Küste immer weiter in die Höhe und durchdringt sogar die Stratosphäre. So hoch wie noch kein irdisches Objekt zuvor. Es ist eine Waffe, die Angst und Terror verbreiten wird. Die erste Waffe des Weltraumzeitalters. Nach einigen herben Rückschlägen im Kriegsverlauf, den deutschen Truppen vor den verschanzten Toren von Kursk und den Städten seines Reiches in Trümmern, trifft Hitler eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die diesen Krieg und alle zukünftigen Kriege verändern wird. Die Rakete verspricht Rache und Vernichtung der Feinde. Daher gibt Hitler ihr über allen anderen Kriegswaffen den Vorzug. Am 10. Juli, zwei Tage nach Hitlers Treffen mit Dornberger und von Braun, landen die alliierten Armeen unter General Alexander in Sizilien. Bis zum 12. Juli sind dort über 160.000 Mann und 600 Panzer stationiert. Auf der ganzen Insel ergeben sich die italienischen Garnisonen kampflos. Am 13. Juli, nachdem man acht Tage lang erbittert um Kursk gekämpft hat, bricht Hitler die Operation ab. Die Wehrmacht hat in der Schlacht über 1.000 Panzer verloren. Das ist mehr als Deutschland in einem Jahr produzieren kann. Diejenigen, die von der Panzerdivision übrig geblieben sind, werden an andere Orte gebracht. Entweder in den Norden, um den sowjetischen Gegenangriff abzuwehren, oder in den Süden, nach Italien. Im Osten wird die Wehrmacht keine Schlacht mehr gewinnen. Am 22. August 1943 bespricht Hitler mit Albert Speer, Reichsminister für Bewaffnung und Munition, und Heinrich Himmler, dem Leiter der SS, Maßnahmen für die Raketenproduktion. Wenige Tage zuvor war Peenemünde bei einem Luftangriff schwer getroffen worden. Raketentests und Entwicklungen sollen nun von Peenemünde ins polnische Blizna verlegt werden, das jetzt unter General Hans Kammler von der SS kommandiert wird. Im Harz bei Nordhausen in Thüringen wird der sogenannte Mittelbau Dora angelegt, der nach seiner Fertigstellung die größte unterirdische Rüstungsfabrik der Welt sein wird. Die Anlage besteht aus zwei Stollen, die durch ein Tunnelsystem miteinander verbunden sind. Die Stollen haben eine Gesamtlänge von etwa 20 Kilometern. Die Arbeitskräfte kommen aus dem Konzentrationslager Buchenwald. Aufsicht führt die SS. Große Barackenunterkünfte werden gebaut. Dora Mittelbau dient als Außenlager von Buchenwald. Im Jahr 1944 steht das gesamte Raketenprogramm unter dem Kommando der SS. Im November 1943 beziehen die deutschen Divisionen in Italien 45 Stellungen entlang der Verteidigungslinie bei Monte Cassino südlich von Rom. Hitler ist klar, dass ein alliierter Vorstoß in Italien kaum wieder gut gemacht werden kann. Eine Invasion von Westen scheint sicher zu sein. Am 5. November wird Erwin Rommel von Hitler beauftragt, die deutsche Verteidigung im Westen zu inspizieren. Bis Januar 1944 sichert Rommel seine Autorität durch den Bau unbezwingbarer Stellungen entlang der Atlantikküste. 3000 neue Befestigungsanlagen müssen spätestens bis April gebaut sein. Jeder Strand, von Dänemark bis zur Bretagne, muss unüberwindlich sein. Priorität hat dabei der Pas-de-Calais. Von hier aus will Hitler Flugzeuge und Raketen losschicken, um London zu bombardieren. Dadurch, so hofft er, kann er die Alliierten in Panik versetzen und zu einer überstürzten und schlecht organisierten Invasion veranlassen. Und eine Invasion bei Calais würde nach Hitlers Einschätzung definitiv fehlschlagen. Technische Probleme dominieren die Testflüge der Raketen. Fast jeder Start misslingt. Schuld daran sind der nun eingebaute Sprengkopf und die Verlegung der Produktion nach Thüringen. Mal explodiert eine Rakete beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, mal fängt sie kurz nach dem Start Feuer, stürzt auf die Erde zurück und explodiert. Auch ein Absturz noch über der Abschussrampe kommt vor. Erst im Mai, nachdem über 65.000 Änderungen an der Rakete vorgenommen worden sind, bekommt man die technischen Probleme in den Griff. Die Offensive ist nun für Anfang September vorgesehen. Am 6. Juni erfährt Hitler auf dem Berghof von der Landung alliierter Truppen in der Normandie. Für die Deutschen kommt diese Nachricht völlig überraschend. Ausgehend von abgehörten Funksprüchen glauben die Deutschen, 50 alliierte Divisionen marschierten entlang der Südostküste von England. Eine Invasion über den Pas-de-Calais scheint unmittelbar bevorzustehen. Die Landung in der Normandie hält man für ein Täuschungsmanöver. Hitler ist von dieser Theorie so überzeugt, dass er die schlagkräftige 15. Armee weiterhin in Abwehrstellung bei Calais belässt. Der Fliegerbombeneinsatz wird nun auf den 13. Juni festgesetzt. Dadurch glaubt Hitler, das weitere Vorgehen der Alliierten beeinflussen zu können. Als sich die Alliierten in der Normandie konsolidieren, ist klar, dass Frankreich nur dann verteidigt werden kann, wenn die erwartete zweite Invasion über Calais tatsächlich stattfindet. In der Normandie durchbrechen alliierte Truppen die deutschen Linien bei Caen und Saint-Lau. Es wird klar, dass es keine zweite Invasion geben wird. Die geplante Fliegerbombenoffensive ist gescheitert. Ende Juli, nach fast zwei untätig verbrachten Monaten, erhält die deutsche 15. Armee endlich die Erlaubnis zum Rückzug vom Pas-de-Calais. Der Kampf um Westfrankreich ist verloren. Im September, als man die deutschen Truppen über Belgien bereits bis zum Rhein zurückgedrängt hat, plant Hitler einen Vergeltungsschlag. Sein Werkzeug ist die V2. Im Frühjahr hat man den Plan gefasst, die Langstreckenrakete von Bunkern an der Küstenfront zu starten. Produktionsschwierigkeiten und die Niederlage im Westen haben diesen Plan hinfällig gemacht. Doch die Rakete lässt sich gut transportieren und verfügt über einen einfachen Zündungsmechanismus. Das macht es möglich, das Gerät von mobilen Startrampen aus abzuschießen. Begleitet von Tanklastwagen und ihrer Launchcrew ist die V2 eine taktisch variabel einsetzbare Waffe. Das Transportfahrzeug ist dazu gedacht, als Inspektionsgerüst und Abschussrampe zu fungieren. Die Reichweite der V2 erlaubt deren Zündung 300 Kilometer von London entfernt. Unter SS-General Kamler wird der erste Raketenangriff auf London am 8. September von Den Haag aus gestartet. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre über England hat die V2 eine Geschwindigkeit von 4800 Stundenkilometern, so schnell, dass sie fürs bloße Auge nicht sichtbar ist. Nicht einmal die damals üblichen Radarsysteme können den Flugkörper orten. Abfangen kann man die Rakete nicht. Durch die Überschallgeschwindigkeit hört man auch nicht, wenn sie sich nähert. Die V2 schlägt still und ohne Vorwarnung zu. Am 17. September beginnen die Alliierten mit einer Operation, die sie durch Holland an die Ruhe führen wird. Britische und amerikanische Luftlandetruppen springen hinter den feindlichen Linien ab. Ihre Ziele sind die Rheinbrücken von Nimmwegen und Arnhem. Durch Einnahme und Verteidigung der Brücken will man einen Korridor durch Holland schaffen, der den Vorstoß zum Deutschen Reich ermöglicht. Dann könnte der Krieg zum Jahresende schon vorbei sein. Die britischen Truppen, die die Vorhut bilden, haben eine schwere Aufgabe vor sich. Bei Arnhem stoßen sie auf heftigen Widerstand der Deutschen. Während die Briten das nördliche Ende der Brücke in Beschlag nehmen, kommt es zum Gegenangriff durch zwei Panzerdivisionen der SS. Die zweite Staffel Fallschirmspringer kommt zu spät. Die in der Gegend stationierten Deutschen sind alarmiert und umzingeln die landenden Truppen. Es handelt sich um die erste polnische Fallschirmjägerbrigade. Diese ist nicht nur zur falschen Zeit, sondern auch am falschen Ort abgesprungen. Bis zum Abend wird mehr als die Hälfte der Truppe im Kugelhagel getötet oder verletzt. Bei Arnhem steht es nicht gut um die alliierte Operation. Die britischen Truppen unter Colonel Frost stehen einem Feind gegenüber, der ihnen zahlenmäßig überlegen ist und über die besseren Waffen verfügt. Als die deutsche Verstärkung in die Stadt einrückt, wütet die Schlacht. In praktisch jeder Straße, in jedem Haus. Beide Seiten setzen Gebäude in Brand. Die Engländer, um die Deutschen auf Abstand zu halten, die Deutschen, um die Engländer auszuräuchern. Um die britischen Truppen zu entlasten, drängt man Richtung Norden. Die zweite britische Armee trifft in Chrave an der Maas auf heftigen deutschen Widerstand. Man ist immer noch 30 Kilometer von Arnhem entfernt und liegt 30 Stunden im Zeitplan zurück. Seit vier Tagen wird die Stellung in Arnhem gehalten. Dadurch bleibt London vorerst von weiteren Raketenangriffen verschont. Als Kammler von der Ankunft der Alliierten in Arnhem erfährt, lässt er die Abschussbasen von Den Haag evakuieren. Die Raketen werden im Norden Hollands in Sicherheit gebracht. Damit liegt London außerhalb der Reichweite. Doch am 24. trifft ein schweres Panzerbataillon der Deutschen ein. Es dauert noch sechs Monate, bis Arnhem an die Alliierten fällt. Am 30. September kehrt Kammler zu seiner Militärbasis in Den Haag zurück. Am 3. Oktober geht die Raketenangriffswelle auf London weiter. Sechs weitere Monate lang wird Kammler mit der V2 für Hitlers Vergeltungsschlag sorgen. Motiviert vom Erfolg in Arnhem, plant Hitler eine groß angelegte Winteroffensive im Westen. Acht wieder flottgemachte Panzerdivisionen stoßen, in einem letzten ehrgeizigen Versuch nach Westen vorzudringen, in die stark bewaldete Ardennenregion Belgiens vor. Seit September haben die Alliierten nördlich der Ardennen eine kraftvolle Reserve gebildet, an Waffen wie an Soldaten. Er erklärtes Ziel ist es, den deutschen Westwall zu durchbrechen und an die Ruhr vorzustoßen. Hitler hat Antwerpen an der belgischen Küste ins Auge gefasst. Er möchte die alliierten Truppen spalten und gefangen nehmen, sowie deren Waffen und Gerätschaften beschlagnahmen und damit die Gefahr für das Ruhrgebiet entschärfen. Der Angriff kommt überraschend. Vier erschöpfte und unerfahrene amerikanische Divisionen werden schnell überrollt. Schlechtes Wetter verhindert Einsätze der alliierten Luftwaffe. So gelingt es den Deutschen zügig voranzukommen, Richtung Mars. In der ersten Woche der Offensive kommen die Deutschen gut voran. Doch Koordinationsschwierigkeiten innerhalb der eigenen Reihen und amerikanischer Widerstand behindern den weiteren Vormarsch. Am 23. Dezember bricht die Wolkendecke auf. Fünf Meilen vor der Mars werden die deutschen Panzerdivisionen auf freiem Feld durch die alliierte Luftwaffe zu Fall gebracht. Unfähig weiterzuziehen ist der deutsche Stoßtrupp nun mit alliierten Gegenangriffen im Norden und Süden konfrontiert. Um nicht umzingelt zu werden, sind die Deutschen zum Rückzug gezwungen. Die Ardennen-Offensive hat die Wehrmacht 600 Panzer und 100.000 Mann gekostet. Mit diesem Rückschlag ist der deutsche Widerstand im Westen nun gebrochen. Ohne Nachschub an Treibstoff, Ausrüstung und Vorräten muss die Wehrmacht den Rückzug antreten. Am 7. März 1945 wird die Brücke von Rehmagen durch einen amerikanischen Überraschungsangriff zurückerobert. Ein wichtiger Verbindungsweg über den Rhein ins Zentrum des Deutschen Reichs ist nun zugänglich. Am 27. März startet General Kammler seine letzte V2. Ziel ist erneut London. Um nicht in Den Haag gefangen genommen zu werden, soll er nach Deutschland zurückkehren. Der letzte verzweifelte Versuch, das Reich zu verteidigen, steht bevor. Innerhalb von sieben Monaten hat Kammler über 1000 Raketen auf London losgeschickt. Mehr als 2500 Menschen sterben, über 6000 werden verletzt. Für Kammler ist der Krieg vorbei. Die Rakete kommt zu spät, um das Reich noch zu retten. Der Krieg ist schon zu weit fortgeschritten, als die V2 perfektioniert wird. Es ist nicht gelungen, Raketen von höherer Sprengkraft herzustellen und diese in ausreichender Menge zu produzieren. Ansonsten hätte der Krieg vielleicht einen anderen Verlauf genommen. Die Produktion von Hitlers letzter großer Waffe hat die Ressourcen des Reichs ausgeschöpft. Um die Zerstörung der deutschen Städte durch einen Angriff auf London zu rächen, hat man enorme Investitionen in Kauf genommen. Nichtsdestotrotz ist die V2 als große technische Errungenschaft anzusehen. Schon bald wird sie, zusammen mit einem anderen wissenschaftlichen Durchbruch, zur ultimativen Kriegswaffe werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017